hallo und herzlich willkommen live aus dem youtube space in berlin zur großen wahlparty wir gehen wählen das ist laura lewandowski und wir beide wir moderieren das ding hier heute genau das ist robin blaas für alle die es noch nicht wissen ihr seid gerade auf seinem youtube kanal gelandet und robin erzählt uns jetzt mal ganz kurz was hier überhaupt alles passiert ja ich zeige mal die moderationskarten das ist so ein dicker stapel hier 37 seiten wir haben jetzt fünf stunden lang die möglichkeit euch ein bisschen zu unterhalten und auch zu informieren warum machen wir das ganze ding hier weil wir uns ein bisschen gedacht haben hey unsere themen also die themen der jungen leute die sind irgendwie ein bisschen zu kurz gekommen bisher junge leute mit der wahrbeteiligung und so weiter da müssen wir noch mal gucken und außerdem finden wir auch dass sowas was auch unsere zukunft angeht das ist auch so ein bisschen nicht thema gewesen weil wir sind ja die leute die entscheidungen die jetzt getroffen werden in zukunft dann ausbaden müssen oder oder auch davon profitieren können ja genau und bei der letzten bundestagswahl da waren das wirklich ein bisschen alarmierende zahlen weil die unter 30 jährigen es waren diejenigen die am wenigsten gewählt haben beziehungsweise die niedrigste wahlbeteiligung hatten und das wollen wir natürlich heute mit dieser wahlparty wie wir sie genannt haben ändern weil viele wissen irgendwie gar nicht was kann man wirklich wählen für was stehen die parteien ja alles fragen die wir heute klären wollen ja vielleicht bringen wir da ein bisschen licht ins dunkle wir wollen das ganze natürlich auch so ein bisschen lockerer halten wir gehen einfach mal hier rüber ja hier haben wir hier haben wir unsere band weil es ist ja natürlich eine party da ist musikentscheidend und zwar oh brother herzlich willkommen einmal felix einmal lukas und ja wir freuen uns auf eure musik heute ja so wie das auch zu jeder party gehört wir haben hier eine eine bar sogar schon ein paar leute hier an dieser bar wird es heute ein paar ich nenne es mal romantische dates geben und zwar mit jungen politikern weil auch da bisher natürlich eher spitzenkandidaten zu wort gekommen sind die sind oft gerne mal ein bisschen älter manchmal teilweise sogar über 60 über 70 jahre alt und haben gedacht wir holen mal ein paar junge leute hier und reden mit denen dafür haben wir den lieben flo von dem kanal flovloggt genau und dann mache ich mal weiter mit sophie unsere bartenderin heute abend sophie's radiomoderatorin bei das ding ein jugendsender vom swr und til reiners kabarettist wir freuen uns auf eure drinks und dass ihr die politiker abfüllt die beiden können keine drinks mixen die sind einfach nur lustig deswegen stehen die da mal gucken ob ich jetzt euer talent ein bisschen ja unter repräsentiert werden sehen wir werden es rausfinden hier drüben haben wir auch noch mal eine sache und zwar haben wir ein paar erstwähler zu gast heute hier und die werden nachher geparkt und können dann immer mal ein bisschen mitreden weil es geht ja vor allem um junge menschen und gerade die die zum ersten mal wählen da ist vielleicht noch viel klärungsbedarf genau und dann last but not least eine sehr wichtige ecke heute auch und zwar hier unsere sofa lounge da werden youtuber erst wieder haben wir hier gerade noch eine sitzen unsere studio gäste natürlich auch kommen und wir werden die themen besprechen die uns allen heute so am herzen liegen und wo wir gesagt haben da wurde noch nicht so viel gemacht deswegen ja heute werden wir darüber reden ja und ich würde sagen wir begrüßen jetzt auch schon mal direkt die ersten gäste die sich hier schon so gemütlich hingesetzt haben ja sehr gemütlich ganz toll steve und zwar haben wir hier einmal die spacefox schön guten das haben wir dürfen ja da drüben haben wir den den dillen von dem kanal dillen weit auch ein erstwähler das richtig ich bin sarah ich bin auch 19 jahre alt und ich bin die erstwählerin die kein youtube kanal hat ja das ist also das ist eine wirkliche besonderheit heute hier wir haben gedacht wir haben einfach mal einen erstwähler aus der community ein das ist heute dein job du repräsentierst jetzt gerade hunderttausende menschen ist natürlich eine bürde und ich würde sagen bevor wir jetzt in unsere erste themenrunde starten haben wir natürlich noch eine ganz wichtige ansage und zwar wenn ihr fragen habt und dafür ist nämlich auch heute unsere wahlparty natürlich da dies für euch dass ihr fragen stellt dann schreibt sie einfach unter das video kommentiert und wir haben natürlich auch ein hashtag und zwar wie unsere sendung heißt wir gehen wellen darunter alles was euch auf der seele brennt wir versuchen es dann einfließen zu lassen und natürlich auch zu beantworten ja das ist eine super wichtige sache ganz wichtig gehen ist auch wählen gehen wählen gehen ist ganz wichtig haben wir schon gesagt aber schon gesagt wählen gehen ist ganz wichtig aber ja manche leute wissen vielleicht noch gar nicht wie das geht und was man da falsch oder richtig machen kann und wie das alles funktioniert und da haben die spacefox hier tatsächlich mit der bundeszentrale für politische bildung nein wirklich ja wir ja als wäre das ja abgesprochen ja da haben die eine eine video reihe gemacht und da wollen wir jetzt einmal kurz einen kurzen ausschnitt zeigen damit wir alle hier so auf dem selben stand sind genau los geht's irgendwo in deutschland am wahlsonntag was wird man ja eigentlich ach egal ich kreuz aber auch irgendwas an wird schon nichts passieren kim jong-un habe ich aber nicht gewählt was genau passiert eigentlich am 24 september zur bundestagswahl nun es wird der bundestag gewählt wirklich ja wirklich 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 der bundestag beschließt gesetze die gesamt deutschland betrifft vergangene beispiele wären der mindestlohn die ehe für alle oder die aussetzung der wehrpflicht bei der wahl kann man zwei stimme abgeben mit der ersten kann man einen politiker oder eine politikerin direkt wählen mit der zweiten stimme wählt man eine partei kriegt eine partei mindestens fünf prozent der gültigen stimmen kann sie eine entsprechende zahl an sitzen im bundestag mit ihren parteimitgliedern besetzen wählen kann im prinzip jeder der volljährig und deutscher staatsbürger viele fordern dass das wahlalter auf 16 heruntergesetzt wird bisher wird das aber abgelehnt kritiker sagen dass jugendliche noch nicht reif genug sind die sind noch nicht genießbar und zu leicht zu beeinflussen auf der anderen seite gibt es aber das problem dass wir weit mehr alte menschen als junge haben und damit dürfen bei der wahl alte menschen viel mehr mitbestimmen wie die zukunft aussieht die sie selbst zum teil gar nicht mehr miterleben sondern die vor allem die betrifft die heute jung sind zum beispiel ich und ich verdammt der jung von heute die schule sollte wieder um sechs morgens anfangen damit die boben den ernst des lebens kennenlernen ah mein knie man wählt also abgeordnete für den bundestag und die wählen dann den bundeskanzler nein es ist aber üblich dass chancenreiche parteien einen kanzlerkandidaten stellen und den dann auch wählen wenn sie die regierung bilden können verpflichtet sind sie dazu jedoch nicht die parteien halten doch nicht lassen wir nicht mehr ausreden wir haben nicht einfach knallhart abgeschritten labern werden wir noch genug in dieser sendung heute bestimmt in den fünf stunden ich glaube eine gute regel die wir generell mal so viel anfang stellen können es ist es gibt wirklich keine dummen fragen bei dem thema keiner von uns ist wirklich ein experte wir haben heute experten vor ort die dürfen nicht dumm sein aber wir dürfen dumm sein und deswegen ich stelle direkt mal eine eine frage in den raum wo ich ehrlich sagen muss ich habe das dieses jahr ich will jetzt zum zweiten mal auch zum ersten mal auf dem schirm gehabt was ist denn wirklich der unterschied zwischen der erst und zweit stimme das ist das ist das ist was ist so der genaue gesagt mit der ersten partei wird man einen kandidaten direkt und mit dem anderen wird meine partei machen was bedeutet was bedeutet das denn konkret was ist denn was ist denn der unterschied also warum wäre es diese person die ich da direkt will der profi wird man ganz kurz hier also wenn man jetzt zum beispiel den kandidaten peter peter aus der spd wählt und er halt auch dann durchkommt könnte er in den bundestag reingehen obwohl die spd an sich nicht vielleicht gewählt wird was vielleicht unwahrscheinlich ist aber das ist der große unterschied also da könnte auch jemand gewählt werden der gar keiner partei angehört ja zum beispiel also das ist noch mal noch mal um es noch mal zu erklären es gibt ja wahlkreise und in jedem wahlkreis ist so eine person aufgestellt und eine sache die ich für mich dieses jahr so festgestellt habe ist dass man da theoretisch ja auch sehr taktisch vorgehen kann weil in seinem wahlkreis also zum beispiel mein wahlkreis hier in berlin ist es jemand von der linkspartei und wenn ich jetzt sagen würde ich möchte die linkspartei nicht wählen dann müsste ich jetzt gucken wer hat denn zum beispiel die nächsthöchsten chancen neben dem kandidaten der jetzt gerade schon eingezogen ist weil ich beim direktmandat ja die personen direkt wählen und eben nicht die parteien das heißt dann müsste ich eher vielleicht nach der person entscheiden weil die kleine parteien vielleicht kleinere chancen haben das ist irgendwie so eine so eine sache die mir dieses jahr so zum ersten mal bewusst geworden ist dass man da ja auch wirklich so ein bisschen taktisch vorgehen kann das ist eine krasse möglichkeit krasse möglichkeit aber ist das dann so gut eigentlich das ist also eine sache wenn du eigentlich für eine partei stehst dann ist es ja eigentlich so okay ich will die partei weil sie im prinzip auch widerspiegelt wo also was meine meinung ist und es ist dann irgendwie so geil wenn man so taktisch eine andere partei wird um wen rauszuhauen wenn man den ich mag ich weiß nicht also also ich persönlich finde auf jeden fall dass man doch lieber wählen sollte was wofür man steht so anstatt irgendwie taktisch irgendwas zu machen trotzdem ist es natürlich wichtig zu wissen was der unterschied ist und nur eine von vielen fragen die wir uns natürlich auch gestellt haben und vielleicht auch noch mal an euch gibt es irgendwelche fragen da habt ihr gesagt okay da redet ihr mit euren freunden drüber vielleicht gerade an dich sarah als erstwerter wie ist das in deinem freundeskreis vielleicht ja gut das ding ist halt dass bei mir im freundeskreis jetzt könnte man das gut politik verdrossen nennen also das ist jetzt nicht so unbedingt deren interessen fällt aber da ich eher in meiner klicke die person bin die sich halt ein bisschen damit auskennt und auch weiß was in dem wahlprogramm steht und sich halt sehr intensiv mit auseinandergesetzt hat kommen halt meine freundin zu mir und fragen mich dann halt so was sagen die zum beispiel zum thema klimawandel was sagen die zum thema flüchtlingspolitik und so weiter und was war noch mal die frage welche fragen ist bei dem freund der freundeskreis gibt ja genau oder unklarheiten also ich meine sachen die man nicht versteht ja viele wissen halt zum beispiel nicht was warum sie eine partei unbedingt wählen sollten weil sie die und die wahlversprechen in bezug auf rentenvorsorge haben und zum beispiel eine grundsicherung für jeden bürger so das sind halt so sachen die interessieren sie dann halt nicht und da fragen sie sich dann ob es nicht eine partei geben könnte die sich sehr also eher und in dem punkt dann sehr für die jungen bürger einsetzen würde aber ist das ein gefühl dass ihr alle habt also dass das junge themen so wie wir das jetzt quasi als primisse für diese ganze sendung gesetzt haben dass junge themen generell bei den parteien ein bisschen zu kurz kommen so jette du hast gelingt ja ich finde immer dass es das ist so eine sache weil gerade wenn es um interesse an politik geht dann fühlt man sich einfach nicht abgeholt teilweise weil die themen oftmals zu kurz kommen hat man noch beim tv-duell zum beispiel gesehen ist einfach kaum oder gar nicht darüber gesprochen wird ich habe mir das voll angeguckt und hab halt den zeit gehofft okay wann kommt denn mal was was nicht in der zukunft betrifft und es kam halt nichts so und deswegen ist es hat immer schade wenn man die interesse hat aber niemand wirklich darauf eingeht klar man muss dann halt selbstständig vorangehen und sagen okay ich informiere mich jetzt setze mich jetzt hin und recherchiere mal gucken wir mal das wahlprogramm an und so aber das machen glaube ich nicht so viele dann dafür sind wir heute hier und da haben wir auch und gedacht wollen wir natürlich nicht nur euch fragen sondern wir haben euch aufgefordert kommentare zu schreiben und da hatten wir jetzt auch schon mal einen der gerade eingegangen ist den würden wir mal angucken dann fragt wie er den willen kann man auch nur die zweitstimme ankreuzen ja frage an euch zurück an die experten kann man denn auch nur die zweitströme ankreuzen welche freiheiten habe ich denn der wahlkabine geht das gerade an uns wir haben gesagt wir sind keine experten das war eine gute frage das ist das ist das ist eine frage wir haben dann tatsächlich das ist super dass das jetzt kommt weil wir haben nämlich eine sache vorbereitet dass da ist unsere wahlurde und wenn fragen kommen wo wir sagen hey die können wir nicht beantworten und schmeißen wir die da rein und dann holen wir die nachher raus und das sind tatsächlich experten politiker dazu sich äußern deswegen bestimmt papier abgeben immer hier klar tipps oder sollte was soll ich lieber nicht dumm dastehen ich sag mal was du möchtest ja mal aufschreiben den den wahlzettel nicht ungültig machst müsste doch eigentlich trotzdem die eine also die zweitstimme dann ja gültig sein aber die die erste stimme einfach nicht nicht reinzählen was ich sage willst du sagen okay gut ja danke so ich habe eine lustige anekdote zum thema was was darf man denn machen bei der wahl und nicht und zwar in bad carlshaven gab es jetzt vor kurzem eine bürgermeisterwahl du hast es schon ganz kompetent beantwortet ich glaube wir brauchen das nicht aber in bad carlshaven gab es eine bürgermeisterwahl und die wurde für für ungültig erklärt weil mit einer stimme unterschied der bürgermeister bestimmt wurde und es stellte sich raus diese eine also eine stimme die die wahl in die andere Richtung umgedreht hätte wurde für ungültig erklärt weil jemand in der wahlkabine einfach gefragt hat hey muss ich da jetzt unterschreiben und dann hat der wahlhelfer gedacht geiler witz oder gesagt ja klar hat er halt wirklich auf dem wahlzettel unterschrieben und das liebe leute das macht eure stimme ungültig ein wahlgeheimnis ihr dürft da nicht darauf unterschreiben und macht eure zwei kreuze und ansonsten wird das ding nicht angefasst mit dem stift ist keine selfies in der wahlkabine kommt auch nicht so gut das kommt dazu gibt es noch eine sache wo gesagt das darf man nicht machen in der wahlkabine nein aber das möchte ich bitte nicht sagen man darf man darf tatsächlich auch wegen dem wahlgeheimnis man darf in der wahlkabine auch nicht rufen jo geil martin schultz ich will dich oder sowas darfst du nicht weil du darfst in der wahlkabine darfst du in keinster weise nach außen verlauten was du was du willst deswegen hast du auch weil du dann auch leute einfach beeinflussen kannst genau ja und natürlich auch so wie du zum beispiel alle deine freunde beeinflusst oder wenn die dich alle fragen dann kannst du ihnen erzählen was du möchtest im prinzip oder das fand ich halt auch so interessant alle zu dir kommenden ist voller influenza ja also ich unterstelle ja niemanden oder ich zwinge ja niemanden dazu jetzt die partei zu wählen die ich für richtig empfindet ja okay aber wenn dann also meistens meine beste freundin zum beispiel hat mich gefragt ja was steht denn zum beispiel im wahlprogramm von der und der partei oder wie hat sich die und die partei zu dem und dem geäußert und dann ratter ich das halt runter und dann beantworte ich halt die fragen und dann sagen die so ja okay ja stimmt das das klingt gut ja okay dann will ich die so also dann ist das wahlgeheimnis auch wieder gebrochen du darfst vorher sagen was du willst du darfst auch danach sagen was du willst aber nicht in der in der kabine sagen jo geile partei ich will die also jetzt habt ihr drei sachen gelernt die ihr nicht machen dürft haltet euch bitte dran ansonsten schreibt weiterhin fleißig kommentare ich glaube wir können das im laufe der sendung nicht oft genug sagen damit und auf twitter natürlich auch unter dem hashtag ich glaube der steht da oben sehr gut und ich würde sagen also wir wollen ja in dieser sendung wir wollen auch nicht nur reden wir wollen auch ein bisschen spaß haben wir wollen ein bisschen auch party atmosphäre bringt wir sagen wir spielen einfach mal ganz kurz zum auflockern ganz am anfang ein kleines spiel und zwar das habe ich greife wieder hinten in die kiste wir haben wir haben eine buzzer aber ich mag keine spiele das weißt du doch heute müssen sie lieben sieht man den auch hier sieht man den für die kamera ja du musst ja auch nicht rankommen was für teams machen wir jetzt erstfehler gegen erstfehler der funktioniert sogar wir müssen das spiel geht gleich los also sagen kann ich mitspielen sie kommt gar nicht ran haben wir machen wir machen wir erstwähler oder spacefox gegen erstwähler oder mädchen gegen jungs oder machen wir bunt gemischt die erfahrung von den zweitwählern zu den erstwählern spacefox gegen euch aber hart fertig machen ich glaube das ist gut dann habe ich schon mal eine harte einstiegsfrage wo ich betteln könnte und zwar wie viele parteien treten zur diesjährigen bundestagswahl an go 42 das ist korrekt ein punkt für euch also ich bin ja schon vorbereitet weil ihr müsst euch ein bisschen mehr anstrengen dadurch sein hart war quasi über dem buzzer also wir haben wir sind ja auch wir sind ja auch so ein bisschen schätzfragen mäßig also wer am nächsten dran ist gewinnt das jetzt falls und zwar wie viele abgeordnete sitzen derzeit im deutschen bundestag ja wie viele menschen schätzt ihr sind in deutschland wahlberechtigt jetzt für diese wahl wie viele millionen so um die 60 millionen gegen angebot ja 50 millionen ok dann hätten wir noch eine frage und zwar seit wie vielen jahren ist angela merke bundeskanzlerin hier aber sorry des weites musst du wissen bitte ich vertraue nicht sicher ob 16 schon waren aber ja das ist doch ewig schon also zwölf ist ewig 16 ist ewig 20 ist ewig sie kann gerade für ihre vierte genau also also sind zwölf bisher genau und die letzte frage auch thema angela merkel wie viel verdient wie viel verdient angela merkel eigentlich pro monat irgendwas mit 16.000 gegen angebot ich hätte auch 15 gesagt ui es sind 19.796 euro und 68 cent aber auch die cent beträge da guckt auch angela immer ganz genau 68 cent die möchte ich sehe gut geschlagen also zwei zu drei für die für die spacer die erstwähler hier da ist da ist das wissen aus der schule dass irgendwie an politik aber ihr seid ja auch drei und ihr seid ja nur zwei wir haben jetzt glaube ich noch ein kommentar habe ich vorhin gehört mal gucken ob noch einer auftaucht nein die magische kommentar doch findet ihr das okay dass merkel oder generell deutsche bürger unendlich viele legislaturperioden kanzler sein können das passt ja direkt perfekt zu unserer frage gerade erst mal ist das so ja angela merkel kann bis sie eine million jahre alt ist als star wars imperator noch kanzlerin sein wer auch mal eine nette vorstelle ich denke mir gerade vor wie so eine schwarze kutte denn auch ich glaube du hast gerade ein neues meme kreiert sehr gut kann es bitte einer jetzt shoppen und uns damit antwieten und dass wir das hier zeigen können bitte danke also ich glaube im vergleich zu den usa das ist ja zum beispiel auf zwei amtszeiten limitiert ist es in deutschland unlimitiert es gibt tatsächlich mehrere leute die sagen okay wir müssen öfter mal da ein bisschen frischen wind reinbringen ja ja gut aber wenn es gewählt wird also das ding ist ja jemand ist ja nur so lange kanzler oder kanzlerin wie er gewählt wird und wenn er gewählt wird dann will das volk das ja so zu sagen also der großteil des volkes deswegen würde ich da jetzt eigentlich nicht zu sagen dass es jetzt unbedingt schlecht ist dass halt jemand so lang wie er will praktisch kanzler sein kann mit mit 91 also ja also vielen vielen dank das ist schon dass das ende des das ersten themenblocks hier gerade im ersten moment wir würden euch drei jetzt rüberschicken die neue set erstwähler couch genau und da könnt ihr dann von der von der seite immer rein labern und sage ich als erstwähler ich muss da ich finde ich finde ich werde nicht gut genug angesprochen hier und das ist euer job wir kommen immer wieder rüber zu euch und ja jetzt ihr bleibt erstmal hier nehmen erstmal sitzen aber wir sagen gleich tschüss weil aber jetzt kann ich mir ein bisschen mehr platz gönnen ja ja die spitze heute sind on point die sind on point aber das nicht nur die ganze zeit reden sondern dass wir jetzt auch noch mal inhaltlich ein bisschen mehr erfahren haben wir heute einen ganz besonderen gast und zwar zum thema google nicht nur wir google vieles sondern generell wird ja gefühlt alles gegoogelt und was genau die leute zum thema wahl irgendwie in deutschland bewegt alle wichtigen fragen die gesucht werden dazu haben wir heute eine expertin eingeladen und zwar freuen wir uns auf die isabel sonnenfeld vom google news lab das ist total super ich hoffe dass wir mit der sendung am 24 echt viele erst zweit und dritt wähler irgendwie erreichen können und motivieren können die stimme abzugeben ja mal gucken mal gucken wir schreiben ob ihr ob ihr euch motiviert genau das wäre ganz wichtig ja also ich freue mich total heute so ein bisschen darüber zu sprechen was die menschen in deutschland ganz allgemein so interessiert und bewegt im news lab gucken wir immer wie können wir eigentlich technologien einsetzen um innovativen journalismus zu kreieren mit journalisten redaktionen und medien start-ups natürlich auch und wir haben vor der bundestagswahl so eine art digitales toolset oder werkzeugkasten kreiert ganz vielen anderen google mitarbeitern und teams und google trends ist eins dieser werkzeuge mit dem man halt analysieren kann was die menschen gerade suchen und was sie gerade bewegt wichtig ist hier immer zu verstehen dass google trends keine wahl prognose ist sondern wirklich nur das abbildet was die menschen ja bewegt und ihr habt schon so ein bisschen darüber gesprochen wie geht eigentlich wählen welche fragen werden gestellt welche fragen haben die erstwähler welche fragen haben die community wir haben uns mal die top fragen aus den letzten 14 tagen zur bundestagswahl ausgesucht vielleicht können wir da einmal drauf schauen klar was soll ich wählen ist wahrscheinlich die top frage schlechthin aber natürlich auch so wie funktioniert die bundestagswahl wer darf alles wählen da habt ihr schon so ein bisschen drauf geschaut und ganz gewichtig glaube ich auch wie funktioniert die briefwahl ganz viele nutzen natürlich gerade schon die briefwahl wenn sie nicht am 24 da sind also auch für diejenigen die jetzt am 24 nicht zu ihrem wahllokal gehen bitte nutzt die briefwahl also das sind die top 5 fragen aus den letzten 14 tagen wenn man über bundestagswahl nachdenkt spielen ja häufig die spitzenkandidaten erstmal so die übergeordnete rolle man orientiert sich an den kandidaten der sieben meistgesuchten parteien entwickelt seit anfang des jahres man sieht ganz deutlich dass dieser dieser rote balken das ist martin schulz diesen schulz effekt zeigt anfang des jahres dann dann natürlich diesen ersten weißen ausschlag ich weiß nicht könnt ihr euch vorstellen was das ist der trump handshake genau und dann vielleicht der blaue ausschlag das ist das suchinteresse nach alice weide als sie nominiert worden ist dann der kleine gelbe das zeigt christian lindner und die nrw war sieht man auch ganz deutlich dass da einfach das suchinteresse noch sehr viel höher ist und dann ganz zum schluss natürlich im september das tv-duell zwischen merkel und schulz und vielleicht ja auch jetzt heute der community stream auf jeden fall also heute ist alles raus ich hoffe ihr habt noch mal noch mal machen wir machen wir haben wir oben drauf kleben können damit der graf auch noch ein aber ihr habt natürlich auch schon gesagt heute geht es um themen und die themen die vor allem die jüngere wählerschaft interessiert wir haben uns die wahlkampf themen also die meistgesuchten wahlkampf themen aus den letzten 14 tagen angeschaut das ist jetzt nicht spezifisch für eine bestimmte zielgruppe sondern da geht es wirklich um das suchinteresse aller deutschen flüchtlinge klar großes thema rente bildung grundeinkommen und cannabis wenn wir uns aber so die 50 top themen anschauen dann tauchen da glaube ich auch die themen auf über die ihr nachher noch sprechen würde werdet also digitalisierung umwelt etc aber das sind sozusagen erstmal die top themen jetzt aus den letzten 14 tagen die das größte suchinteresse hervorgerufen haben ja super vielen dank also wir werden im laufe des tages immer mal wieder zu dir kommen und zu den themen so ein bisschen ähnliche dinge machen vielen dank an euch ihr seid später noch mal da wir schmeißen euch jetzt hier aus dieser party raus ist so eine party wo leute immer wieder zwischen die rausgeschmissen werden wieder reinkommen dürfen da musste einmal zur bar gehen dann nachher aber wir bewegen uns jetzt einmal hier rüber weil wir haben nämlich noch was vorbereitet das haben wir vorhin ausgelassen themen sind nämlich ein gutes stichwort weil wie gesagt isa hat euch ja gerade so die meistgesuchtesten themen gezeigt die natürlich jetzt nicht nur auf eine altersklasse oder eine zielgruppe zugeschnitten waren sondern allgemein und wir haben auch mal geguckt so anhand der letzten interviews die geführt wurden egal ob youtuber merkel oder sonst was welche themen und welche fragen waren dann noch offen was hat vor allem die junge community beschäftigt und was sollten wir vielleicht auf jeden fall noch mal ein bisschen stärker fokussieren ich habe unter meinem ankündigungsvideo auch geschrieben hey schreibt uns schon mal ein paar sachen und das haben wir auch hier mit einfließen lassen und wir haben alle youtuber die heute hier sind vorher gefragt hey wenn ihr ein thema habt was euch interessiert dann schreibt uns das auch mal und wir versuchen das hier mit einzubinden und da sind wir dann insgesamt auch vier so glaube sechs themen sind es gekommen die wir heute im laufe des tages noch mal ein bisschen intensiver behandelt werden das ist zum einen das thema umwelt da werden wir dann gucken was sagen die unterschiedlichen parteien dazu dann haben wir das thema europa und außerdem schreiben wir ganz schnell dann wird das wird das spannend wir haben also wenn man umfeld das natürlich ein sehr breites thema wir haben europa wir haben digitalisierung auch ein thema was was viele junge menschen interessiert bildung gleichstellung und cannabis tatsächlich auch die sache die bei den deine wahl interviews am meisten unter die videos geschrieben wurde dass man dazu sagen wir haben wir noch bildung gleichstellung und und cannabis und wir werden hier nachher dann durchgehen und werden hier die ganzen antworten eintragen und wenn da jetzt ein thema dabei ist wo ihr sagt aber hey mein thema fehlt da jetzt irgendwie dann schreibt uns das auf jeden fall ist auch in die kommentare auf twitter wir haben oben super viele kompetente leute sitzen die die ganze zeit all diese feeds checken und die werden uns das dann auf diesen fernseher werfen wir werden das in die wahl ohne packen und wir werden dafür sorgen dass zumindest die politiker vielleicht dazu ein paar sachen sagen und dass wir am ende der sendung diese themen dann nochmal neu aufgreifen genau ja wir sind auf jeden fall gespannt und jetzt wollen wir natürlich auch wissen für was eigentlich die ganzen parteien stehen weil das ist ja eigentlich das worum es heute geht und das was wir alles wissen wollen und dazu begrüßen wir jetzt zwei studiogäste und zwar zum einen rieke schiller und jan schippmann vom funkanal informer ja hey ihr habt einen ganz coolen kanal auf dem ihr eine sache gemacht habt besonders die wir heute hier mit einfließen lassen nämlich ihr habt jeden spitzenkandidaten oder zumindest einige spitzenkandidaten jeder partei die chancen hat jetzt in den bundestag einzuziehen nach ihren meinungen und aussagen zu den einzelnen themen gefragt die werden wir heute im laufe des tages immer wieder zeigen bei den themen also wir werden dann einfach einbinden sozusagen was haben spitzenkandidaten von den parteien zu den sachen gesagt und dann werden wir das hier in der tafel einzeichnen und euch vielleicht auch ein bild geben was sagen denn die parteien so mal so direkt zu diesen jungen themen in kurzen sätzen fragen immer unten drunter vielleicht fällt euch irgendwas ein unter das video schreiben kommentare also ihr habt euch wirklich jedes parteiprogramm angeguckt und ja ja also wie du sagst von den sechs parteien die die chance haben in den bundestag einzuziehen genau haben wir uns die programme angeguckt uns überlegt was sind eigentlich die themen die uns interessieren und die auch leute in unserer altersgruppe interessieren und haben das ein bisschen geklastert und dann dementsprechend fragen uns ausgedacht und gesagt hey beantwortet das doch mal wie steht ihre partei dazu und was würdet ihr zu aus eurer erfahrungshaltung sagen gibt es da eher um nuancen oder gibt es bei den parteien auch echt grundlegende unterschiede es kommt komplett aufs thema an also es gibt wirklich ein paar themen wo eigentlich jeder das gleiche will stichwort bildung keiner sagt weniger bildung aber die ansätze die unterscheiden sich dann halt schon also dass das merkt man und es gibt noch themen wo parteien wirklich grundlegend auseinanderlegen das ist ganz interessant weil ich habe nämlich unter meinem video wo ich diesen live stream angekündigt habe habe ich ganz ganz viel zurückbekommen ich will hier doch zwischen pest und cholera und ich sehe aber kein unterschied die wollen doch alle das gleiche aber das heißt ihr seht das anders also die sind da sind schon also die wollen wir wollen das gleiche wollen alle klüger werden besser in der umwelt sein wollen alle mehr geld haben und alle in digitaler werden aber die art des umsatzes wie es gemacht wird das anders oder wo ist der unterschied na gut also ich glaube dieses gefühl das ändert eh nichts wen ich jetzt wähle das kann vielleicht auch daran liegen dass die leute die jetzt zum ersten mal wählen dürfen eigentlich nur frau merkel als kanzlerin kennt seit zwölf jahren ist ja ist frau merkel sozusagen lenkt unsere geschicke außerdem hatten wir noch die groko die letzten vier jahre das heißt auch dort war nicht so richtig viel differenzierungspotenzial erkennbar aber wenn man sich dann doch mal die parteien im detail anguckt gibt es schon einige unterschiede also die parteien haben nicht umsonst sozusagen gewisse images also wenn wir mal die cdu nehmen die hat tatsächlich sehr sehr viele ideen für die innere sicherheit das geht sehr in richtung mehr videoüberwachung mehr polizei etc grün sind nicht umsonst ja eine umweltpartei das ist wirklich sehr sehr fundiert und sie haben viele ideen die dort ja ausführlicher stehen als in den anderen parteiprogrammen linke und spd ganz klar haben sehr sehr viel zur sozialen gerechtigkeit drin und fdp musste sich ja mehr oder minder neu erfinden ja ob das so gelungen ist also inhaltlich würde ich sagen ist es schon ja nach wie vor eine partei die sozusagen auf die verantwortung des einzelnen setzt und schlanken staat will wenig einmischung will und afd ist glaube ich bekannt rigorose abschottung germany first sozusagen die schwerpunkte die einzelnen parteien setzen gab es auch was euch da überrascht hat von antworten her wo jetzt vielleicht gar nicht so mit der normalen antwort gerechnet hätte was ich persönlich sehr interessant fand ist wenn man das thema sich aufdröselt wir haben ja wirklich kurzes statement von allen kandidaten hintereinander geschnitten da sieht man teilweise überschneidung von parteien wo du gar nicht denken würdest dass dass sie einen ähnlichen ansatz haben zum beispiel gab es einige themen wie digitalisierung oder auch zu einem einwanderungsgesetz wo die grünen und die fdp eins zu eins dasselbe gesagt haben und normalerweise kriegt man momentan mit ja auch mit ganz gut gegeneinander geschossen herr lindner hat sich ja dementsprechend auch geäußert aber man sieht tatsächlich in manchen bereichen da sind auch schnittmengen die man vielleicht nicht erwartet hätte das was waren denn so die videos die bei euch am besten funktioniert haben welche themen wurden da gut geklickt ja surprise surprise nummer eins das ganz klar cannabis also die frage ob denn cannabis wirklich komplett legalisiert werden soll er ansonsten aber auch die fragen zu sozialer gerechtigkeit wie können wir einkommen besser verteilen aber auch zum beispiel soll es ein bedingungsloses grundeinkommen geben und das sind tatsächlich auch themen würde ich sagen die im öffentlichen wahlkampf nicht so die große rolle gespielt haben also und auch themen die zum beispiel in dem kanzlerduell ja gar nicht besprochen wurden und das fanden wir jetzt eigentlich ganz interessant also die junge zielgruppe scheint also nicht so richtig angesprochen zu werden gerade von den themen die im wahlkampf wirklich tiefgehend behandelt werden ja bedingungsloses grundeinkommen das finde ich ganz spannend ich würde das auch mit aufschreiben weil das ist tatsächlich ein thema was wir auch nicht auf der tafel haben wenn das so viele leute interessiert ich habe es von mir in den kommentaren auch ein bisschen gesehen vielleicht ist ja noch so ein punkt den wir dann ganz am ende noch mal aufmachen können wir den bisher jetzt noch nicht drin haben ansonsten wir hatten gerade auch noch einen kommentar zum zum thema afd gucken warum hacken hacken alle hacken warum hacken alle auf der afd rum und nicht auf der npd ist die afd wirklich so schlimm machen wir jetzt ein ganzes fass auf hier aber ich übergebe das jetzt einfach mal an euch die sache ist npd und afd unterscheiden sich schon es gibt halt aber punkte von der afd die viele leute nicht am schirm haben zum beispiel möchte die afd genau wie trump aus dem pariser klimaabkommen raus und das wäre katastrophal für das weltklima für also dass das dieses abkommen ist eines der größten eine größten errungenschaften die die welt in den letzten jahren überhaupt hingekriegt hat und zu sagen steht so im wahlprogramm drin raus aus dem klimaabkommen und die unterstützung für alle klimaschutzorganisationen streichen das ist ein punkt der bei allen diskussionen um migration und flüchtlinge total unter den tisch fällt und das wäre eine katastrophe npd ist definitiv noch noch rechts nationalistischer eingestellt weil man ehrlich ist spielen sie auch keine rolle mehr mittlerweile also die nehmen sich gegenseitig und die wähler weg also auf die ist natürlich medial gerade das machen die schon sehr sehr gut die sind schon sehr präsent und die npd glaube ich kaum noch ja deswegen hat die afd glaube ich ganz gut die stimme abgeluchst wir werden die afd auch heute so ein bisschen zu wort kommen lassen in form eurer videos da werden wir auf jeden fall noch mal sehen was sie zu all diesen themen zu sagen haben und ja wir haben jetzt ganz viel über große parteien geredet genau und das war natürlich auch die die höchstwahrscheinlich in bundestag einziehen die wir hier sehen aber das sind ja nicht alle wir haben ja vorhin schon in die fragerunde geworfen wie viele es denn eigentlich sind und zwar insgesamt 42 stehen zur wahl und ja davon haben wir jetzt auch zwei bei uns sozusagen zwei vertreter und deswegen übergeben wir dann mal damit an flo und sophie an die bar wir haben gleich bianca pretorius und nico semsroth einmal von der partei und bianca ist von demokratie in bewegung die kommen jetzt gleich zu uns aber erstmal haben wir noch kurz die band oder ja sehr gerne ja if i could write you a song to make you fall in love i would already have you right under my arms you stub all my tricks i hope that you like this but you probably won't you think you're cooler than me sind wir drauf hallo möchte jemand ich habe ich könnte alkohol oder und nicht alkoholische getränke möchte jemand vielleicht ein weinchen säckchen vielleicht mehr kann ich nicht kann frage nicht nach anderen drinks was dann okay willst du auch was trinken oder trinkst du nicht so weit ist dein leben wir duzen uns jetzt einfach die ganze zeit das ist so genau genau ihr habt das mikro das müsst ihr euch hin und her hin und her reichen weil wir leider out of microphones waren ja erstmal danke dass ihr da seid eure parteien sind ja eigentlich wenn man die mal mit den anderen parteien vergleicht noch relativ neu eure ist sogar erst dieses jahr gegründet worden im april glaube ich ende april was war für euch der grund zu sagen irgendwie die anderen parteien die reichen uns alle nicht wir machen jetzt eine neue ja das war letzten november irgendwie saßen wir zu 20 in berlin eine gruppe von unter 35 jährigen und dachten uns okay irgendwie brexit, pegida, afd, trump, irgendwie wird es immer schlimmer und irgendwie müsste man was machen was ein bisschen größer ist als nur eine petition irgendwo unterschreiben und dachten uns eigentlich müssten wir eine partei gründen wollen wir das machen ja nein und haben dann geguckt ob wir 100.000 andere leute in deutschland finden die sagen ja macht das mal wie würde das und dann haben wir die gefunden und dann haben wir im end april eine gegründet und haben dann 16 landesverbände aufgestellt und sind jetzt hier auf den wahlzetteln für die bundestagswahl und so ist das passiert. du sagst unter 35 habt ihr da am anfang aussortiert oder wie hat das funktioniert? wir hatten da keine gästelist wo es hieß nee du bist 35 raus aber es war zufällig so dass das irgendwie junge leute aus dem digitalen kontext waren die irgendwie dachten wir müssen was machen und die eigentlich politisch engagiert sind aber nicht in der partei eintreten würden weil das nicht zu dem passt wo man irgendwie sein leben sonst so gestaltet. das heißt also ihr wart euch irgendwie erstmal noch unsicher das was uns stört stört das andere leute auch? wir wollten halt eine partei gründen die irgendwie demokratie moderner und anders lebt und irgendwie gestaltet und deswegen haben wir das so wie demokratie jetzt passiert so dass man alle vier jahre einmal sein kreuz machen könnte und wir wollten was bauen das für eine zukunft ist dass ich jeden tag ein bisschen mitbestimmen kann und jeden tag demokratie als in meinem alltag gehört und deswegen haben wir diese etwas andere Partei gegründet. ihr habt dann eine petition gemacht? ich weiß nicht ob du das schon weißt? ja das mit der petition weißt ich finde partei gründen klingt wie die anstrengendste sache der welt also super anstrengend also ich finde ja fitnessstudio schon schlimm aber das ist ja furchtbar ist auch richtig anstrengend da hat man ganz viele regeln und irgendwie gibt es bundeswahlleiter und die haben ganz so ein paar papierunterschriften machen und also spaß macht es nicht aber es war es wert weil wenn man dann was ändern will spaß macht es nicht demokratien beweg nehmt den, könnt ihr haben da haben wir aber schon eine super überleitung spaß, spaß und partei die partei gibt es schon ein bisschen länger als dieses jahr aber du bist glaube ich noch gar nicht so lange dabei oder? die partei gibt es sogar schon seit 2004 also wir bieten seriösen populismus an im gegensatz zur afd wir haben auch fast so viele mitglieder wie die afd wir haben 25.000 mitglieder seit dieser woche das sind nur 2000 weniger als die afd ich weiß überhaupt nicht warum wir nicht überall eingeladen werden statt der afd also hier werdet ihr ja eingeladen hier seid ihr ja da aber vielleicht kannst du mal ganz ganz persönlich sagen was war denn für dich der grund zu sagen okay 2017 dieses jahr mache ich bei der partei mit? ich wurde gefragt von wem? und dann habe ich gesagt okay was soll's jetzt ist auch egal und ähm warum ist es jetzt egal? weil die anderen parteien ja spaß parteien sind also ich kann mir nicht vorstellen dass die das ernst meinen ich gucke mir da die wahlplakate an und dann muss ich weinen vor lachen keine ahnung das hat keinen sinn ergeben aber bei uns ist das genauso wie bei den anderen parteien es muss keinen sinn ergeben alle machen irgendwas und ja vielleicht mal ganz kurz habt ihr eigentlich wahlplakate? also voll wir haben wahlplakate und die eigentlich nicht aufgehangen in berlin und in ganz deutschland hängen wahlplakate aber ich wohne in köln ich habe noch kein plakat von euch gesehen in köln haben wir voll die große landesverband die sind so echt? die sind so rosa violett da ist eine whatsapp nummer drauf man kann mit den kandidaten direkt whatsappen und die sachen fragen ihr seid super internet wir sind super internet aber das ist ja schon wenn man fragen muss ob ihr plakate habt ist irgendwas schief gelaufen beim plakatieren ja es sind wir haben natürlich weniger plakate weil wir nicht die gelder haben die eine cdu oder so hat wie bezahlen die das denn wenn ihr so neu seid? ja wir bezahlen das ist alles ehrenamtlich das heißt wir haben gar kein geld und wir haben spender also einzelleute die uns irgendwie geld spenden weil sie gut finden was wir machen und unterstützen wollen das ist wie wir jetzt gerade geld haben aber ihr habt glaube ich ihr nehmt keine keine spenden von firmen oder sowas an? genau genau also nur von einzelpersonen richtig weil wir ein großer schmerz den wir bekämpfen wollen ist dass man das lobbyismus einfach irgendwie geschwächt wird und dadurch diese ganzen parteienfinanzierung die es durch unternehmen gibt sind ein problem und deswegen haben wir gesagt okay wir nehmen gar keine spenden an das heißt auch nicht von den netten unternehmen und auch nicht von den bösen und dadurch nur einzelpersonen aber das ist doch also wenn ihr so eine richtig coole firma so ähm start up die stricken socken oder so und dann wollen die euch 50 euro geben und dann macht ihr das nicht weil das ist ja schade also dann könnt ihr noch drei plakate mehr das stimmt und das dann wenn man den richtigen weg wählen will dann müsste man das irgendwie auch diesen schmerz hinnehmen oder heißt dann können die einzeln sagen also der unternehmer kann dann privat sagen okay ich Uli Schmitz sagt genau was dann zum beispiel wenn der wenn der besitzer von irgendeinem riesen unternehmen sagt ey ich spende euch 100.000 euro das ist ja dann auf umwegen fast gleich oder was? als fritz mustermann selber nein die sind gedeckelt also du kannst eh nicht so viel spenden und dadurch einzelpersonen und kleinere überträge und dadurch haben wir auf jeden fall sind wir angewiesen auf mehr spenden aber das finden wir richtig weil nur so kannst du irgendwie diesen mechanismus auch ändern dass es dann doch passiert dass irgendwie es doch gibt beziehungen zwischen automobilkonzernen und parteien gibt und das was zu ändern muss man halt an der struktur dass das überhaupt passieren darf was ändern und das machen wir ihr seid vielleicht in den also ihr seid in den straßen ziemlich sichtbar also von euch habe ich schon eine menge plakate gesehen aber ein ort wo ihr auf jeden fall sehr sehr sichtbar seid beide ist im wahlomaten also ich habe viele viele freunde so klar man aus dem studentischen umfeld kommt alle irgendwie anfang 20 und bei super vielen leuten die es dann mal angekreuzt haben seid sind eure beiden parteien ganz oben gewesen was würdest du sagen warum warum ist die partei so oft so weit oben bei anfang 20 jährigen weil wir natürlich nicht nur 18 millionen nicht wähler repräsentieren sondern eben auch die jungen nicht wähler und viele unter 35 jährige gehen ja auch deshalb nicht wählen weil sie sich von den uralten parteien nicht vertreten fühlen und das ist ja sogar völlig zu recht also je interessierte man ist an politik als junger mensch desto wahrscheinlicher ist es dass man sich sagt ja gut wenn die alle unsere themen nicht berücksichtigen dann wählen wir eben nicht und statt nicht zu wählen würden wir als partei eben sagen wählt lieber die partei auf diese weise schaffen wir es vielleicht noch der afd der fdp und mit ein bisschen glück auch der spd noch ein paar stimmen wegzunehmen ihr habt ihr ihr habt ja auch ein bisschen den vorteil gegenüber euch dass ihr ziemlich bekannte gesichter mit dabei haben also das wäre für euch wahrscheinlich auch ganz gut aber so serda so mundschuh martin sonneborn ist das also man also ich habe jetzt in den letzten tagen so ein bisschen das gefühl gehabt irgendwie die partei ist so ein bisschen auch so ein promotool vielleicht für comedians ja das ist sie natürlich christian lindner macht es ja genauso also bei christian lindner geht es ja auch nur um christian lindner und nicht um die fdp hat er ein soloprogramm gerade christian lindner oder ein buch oder ein soloprogramm gerade? ne der lässt sich ja finanzieren über die unternehmen also der hat ja direkte lobbykontakte und wird darüber eben zum multimillionär aber woher weiß ich denn dass wenn die aufmerksamkeit vorbei ist dass die ganzen comedians dann auch noch 2018 bei der partei sind? das versprechen wir ja auch gar nicht also insofern sind wir da ehrlich leidenschaftslos aber was hat dich denn dazu bewogen zum beispiel dann zu sagen? natürlich die aufmerksamkeit also ich bin da nicht anders als christian lindner mit dem unterschied dass ich wenigstens nicht so ein unangenehmer streber bin sondern in der regel einfach leidenschaftslos im bett liege und mich dabei filmen lasse das ist glaubwürdig jetzt hast du gerade gesagt irgendwie parteiarbeit ist eigentlich super anstrengend macht eigentlich gar nicht so viel spaß nervt dich das da manchmal wenn du dann quasi die partei siehst die glaube ich wie gesagt 25.000 mitglieder jetzt haben sagst du gerade sind die neuesten zahlen und dankeschön ja gerne und die sag ich mal vielleicht sogar noch ein paar prozentpünktchen mehr bekommen könnten als ihr? nervt dich das da manchmal? also parteiarbeit an sich kann ja total spaß machen deswegen wollen wir es ja anders tun nur bisher macht das nicht viel spaß und das was sie meinte mit der gründung dass man sehr viele das ist ein sehr bürokratischer prozess auch mit einem guten grund dass das so ist das ist der nicht spaßteil der rest ab jetzt macht mehr spaß was ich spannend finde wir haben glaube ich dieselben gruppen dass man irgendwie es gibt ein gefühl ich werde nirgends repräsentiert irgendwie alles bleibt immer gleich und dann gibt es einen grund dass man sagt okay dann werde ich halt eine spaßpartei und wir wollen im prinzip dafür sein dass wir eine echte alternative für die alternative sein können weil es ja doch um was geht das habe ich nämlich bei der recherche so ein bisschen gedacht dass wir im prinzip zwei seiten der gleichen medaille sind also dass es unheimlich viele leute gibt die sagen irgendwie repräsentieren mich die parteien die es schon gibt gar nicht so richtig und dann gibt es halt entweder die entscheidung okay ich stecke super viel arbeit rein sozusagen oder ich lehne mich vielleicht ein bisschen zurück und 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 wähle die partei jetzt habe ich mal mich ein bisschen schlau gemacht was was so eure chancen sind bei der wahl also um ungefähr 0,1 prozent zu bekommen bei der wahl braucht man ungefähr 40.000 45.000 stimmen in etwa wenn euch jetzt die 100.000 leute die eure petition auf change.org unterschrieben haben wenn die euch alle wählen werden werdet ihr bei 0,25 prozent lohnt sich das überhaupt? ja lohnt sich das das lohnt sich total aus zwei gründen also die 100.000 sind die eine Gruppe aber die ganzen leute die uns beim wahlomat eingegeben haben dann ihre fragen beantwortet haben und dann oh 95 prozent demokratie und bewegung wenn die uns alle tatsächlich wählen würden dann würden wir das auf jeden fall hinbekommen das heißt das ist auch noch schön für uns gewesen weil wir nicht mehr selber sagen müssen wir sind so toll weil sondern dann hat sich auf einmal selber gezeigt was du so findest das decken wir ab das heißt das wäre irgendwie gut und ansonsten lohnt sich eine kleine partei zu wählen ja weil wenn man als partei denkt und ihnen eine stimme gibst dann versteht sich die partei erstmal als zustimmung und wenn ich jetzt aber eigentlich gar nicht von den etablierten die wählen möchte dann kann ich kein zeichen setzen das heißt wenn ich ein zeichen setzen möchte für etwas anders das anders laufen soll dann kann man das bei uns machen und die afd war auch mal klein und ist nicht reingekommen hat in den letzten vier jahren was aufgebaut und schaut ihr an wie es bei denen läuft gar nicht richtig und wir wollen eigentlich die andere seite von dem machen sodass wir spätestens in vier jahren dann drin sind Darf ich? Es gibt so eine Wahlurne und da sind Fragen drin und ich darf da was rausziehen und dann können wir darüber reden Ihr seid eingetragen als Demokratie in Bewegung oder? Habt ihr Angst, dass ihr irgendwann DIP genannt werdet? Wir werden jetzt schon DIP genannt Oh wow, ok krass Echt? Echt? Ok krass Möchtest du die vorlesen? Ja, ich wusste nicht, dass es das gibt Das gibt es, ich hab das hier Super Also Franziska Steinkohl fragt, ich wohne seit 2009 in Neuseeland, bin aber deutsche Staatsbürgerin Wie stehen die einzelnen Parteien zu doppelter Staatsbürgerschaft, Steuern, Double Tax und gebührenfreie Studieren im Ausland? Vielleicht nehmen wir erstmal doppelte Staatsbürgerschaft, was sagt ihr dazu? Ich mach mal Also gut, dass ich in Neuseeland wohne, weil also alle unsere Inhalte, die wir haben im Parteiprogramm, kommen nicht von uns Wir sind also nicht 10 Leute, die dann irgendwo in Berlin sitzen und sagen, wir glauben A, B, C Sondern das ist alles quasi Crowdgesourced Wir haben diese Initiativplattform, wo jeder Genau wie die Piraten Genau wie die Piraten Mit dem Unterschied, dass die Piraten keine Werte hatten Also da hat man mit allem kommen können Das ist gewacht Im Sinne von, dass du Kleine Parteien-Bashing ein bisschen Nein, 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 wir finden die Piraten total super Und leider ist es total falsch gelaufen Und jetzt ist es ganz schwer, dass die nochmal groß werden Wir sind voll die Piraten-Fans gewesen Und wir haben uns überlegt, wie kann man das machen, ohne dass man irgendwie die Internet-Partei ist oder irgendwie die Nerd-Partei Weil meine Mama würde das nicht wählen Und dadurch, dass das Internet jetzt kein Nischenthema mehr ist, sondern irgendwie Teil von so aller Leben Wie können wir da eine Partei bauen, die das so heißt? Das heißt, Franziska aus Neuseeland kann nämlich von dort aus eine Initiative starten, wo sie sagt, ich möchte gerne das Doppelte Staatsbürgerschaft und freies Studieren und zack, zack, zack Und kann das dann bei uns zum Parteiprogramm machen, obwohl sie gar nicht in Deutschland ist Ja, dann könnt ihr ja alles machen, dann ist ja quasi völlig egal, was die Leute wollen Ihr könnt im Prinzip am Ende alles abdecken und seid so eine Partei, die jeden abholt Klar, dass ihr 95% beim Valomat habt, ihr macht ja einfach, was jeder sagt Das ist ja voll easy Naja, wir mussten diese Fragen ja auch beantworten Das bedeutet, man kriegt dann diese Valomat-Geschichte, man muss vorher sagen, wir stehen zu was, 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 was Und dann musst du schon eine Haltung haben Und wenn dann die 95% ist, dann haben wir das gar nicht gemacht Das Glas voller Zitronen Er wollte das so Ja, was ich Ich bin für zweihundertfache Staatsbürgerschaft Man sollte einfach Weltbürger sein und in allen Ländern mitwählen dürfen Wir leben in einer globalisierten Welt Es ist unfair, dass wir Deutsche nicht in Amerika mitwählen dürfen Wenn ich euch beide so reden höre Oder wenn ich mir auch anschaue, was eure Parteien so sagen Würdet ihr sagen, eure Parteien haben Visionen? Natürlich Wenn ja Ja, natürlich haben wir eine Vision, deswegen haben wir diese Partei gebaut Und irgendwie wollen wir eine Demokratie schaffen, wie jeden Tag Was ist denn jetzt schwer? Du musst selber lachen über deine Wünsche, ne? Ja Sauer macht lustig Ich hätte Sirup, falls jemand nachher noch Ist die Stimmung so schlecht? Es geht, oder? 1A Stimmung Eine der besten Partys, auf die ich dieses Jahr war Es ist eine Trauerstimmung Achso, okay Aber wenn ich auch so höre, ihr wollt ja ein anderes Wahlsystem So ein bisschen, irgendwie mehr Mitbestimmung Und ich habe das Gefühl, dass genau das eigentlich das ist, was vielen Leuten vielleicht bei den etablierteren Parteien ein bisschen fehlt Eine Vision, wie kann man die Zukunft vielleicht aktiver gestalten? Ja Genau das Also wir wollen an dem Wahlgesetz gar nichts ändern, sondern als Partie Wie kann man Demokratie neu denken innerhalb von einer Partei? Dass du eben nicht gar nicht eintreten musst, du musst gar nicht bei uns Mitglied werden Und dann irgendwie sich engagieren und dann irgendwie deine Ochsentouren machen Sondern du kannst sagen, okay, dieses Thema Umwelt oder Internet, da habe ich eine Meinung zu Und dann kannst du eine Intensative schreiben Und dann werden wir als normale Parteimitglieder das dann für dich durchkämpfen Und das ist das, was wir als Vision haben Ja Du wolltest noch über eure Vision reden? Ich denke, wir müssen einfach noch 30 Jahre warten, bis die Babyboomer alle tot sind Also auf einen jungen Wähler kommen ja drei alte Wähler Und die alten bestimmen einfach die Zukunft dieses Landes Und deswegen, weil die jungen Leute das auch spüren, gehen sie eben tendenziell weniger wählen Und das ist die eigentliche Tragik dieser ganzen Wahl Dass auch die CDU zum Beispiel im Internet deshalb auch gar nicht vorkommt Internet ist eben für die Hauptzahl der Wähler tatsächlich noch Neuland So wie die CDU das sagt Vielleicht jetzt mal so ein bisschen abschließend Wenn ihr jetzt Partei wechseln würdet Also du wärst in der Partei und du wärst bei Demokratie in Bewegung Was wäre so eine Sache, wo ihr sagen würdet, okay, das würde ich ändern an der Partei Oder das würde ich anders machen vielleicht Also das würde ich an der Partei ändern? Ja, ja, genau Genau, ja Ja, äh, das ist eine schwierige Frage Ich finde das ja auch ganz lustig Das Layout wahrscheinlich Wenn es um nichts gehen würde, fände ich das auch irgendwie cool Ich finde, also so Worum geht es denn? Naja, es geht ja dann schon irgendwie um die Zukunft von dem Land und von der Mitbestimmung Und dem Fakt, dass es sehr, sehr viele alte Menschen gibt, die sehr, sehr viel wählen gehen Und sehr viele junge Menschen, die nicht wählen gehen Und dadurch entscheiden alte Menschen über die Zukunft von jungen Menschen Und das ist total doof Und darum geht es Also zusammengefasst Aber das war jetzt keine Antwort auf die Frage Was würdest du ändern? Klassischer Politiker-Move, das kannst du schon gut Geht so, ist mein erstes Mal, dass ich so was sitze Einfach nicht antworten, dass die Frage, die gestellt wurde Achso, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, so gut, dass ihr irgendwie, dass auch frustriert seid Ich würde eine Ansage machen, dass sie wahrscheinlich eine richtige Partei wählen sollen Egal welche, aber dass sie eine wählen soll, die dann schon was machen will Das heißt, ich würde, oder ich würde halt dann doch Inhalte machen Ich würde dieses Oder ich würde Hat es ja auch schon gegeben Du mach weiter, es wird immer spannender Ich hätte ganz viele Ideen, was ich machen würde Vielleicht willst du einfach antworten Ich glaube, ich habe schon was gesagt Was würdest du ändern? Also ich würde auf jeden Fall den Titel Demokratie drin lassen, aber ich bin gegen Bewegung Perfekt Ich habe gedacht, ich komme jetzt einfach mal hier rüber Möchtest du was trinken? Gib mir gerne was zu trinken, das ist super So einen Gin Tonic oder so? Ja, also vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart Super Sache, ganz, ganz toll Und ich würde sagen, wir lassen die Band jetzt nochmal ein bisschen was spielen Wir trinken ja noch ein bisschen was und dann geht es weiter mit der Sendung Dankeschön, dass ihr da wart Das war's 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 Und es gibt auch Trotzdem natürlich Gründe für den Umweltschutz, über die wir reden können Zum Beispiel Tierschutz ist ein Thema, was manchen Leuten vielleicht auch abseits zum Klimawandel einfach wichtig ist Man könnte drüber reden, dass auch erneuerbare Energien vielleicht trotzdem spannend sind auch wenn man nicht an den Klimawandel glaubt Einfach weil die Rohstoffe in der klassischen Ölverbrennung und Braunkohle etc. die sind irgendwann aufgebraucht Das heißt erneuerbare Energien irgendwann ist das sowieso vielleicht notwendig Dann hast du noch die Leute die sagen okay gut Smog zum Beispiel in der Stadt Also ich glaube wir können egal welcher Meinung man ist nicht drüber streiten, dass frische Luft auf jeden Fall besser riecht als wenn man 20 Minuten einen Auspuff einatmet Nicht machen Kinder, das ist tödlich Ich glaube das ist kein Streitpunkt Das heißt Umweltschutz auch über dieses Thema heraus, was bei Leuten wie Donald Trump oder bei einigen Leuten auch in Deutschland ja sozusagen eine Streitfrage ist obwohl eben so viele Wissenschaftler dahinter sind Gibt es auch andere Gründe über die man trotzdem reden kann Genau weil das Problem ist von heute auf morgen auf E-Autos umzusteigen ist auch gar nicht so leicht wie man denkt und auf erneuerbare Energien umzusteigen auch nicht Genauso wenn wir jetzt sagen würden wir bauen jetzt keine Braunkohle mehr ab Das alles würde uns natürlich vor Herausforderungen stellen Wie ist denn eigentlich die ganze Stromversorgung jetzt gesichert, der Energiehaushalt und vor allem wo finde ich überhaupt die nächste Steckdose für mein Auto Können wir jetzt alles ehrlich gesagt gerade noch nicht so ganz beantworten Auch wenn wir natürlich der Meinung sind Tendenziell muss was für die Umwelt getan werden Also ein sehr komplexes Thema auf das wir Antworten suchen und uns viele Fragen stellen Und ja, da würde ich gleich mal übergeben, weil du würdest jetzt gerne dafür unsere neuen Gäste ankündigen Ja, wir haben heute hier den lieben Klängern Raik Anders und Nina Kutschera Herzlich Willkommen Klatsch, klatsch, klatsch Ja, herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr da seid Wer ist mit dem Flieger hergekommen? Ich bin mit der Bahn gekommen Und apropos, in der Bahn war sogar eine Anzeige auf diesen Displays, dass die Bahn das umweltschonendste Verkehrsmittel ist Neben dem Fahrrad Herzlichen Glückwunsch, Timo, hast du gut gemacht Ja, genau, also was und was Das Fahrrad hat sie wieder vergessen, aber ja Dankeschön Ich würde sagen, bevor wir jetzt in diese Diskussion einsteigen, gehen wir nochmal rüber zu Isa Die bestimmt auch ein paar coole Fakten zum Thema Umwelt für uns hat Ja, ihr habt das ja schon so ein bisschen angedeutet, dass Umwelt natürlich so das Oberthema ist Aber dass eigentlich die Fragen doch eher differenzierter sind Also ob das Tierschutz ist oder ob das erneuerbare Energien sind Und das Gleiche haben wir auch so ein bisschen festgestellt, als wir uns die meistgestellten Fragen zum Thema Umwelt angeschaut haben Klar, man findet Fragen zu, wie kann ich den Umweltschutz stärker voranbringen oder was kann ich tun, um die Umwelt zu schützen Aber wir haben uns aus fünf Untergruppen mal so die Top-Fragen rausgesucht Und wir gucken einmal auf den Screen Also erste Frage ist, glaube ich, das, was uns jetzt auch in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat Thema Dieselgate, wie wird Diesel abgeschafft? Zweite Frage, wie viel erneuerbare Energie gibt es in Deutschland eigentlich? Laura, du hast es auch schon angesprochen Dritte Frage, wie umweltfreundlich sind Elektroautos Auch Thema Donald Trump Ist der Klimawandel die Ursache für Hurricanes und wird das eigentlich nur noch verstärkt? Und letzte Frage fand ich ganz interessant in Richtung Tierschutz Welche Kosmetik wird eigentlich ohne Tierversuche hergestellt? Das vielleicht mal für euch jetzt in die Runde zur Diskussion Ja, spannend auf jeden Fall Vielen Dank für die Fragen, Isa Natürlich sind auch wieder eure Fragen gefragt, im wahrsten Sinne des Wortes Also schreibt sie unter das Video in die Kommentarfunktion Und auf Twitter natürlich Und auf Twitter Darf man nicht vernachlässigen Und an euch haben wir natürlich auch ein paar Fragen, Robin Ja, also wir haben ja vorher im Vornherein gesagt, ihr dürft Themen mitbringen Und du hattest gesagt, das Thema erneuerbare Energien, das ist für dich wichtig Erzähl doch mal, warum bewegt dich das? Wir haben ja gerade auch generell die Diskussion in der Automobilbranche Dass halt sehr viele Leute eigentlich dafür plädieren, Elektroautos einzuführen, die viel mehr zu verbreiten Was ja auch mit der Dieselfrage in Zusammenhang steht Mein Problem dabei ist, dass diese Autos ja auch immer nur im gewissen Maße so umweltfreundlich sind Wie der Strom, den sie benutzen Und ob wir es dann schaffen, in unserem Land auch einen sauberen Strom zu produzieren Damit wir auch saubere Autos haben und nicht am Ende gar nicht so viel gewonnen haben, wie wir eigentlich vermuten Also ich glaube, das ist generell so ein Thema Also was wir so ein bisschen erreichen wollen hier in den Diskussionsrunden allgemein Ist, dass die Leute zu Hause am Ende des Tages ein Gefühl haben dafür, was die Problematik ist Also warum es nicht zu jeder dieser Fragen einfach so eine simple Antwort gibt Wie wir uns das im ersten Moment vielleicht wünschen würden Also ich finde, dass es eben nicht so ist wie Ja, fällt einfach jetzt jeder Morgen ein E-Auto Wir schaffen alle Diesel ab und Braunkohle gibt es auch nicht mehr Das will ja auch keine der Parteien sozusagen Aber man wird sich das vielleicht manchmal wünschen Nina, du bist ja auch Mutter, soweit ich weiß, genau Wie ist das für dich als Mutter? Also bewegt einen das anders, wenn man weiß, sowas wie Klimawandel könnte In 10, 20, 30, 40, 50 Jahren sozusagen Wenn jemand wie Donald Trump dann eventuell friedlich im hohen Alter hoffentlich gestorben ist Aber wir diejenigen sind, die das dann ausbaden müssen Oder unsere Kinder oder unsere Enkelkinder Ja, absolut Also für mich ist das ein ganz, ganz wichtiges, großes Thema Auch zu Hause Ich spreche mit meinen Kindern auch darüber Die Kleine ist sieben, die Große ist sechzehn Für die ist das auch schon so ein Ding Und sie schaut tatsächlich und da bin ich sehr, sehr stolz drauf Jetzt schon darauf, dass sie zum Beispiel sagt Mama, lass uns auf den Erzeugermarkt gehen und da Sachen einkaufen Oh Gott, das wird jetzt ein Riesenthema Ich kann jetzt stundenlang reden, ich hab nicht so lange Und wir achten zum Beispiel darauf, wie kommen wir von A nach B Und ich möchte meinen Kindern so gerne eine gute Zukunft ermöglichen Und deswegen ist dieses Thema bei uns ganz, ganz groß Ja, ich denke dieses, wie kommt man von A nach B ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort Weil das ist ja einfach, was uns jeden Tag im Alltag beschäftigt Also ich frag mich jeden Tag, wie komme ich von A nach B Seid ihr da Einfach weil die Bahn nicht fährt Einfach weil die Bahn nicht fährt Und ich denke, verdammte Scheiße, wie komme ich da jetzt hin Ja, aber was gibt's denn da vielleicht noch für Situationen im Alltag Wo ihr bewusst lebt oder wo ihr euch vielleicht selber dabei manchmal erwischt Und sagt, naja, da hab ich jetzt irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen drauf geschissen Weil ich hab einfach vergessen, die Heizung auszumachen oder sowas Das war an dich, du hast doch gar nichts gesagt Genau, erzähl doch mal Ich find so eine warme Wohnung ist was ganz Feines Was furchtbar Feines Ja, was furchtbar Feines Deswegen, also solche Gedanken mach ich mir persönlich ja zum Beispiel nicht Klar, es gibt so diese Klassiker, dass man sagt, beim Einkaufen verzichtet man ja zum Beispiel Entweder auf bestimmte Produkte oder meinetwegen auch auf die Plastiktüte Sondern nimmt sich selbst einen Beutel mit oder was auch immer Grundsätzlich finde ich es aber trotzdem immer ein bisschen bequem Sowohl von Industrie als auch Politik Dass die immer alles so auf den Verbraucher abschieben Im Sinne von, ey, Klimawandel, eklige Geschichte Aber löst ihr das mal selbst mit eurem ethischen Konsum oder so weiter Also da kann ich jetzt auch mich ethisch totkonsumieren wie ich will Aber wenn es halt einfach kein Auto gibt Wir haben ja vorhin die Frage gesehen mit dem Diesel, wird Diesel abgeschafft, ja Wenn es halt einfach kein Fahrzeug momentan gibt Irgendwie das ich als Verbraucher mir entweder leisten kann Oder das halt gewisse Grenzwerte einhält So, dann kann ich auch nichts machen So, ich kann jetzt auch nicht die ganze Zeit mit dem Fahrrad Jetzt irgendwie 50 Kilometer zur Arbeit hin- und zurückfahren Irgendwie im Winter Also macht dann auch keinen Spaß mehr Deswegen aus meiner Sicht eher so verantwortungsweich der Politik Und nicht immer alles auf die Bürger abschieben Wir haben jetzt gerade noch einen Kommentar dazu Nämlich ist die Diskussion über Elektroautos zur Energiewende Nicht so lange unnötig, wie wir die meisten Die meisten Strom von Braunkohle und Atomkraft bezieht Das hast du gerade in den Raum geworfen Es gibt ja noch ein anderes Problem bei den Eherautos Es gibt nämlich nicht nur das Problem, dass der Strom sozusagen der E-Autos Ja irgendwie dann auch theoretisch aus erneuerbaren Energien kommen muss Damit es zu 100% für die Umwelt geeignet ist Auch die Herstellung der Autos ist ja in gewisser Weise ein Problem Weil da oft Stoffe Stichwort Batterien Batterien und so weiter kommen oft Stoffe zum Einsatz Die eventuell umweltverstanden sind Ich glaube wir haben eine Statistik vorher herausgesucht in der Recherche Du musst mit deinem E-Auto 80.000 Kilometer fahren Um auf diese Null zu kommen Dass das, was quasi vorher ins Auto reingesteckt wurde Irgendwann wieder quasi diese positive Bilanz erreicht Also ich weiß nicht, was ihr Autos fahrt Ob die alle schon 80.000 gelaufen haben Ob die den Punkt schon erreicht haben Oder ob die alle schon die Tesla haben Ich meine, okay, dann fahr doch 80.000 Kilometer Schön, also viel Spaß Aber ich meine, wenn wir auch auf diese konventionellen Energie marschieren Im Sinne von diese Erneuerbaren und sowas Was bringt das schon Das ist zu wenig Und immer diese Sätze Dieser Zufallstrom und so Das klappt doch nicht Ich meine, hast du so einen Braunkohletagebau mal gesehen? So, weißt du? Schaut ein bisschen future-mäßig auch, ne? Ja, ey, wo die so kilometerweit einfach so die Erde aufgerissen haben Irgendwelche Dörfer müssen abgerissen werden Flüsse werden umgeleitet oder vergiftet oder was auch immer Und dann stellen sich die Leute immer so hin Von der Braunkohleindustrie oder von den erneuerbaren Energiegegnern Und sagen so, ah nein, die Windräder sind zu schlimm Weil die verschandeln die Landschaft oder sowas Weißt du? Und dann siehst du halt diese Mondlandschaften von der Braunkohleindustrie Und sagst, Alter, wovon redet ihr eigentlich? Also das ist wirklich furchtbar menschbar Man muss auch sagen, dass die Ölgewinnung und die Benzinproduktion Jetzt auch nicht besonders umweltfreundlich ist Wenn man sieht, dass Ölbohrinseln im Meer versinken Und da Millionen von Litern in die Meere pumpen Dann ist das glaube ich auch nicht unbedingt ganz so geil für die Umwelt Wie seht ihr denn dieses Argument, dass es keinen Klimawandel gibt? Weil ich finde das immer sehr spannend Wir haben nachher nochmal das Thema Fake News und postfaktisch und was auch immer Also diese Zahl, 97% der Wissenschaftler sagen das Aber was ich immer nicht verstehe ist Auch wenn du nicht an den Klimawandel glaubst Wir nennen das jetzt mal Glauben und erlauben jetzt auch mal Leuten Ein Fakt zu glauben Dann gibt es doch immer noch genau solche Argumente für den Umweltschutz, finde ich Also sowas wie die Luft Wenn du in, keine Ahnung, Beijing bist oder sowas Oder auch in Berlin im Vergleich zu einem Bayerischen Wald Dann merkst du doch, dass das hier selber nicht gut tut, diese Luft zu riechen Also wäre es doch eigentlich erstrebenswert Wenn ich so ganz kurz was sagen kann, weil das ist auch ein wichtiger Punkt, wenn ich hier nur ansprichst Weil aus der deutschen Perspektive oder europäischen Perspektive Ist das für viele vielleicht so ein Ding von Liebe zur Natur oder sowas Wenn wir jetzt diese Elektrofahrzeuge haben, haben wir vielleicht nicht unbedingt dieses Gutgewissen Im Sinn von, hey wir haben die Welt gerettet oder sowas Ich glaube die Illusion machen die sich nicht, sondern einfach So cool, wir können atmen, so schön Weißt du, weil ich meine was muss noch passieren, damit du das irgendwie ernst nimmst Mit dieser Umweltverschmutzung, wenn du schon so eine Maske vermutet haben musst, um zu atmen Also ich meine spätestens da muss auch irgendwo dem Letzten das Licht aufgehen Und ich meine die Situation haben wir halt in Deutschland noch nicht Dass du wirklich mit so einem Mundschutz raus musst, aber die Chinesen kennen das Und die sind jetzt auch der Vorreiter auf dem E-Markt Ja wir haben jetzt auch noch einen Kommentar gesehen gerade Vielleicht tafft er nochmal auf, genau Und zwar auch Stichwort Autos nochmal Sollen Siliziumbatterien auch abgeschafft werden, wenn wir schon bei Umweltschutz sind Wie seht ihr das? Muss man da auch nochmal angreifen? Also ich bin jetzt kein Batterieexperte Warum denn ich? Du bist doch YouTuber Du musst auch alles wissen Aber ich glaube, dass generell, wenn sich diese Branche der Elektroautos weiter etabliert Dieser Wirtschaftszweig überhaupt viel mehr Möglichkeiten hat Mit finanziellen Mitteln da zu forschen und Alternativen zu entwickeln Sodass vielleicht auch unsere Handys irgendwann mal länger als ein, zwei Tage mit dem Akku auskommen Und dass wir vielleicht auch umweltschonendere Batterien haben, die auch tausend Kilometer mit dem Auto fahren können Also eine Sache, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, ist ja auch Es ist der wirtschaftliche Aspekt Also eine Angst, die ja zum Beispiel jetzt Leute haben, die zum Beispiel in einem braunen Kohlekraftwerk arbeiten Du hast gerade neue Jobs angesprochen, ist ja so ein Problem Okay, was passiert mit all diesen Leuten, die in diesen alten Sektoren arbeiten, wenn die von heute auf morgen sozusagen Das wird jetzt, also zum Beispiel, es müssen jetzt 25 Kohlekraftwerke müssen nächste Woche abgeschaltet werden Was passiert dann mit diesen Leuten? Das ist natürlich auch eine Sorge, die dann, geht dann dieses Wohl dieser, keine Ahnung wie hoch die Anzahl der Arbeiter ist Aber sagen wir es einfach mal, es sind 50.000 sozusagen Kannst du es sagen, sehr gut Genau, also wenn du das alles zusammen nimmst, so von der konventionellen Energie Das heißt, du hast die Braunkohle, du hast Steinkohle, du hast meinetwegen auch noch Atomenergie dazu Und dann auch noch die Gasindustrie Dann hast du in ganz Deutschland, das sind so 100.000 Arbeitsplätze ungefähr Wenn du aber auf die Erneuerbaren guckst, dann hast du schon, 2015 hast du schon fast 400.000 Also das heißt, du hast schon heute die vierfache Menge an Arbeitsplätzen Deswegen finde ich das immer so ein verlogenes Argument, einfach von diesen Energiekonzernen Dass die immer sagen, ja, die Arbeitsplätze, die Erneuerbaren, die machen das kaputt oder sowas Nein, so die liefern, die bauen ohne Ende neue Arbeitsplätze Ja gut, aber die 100.000 werden ja dann trotzdem wahrscheinlich danach arbeitslos Guck mal, wenn du es jetzt allein so einen Strich machen würdest, innerhalb von einem Monat Alle Arbeitsplätze weg von diesen Industrien, die ich aufgezählt habe Dann hättest du, sag ich mal, 100.000 Arbeitsplätze weg Okay, innerhalb von einem Monat, gut Solche Bewegungen haben wir sowieso eigentlich fast jeden Monat in Deutschland Das ist immer so diese Schwankung auf dem Arbeitsmarkt Wir haben so von Monat zu Monat so zwischen 10.000 und 100.000 Arbeitsplätze fallen immer weg So konjunkturbedingt oder aus welchem Grund auch immer Das heißt, der deutsche Arbeitsmarkt könnte es durchaus verkraften Und selbst wenn du diese 100.000 streichst auf einen Moment Wären das trotzdem nur 0,3 Prozent der Beschäftigten in Deutschland Das heißt, der deutsche Arbeitsmarkt, der verkraftet das nicht nur, sondern der würde das fast nicht mal merken Okay, interessant Ich wollte sagen, wir hatten ja auch damals, als die Dampfmaschine erfunden wurde Die Diskussion, dass plötzlich gar keine Arbeiter mehr gebraucht werden, weil ja alles maschinell produziert werden würde Und alle dachten, dass plötzlich so viel Arbeitslosigkeit ist Also ich glaube auch, dass dieser Weg dahin viel mehr Arbeitsplätze schafft, als er eigentlich zerstören würde In absoluten Zahlen Ich glaube, das werden wir beim Automatismus auch nochmal haben Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart Wir sehen euch in Teilen, glaube ich, alle später nochmal In anderen Panels zu diesen Themen Und ja, genau, vielen Dank auch für eure Meinung auf jeden Fall Und jetzt interessiert uns ja nicht nur unsere Meinung und von unseren Gästen Sondern vor allem, was die Parteien dazu sagen Und dazu haben wir ein Informa-Video für euch zum Thema Wie stoppen wir den Klimawandel? Dass das ganze Thema nochmal ganz gut zusammenfasst Ich fürchte, da gibt es keine Maßnahmen, die man wichtig und unwichtig unterteilen kann Ich bin in Punkto Klimawandel und dem, was die Menschen dazu machen können, persönlich sehr skeptisch Ja, wir haben einen Klimawandel Ich glaube nicht, dass die Reduzierung des CO2-Ausstoßes da große Aufwürge bringt Runter mit den CO2-Emissionen Seit acht Jahren sinken die in Deutschland nicht Wir sind Weltmeister bei der Braunkohle Ich hätte gern, dass wir Weltmeister wären beim Klimaschutz Also raus aus der schmutzigen Kohle Da ist sehr wichtig, dass der CO2-Ausstoß reduziert wird Das, was dort in der Autobranche gelaufen ist, ist skandalös Aber wir brauchen den konsequenten Umstieg Und zumindest muss Deutschland das Pariser Abkommen einhalten Ehrlich gesagt, die wichtigste Maßnahme gegen den Klimawandel ist das Bewusstsein der Bevölkerung stärker zu schärfen Denn es gibt jetzt schon viele Maßnahmen, die man ergreifen könnte Und zu wenige Menschen tun das Von politischer Seite aus müssen wir die Klimaschutzziele vorantreiben Und müssen auch gesetzliche Vorgaben machen Sei es in der Energiepolitik, aber auch zum Beispiel bei Verkehr Wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren Und dafür brauchen wir neue Technologien, Innovationen Und zwar weltweit Also beispielsweise bei uns ist die Frage Wie kriegen wir die alten Heizungen modernisiert Der sogenannte Wärmemarkt, das ist der schlafende Riese Also für eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes Wir müssen uns bitte keine Subventionen, keine Planwirtschaft Sondern Technologieoffenheit Und an die Dinge rangehen Wo man mit relativ wenig Geld schnell CO2-Minderung erreichen kann Ja, weniger klimaschädliche Gase auszuströmen Das heißt das CO2 ist das Entscheidende Und da müssen wir sowohl beim Verkehr als auch bei der Landwirtschaft Aber auch bei der Heizung noch besser werden als wir es sind Ja, da sind wir wieder Ja, wir haben uns jetzt gerade dieses Video anguckt Vielen Dank übrigens an Funk, dass wir diese Videos nutzen dürfen Ganz tolle Sache Und wir haben jetzt so ein bisschen natürlich gehört, was die Parteien sagen Sehr präzise, sehr knapp Und wir wollen das jetzt einfach hier nochmal so ein bisschen auf die Tafel schreiben Das ist quasi unser Mini-Wahl-O-Mat hier ein bisschen Ich habe den Stift gezückt Genau, wir haben uns überlegt, wir machen einfach mal so Wenn die Leute sagen, das Thema ist ihnen wichtig und sie wollen sich dafür einsetzen Geben wir ihnen einen Plus Wenn es ihnen besonders wichtig ist, geben wir ihnen zwei Plus Und wenn sie sagen, ja, ist mir eher Latte Dann geben wir ihnen einen Strich oder einen Minus Genau Ja, die CDU hat gerade gesagt Ja, wir finden auch Klimaschutz ist wichtig Natürlich in den Nuancen ist das immer ganz unterschiedlich Das haben wir vorhin auch schon mal besprochen SPD hat auch gesagt, ist ihnen auch wichtig Linke ebenso Und bei den Grünen, ich glaube denen können wir jetzt auch zwei Pluszeichen geben Weil das ist natürlich deren Motto Nummer eins Steckenpferd quasi FDP hat auch gesagt, ist ihnen wichtig Obwohl man da auf jeden Fall nochmal dazu sagen muss Sie wollen das mit weniger staatlicher Förderung tun Und die Alternative für Deutschland hat gerade gesagt Zumindest Alexander Gaunert hat gerade gesagt Ja, kann man nix machen Ist sich gar nicht so sicher Und deswegen da jetzt ein Minus Und ich würde sagen, wir gehen jetzt vielleicht nochmal kurz hier rüber Zu den Erstwählern Und ich würde einfach gerne Ich habe das jetzt hier alles so ein bisschen mitbeobachtet Ich würde einfach gerne nochmal mit euch quatschen So, Thema Umwelt Wie ist das bei euch? Ist das so als junger Mensch Auch in eurem Freundeskreis bei euch Ist das ein großes Thema? Also geht man da inzwischen bewusster mit dem Thema um? Oder ist das eher so, okay, ja gut Ich flieg jetzt erst Dylan, du jettest bestimmt Durch die ganze Welt die ganze Zeit Also bei mir ist es so Ich achte schon gerne drauf Aber es ist halt wieder so in diesen Nuancen Zum Beispiel ich bin super gerne mit dem Oder einfach weil es praktischer ist Fliege ich deutlich mehr Als dass ich mit dem Zug fahren würde oder sowas Aber gleichzeitig bin ich ein riesen Fan von Elektromobilität Und bin relativ gut up to date was Elektroautos angeht Deswegen ist es so ein hin und her Ja, aber so in meinem kleinen Nerdkreis Sind wir alle sehr große Fans von Elektromobilität Und in die Richtung sind wir auf jeden Fall sehr gut am Start Aber liegt das daran, dass es einfach nur cool ist? Beides Also ich finde es einfach geil und interessant Weil es technisch sehr interessant ist Aber ansonsten auch, weil man sieht was passiert Weil Ressourcen irgendwann zu Ende gehen Und man einfach auch so eine Bewegung lostreten kann Eventuell wenn man da ein bisschen mehr in die Richtung pusht Ja super vielen Dank Ich würde sagen die Band spielt uns jetzt passend dazu Einen umweltfreundlichen Song Und zum frei Und zum frei Und dann weiter Ich bin genau Und dann im empowereden Und dann in jap muss ich sagen. Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, weil wir haben uns jetzt hier an der Bar versammelt. Vielen Dank. Sogar mit einer E-Kerze, natürlich. Sehr unweitfreundlich. Weil wir jetzt hier ein kleines Date haben. Erzähl doch mal mehr dazu. Wir haben es vorhin schon gehört, fand ich auch ganz spannend von Demokratie in Bewegung, dass der Wahl-O-Mat für die Parteien, also zumindest für die ganz Kleinen, mal gucken, wie es bei den Großen ist, tatsächlich ganz wichtig ist. Also es ist ein Tool, falls ihr das noch nicht kennt, empfehlen wir sehr von der Bundeszentrale für politische Bildung. Der Wahl-O-Mat, wer es noch nicht gemacht hat, bobiert es aus. Es ist wirklich ganz cool zu sehen, wie so die persönliche Meinung mit der der Parteien so ein bisschen matcht. Aber wir wollen euch jetzt noch eine romantischere, vielleicht ein bisschen jugendlichere, vielleicht ein bisschen leichtere Art und Weise vorstellen, das auch einfach mal so zwischendurch zu checken. Und zwar, genau, das Ganze nennt sich Wahl-Swiper. Für alle, die sich da drunter jetzt erstmal noch nichts vorstellen können, denkt an Tinder. Das kennen vielleicht dann schon mehrere. Nie gehört. Noch nie gehört, natürlich. Nie gemacht, nie gehört. Ich auch nicht, nur zum ersten Mal gerade. Aber da kann man dann eigentlich ganz gut, ähnlich wie beim Wahl-O-Mat, durch die Fragen swipen, wie der Name sagt und mit Ja und Nein antworten. Und im besten Fall kommt dann die Partei raus, für die ihr stimmen solltet. Wir hatten das vorhin mit Tinder, ne? Ja, genau. Du swipest die ganze Zeit und nie jemand antwortet. Das ist wie bei den Parteien, oder? Später kommt dann das Ergebnis raus, ja. Später kommt dann das Ergebnis raus, der STD-Check. Ja gut, wir probieren das einfach mal aus, um es mal zu zeigen. Das ist nämlich ganz cool. Wir haben einmal ein Video, das heißt, wenn uns das Thema nichts sagt, dann können wir einmal das Video angucken und dann kann man Ja oder Nein einfach links-rechts falten, wie man das nicht kennt. Ich habe das von einem Freund erfahren, dass er das machen kann. Ich würde sagen, wir probieren einfach aus, was passiert, wenn man immer nur Nein sagt. Die Nein-Sager-Fraktion. Interessiert mich nicht, Arbeit, Bildung, Umwelt. Ich muss ganz schnell swipen. Steuern will ich nicht, Flüchtlingskrise, Gesundheit, Familie, Gesellschaft, mir alles egal. Eigentlich finden wir gerade alles scheiße. Nein, die Fragen sind ja auch, die Partei, die jetzt am Ende rauskommt, für die nicht unbedingt alles scheiße, die Fragen sind ja auch so ein bisschen unterschiedlich formuliert. Wir sagen einfach jetzt immer mal Nein, um es zu demonstrieren. Wir wollen jetzt hier Demokratien bewegen und die Partei nehmen wir auch nochmal dazu. Und das Ergebnis ist, 70% FDP. Und danach CDU, CSU mit 30%, dann AfD mit 56%. Und hier Demokratie und Bewegung, nur 23% da unten. Ja, also spannendes Tool, empfehlen wir sehr, kann man runterladen. Und probiert doch einfach mal aus, was ist, wenn man überall Ja sagt. Das wäre dann vielleicht mal eine Aufgabe von euch. Genau, und eine Frage, die hier auch im Wahlsweiber öfter mal thematisiert wird, ist Europa. Europa, auch ein wichtiges Thema für uns, wie wir ja auch auf der Tafel schon stehen haben. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber. Wir rennen jetzt einfach wieder rüber. Nach Europa. Wir rennen einfach nach Europa. Ganz barrierefrei über die Grenze ins andere Set. Ja, denn es geht jetzt um die EU. Einfach, um es mal kurz so ein bisschen einzuleiten. Die EU, das ist ein Bündnis aus 28 Mitgliedstaaten, die ursprünglich mal als Wirtschaftsgemeinschaft wurde das ganze Ding gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg, um so ein bisschen mit dem Wirtschaftsverbündnis dafür zu sorgen, dass Krieg in Europa vielleicht in Zukunft ein bisschen schwieriger wird. Genau, und wir sind ja eigentlich, oder würde ich mal behaupten, fast die meisten einfach in der EU aufgewachsen und genießen die Vorteile und wissen aber irgendwie vielleicht gar nicht so, wo uns das persönlich betrifft. Also ich meine, Brüssel und EU-Politik, das hört sich irgendwie alles immer sehr abstrakt an. Die meisten von uns haben sich dann vielleicht oder viele so richtig damit mal befasst, als dann der Brexit auf dem Tisch lag und die Briten gesagt haben, wir wollen raus aus der EU. Und man sich plötzlich gefragt hat, ja und was heißt das jetzt eigentlich, wenn ich da rausgehe? Was habe ich dann für Vor, was habe ich für Nachteile vielleicht? Generell gibt es da bei vielen jungen Leuten einfach Unverständnis, was die da in Brüssel treiben. Und dazu haben wir jetzt auch einige Studiogäste, die uns bestimmt mehr dazu sagen können. Ja, wir begrüßen jetzt Timo Wölken, der ist nicht nur EU-Parlamentsabgeordnete, sondern auch YouTuber. Und dann haben wir außerdem noch Raik Anders, Diana Zolöwen und Arne Fleckenstein von dem Kanal Störelement. Bitte schön. Einfach auf und stürmen. Ja, Raik schon wieder da, euch allerdings sage ich nicht hallo nochmal, aber euch allen herzlich willkommen. Danke, dass ihr da seid, sehr schön. Ich würde sagen, bevor wir in das Thema stürzen, machen wir wieder das. Inzwischen kennt ihr es vielleicht auch, wir gehen rüber zu Isar und lassen uns sagen, was die Leute so googeln. Was wissen die Leute nicht über die EU? Relativ viel wissen sie nicht über die EU. Ich selbst habe mal vor vielen Jahren Europawissenschaften studiert, deswegen liegt mir das Thema super am Herzen. Und ist natürlich so, Brexit war das der entscheidende Moment irgendwie auch so für die Europäische Union. So eine Gewissensfrage, was passiert eigentlich in Zukunft mit der Europäischen Union. Und wir haben uns mal die top aufsteigenden Fragen in den letzten, nicht den letzten 14 Tagen, so wie vorher, sondern seit dem Brexit angeschaut. Erste Frage, würde ich sagen, ist eher eine philosophische Frage. Vielleicht könnt ihr die nachher beantworten. Was ist Europa für mich? Zweite Frage ist ein bisschen praktischer. Wann fallen die Roaming-Gebühren in Europa? Dann aber auch, und das haben wir direkt nach der Brexit-Entscheidung auch unter den meistgesuchten Fragen oder gestellten Fragen gesehen, was bedeutet der Brexit ganz allgemein für Europa? Frage Nummer vier, die ist so ein bisschen außen vor. Ich weiß nicht so ganz, was dahinter steckt. Da macht viele Leute im Urlaub. Wo ist es im März in Europa am wärmsten? Und klar, letzte Frage, glaube ich, auch extrem wichtig. Europa bedeutet auch immer Weltpolitik. Mit Donald Trump als US-Präsidenten stellt sich sicherlich auch die Frage, was passiert mit Europa, wenn Trump US-Präsident ist und welche Einstellung hat er. Bevor ich, glaube ich, an euch weitergebe, ganz kurzer Blick noch mal auf das Suchinteresse anhand der Parteien. Denn man kann sich auch anschauen, welche Parteien werden im Zusammenhang mit Europa und der EU am meisten gesucht. Die Grafik zeigt es relativ deutlich. AfD liegt da sehr weit vorne. CDU, SPD, FDP und auch die Linken und Grünen sind relativ nah aneinander. Warum das so ist, könnt ihr vielleicht jetzt erläutern. Vielen Dank für die Fragen erst mal. Wie immer, eure Fragen sind natürlich auch wichtig für uns. Schreibt sie unter das Video in die Kommentarfunktion. Und jetzt haben wir gerade auch schon mitbekommen, dass sogar eine eingegeben wurde direkt. Und zwar, wie wahrscheinlich ist ein Drexit? Also mit Deutschland. Ja, da würde ich direkt mal das Wort übergeben. Genau. An dich, Timo Wölken von der SPD, ist hier ein Abgeordneter im EU-Parlament. Das stimmt. Ja, was passiert da im Parlament? Gibt es da Leute, die glauben, dass es einen Drexit gibt? Also, keine Ahnung. Ich hier auf jeden Fall nicht. Meine Kollegen aus der CDU, SPD definitiv auch nicht. Klar gibt es auch Kollegen, die, also wer sich daran erinnert, Professor Lucke, der war damals ja der Gründer der AfD, ist immer noch Europaabgeordneter, mittlerweile ja nicht mehr Mitglied der Partei, sagt selber, er ist nicht für den Austritt aus der Europäischen Union, aber für den Austritt aus dem Euro. Das ist sozusagen die Unterscheidung. Ich glaube, dass das Thema Drexit oder Deutschland, Austritt aus der EU im Moment keins ist. Okay. Damit auch nicht wir die ganze Zeit nur reden, ich weiß nicht, Raik, wir hatten überlegt, ob du dich vielleicht auch mal ein paar Fragen stellst, damit wir hier so ein bisschen Dialog unter den Gästen haben. Möchtest du das übernehmen oder sollen wir hier weitermachen? Frage an Timo. Okay, gut. Werfen wir jetzt einfach ins kalte Wasser. Ich habe spontan aus den Ärmel geschüttelt. Okay. Zum Thema Europa muss es natürlich auch sein. Okay, das wird jetzt ein Interview-Freestyle auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Dann erzähl mal, wie willst du den anti-europäischen Stimmungen im Europäischen Parlament entgegentreten? Tatsächlich ist ja die geilste Sache eigentlich überhaupt, dass im Europäischen Parlament so viele Parlamentarier sitzen in dem Parlament, dass sie eigentlich auflösen wollen. Das ist ja ein bisschen paradox. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen von dieser anti-europäischen Stimmung weg sind, die wir gespürt haben, gerade nach der Abstimmung Brexit. Dann war die Wahl Trump. Das haben wir vorhin schon auch diesen Peak sozusagen gesehen, als Trump gewählt wurde. Und danach ging es ja dann doch, gab es ja noch die Wahl in Frankreich, die proeuropäisch ausgegangen ist, in den Niederlanden, die proeuropäisch ausgegangen ist, in Österreich, die Wahl des Präsidenten, die proeuropäisch ausgegangen ist. Und ich glaube, das war direkte Folge der Wahl von Trump. Also, dass Menschen gesehen haben, oh Gott, mit Populismus kann man es tatsächlich zum Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika bringen. Aber Populismus gibt uns gar keine Antworten. So. Mein wichtigstes Ziel als junger Abgeordneter, ich bin der jüngste deutsche SPD-Abgeordneter, ich bin 31 Jahre alt. Für einige, die das erste Mal wählen dürfen, dann auch schmiedern, alter Sack. Aber für das Europäische Parlament noch jung. Und mein Ding ist es tatsächlich, mit jungen Leuten über Europa zu reden. Also, ich gehe ganz viel in Schulen, das ist mir enorm wichtig. Mein Kanal ist sozusagen mein Ansatz, das auch noch ein bisschen zu tun, um jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Einfach über ganz andere Wege. Und ich glaube, wir müssen einfach klar machen, was die Vorteile von Europa sind. Das ist nicht einfach, aber es gibt einfach so viele, dass es sich lohnt, darüber zu reden. Mal ganz kurze Frage, weil du hast ja dann auch mit vielen europäischen Abgeordneten direkt zu tun. Und was ja in der jüngeren Vergangenheit auch immer wieder passiert, ist, dass nicht komplette Nationen sich von der EU abspalten wollen, sondern dass auch innerhalb der einzelnen Nationen, zum Beispiel Spanien, Katalonien, sagen jetzt, nein, wir wollen nicht mehr zu Spanien gehören. Oder tatsächlich auch Venezien in Italien, dass sie sagen, nein, Italien wollen wir nicht mehr oder EU wollen wir nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir sehen immer, Schottland wieder rein oder so, weil England rausgeht. Also es ist immer nur dieses Hin und Hopf vom Wegen, nein, alleine sind wir stärker, immer diese Faust auf den Tisch, die sagt, wir wollen es jetzt alleine machen. Spürt man das auch im europäischen Parlament? Es gibt diese Bestrebungen natürlich auch, dass sie sagen, nein, wir wollen das nicht hier, was wir alles machen, ist blöd, aber es ist halt vorbei an allen Fakten. Also wir wissen, dass Europa, der Anteil an der Weltbevölkerung in den nächsten Jahren von 6 auf 4 Prozent zurückgehen wird. Wir wissen, dass wir die älteste Bevölkerung in Europa haben werden, weltweit, mit Abstand. Und das sind alles Dinge, wo man sich klar machen muss, alleine, selbst ein Land wie Deutschland mit 80 Millionen ist halt im Vergleich zu China nix. Aber eine große Gruppe aus ganz vielen alten Menschen anstatt dass alte Menschen alleine irgendwo sind. Ja, das ist schon mal was, weil wenn du mit 500 Millionen gleichzeitig sprechen kannst, hast du eine ganz andere Rolle in der Welt. Einfach ein riesiges Altenheim mit ganz vielen Leuten, die zusammen... Naja, und uns. Es gibt ja auch noch junge Menschen, so ist das nicht. Aber dass das Durchschnittsalter in Europa so hoch sein wird, liegt halt eben auch an einer guten Gesundheitsversorgung, an einer guten Grundlage, die wir in der Europäischen Union haben. Aber trotzdem wäre es so, wenn die wenigen alten Leute sozusagen sich gegen andere Menschen stellen müssen, wären sie alleine einfach sehr viel schwächer. Reden wir mal drüber, dass wir vielleicht noch Leute reinholen. Der Schoko Kuxel sagt, welche Chancen hat die Türkei zum EU-Beitritt? Ja, das ist eine Grundsatzfrage, die man sich selber beantworten muss. Will man denn Eintritt der Türkei in die EU, ja oder nein? Im Moment haben sie gar keine Chance. Okay. Also ich versuch's ein bisschen kurz zu halten. Ja, sehr gut. Das wäre aber noch eine wenig begrenzte Zeit. Deswegen, ich würde es mal an Arme geben. Und zwar, wir können ja so ein Google-Out-System Autocomplete spielen. Und zwar, wir tippen ein, Europa ist für mich, Punkt, Punkt, Punkt. Was ist dann bei dir? Was wird dann angezeigt in der Autocomplete-Liste? Europa ist für mich selbstverständlich. Ja, glaube ich, das allererste. Ich bin so aufgewachsen, ich kenne es gar nicht anders. Ich glaube, das geht vielen so, aber ist auch, glaube ich, genau deswegen wahrscheinlich auch manchmal ein kleines Problemchen, weil wir halt gar nicht mehr wissen, warum das überhaupt zustande gekommen ist, nämlich damit es keinen Krieg mehr in Europa gibt. Deswegen, glaube ich, haben wir da gar nicht so einen Bezug zu, sozusagen. Und Diana, was ist für dich? Also ich hätte jetzt auch gesagt, Freiheit und eigentlich auch Einheit. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Ich habe meine Zuschauer zu dem Thema ja auch letztens befragen können, da geht ihr, glaube ich, auch drauf ein. Und viele haben das Gefühl, glaube ich, nicht mehr, dass Europa so eine Einheit ist. Aber ich glaube auch, zum Beispiel, ich studiere ja noch und da sieht man auch, welche Möglichkeiten zum Beispiel so Erasmus-Programme haben, dass man einfach mal in anderen Ländern da studieren kann, dass das kostengünstig ist oder auch sowas wie Roaming, dass wir keine Roaming-Gebühren haben. Das sind wir auch der EU zu verdanken. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz sagen, du hast ja vor drei Tagen auch jemanden interviewt, Stichwort im Europaparlament. Genau, das war Jean-Claude Juncker, der Präsident der EU-Kommission. Ich glaube, wenn man da jetzt Isar fragen würde, ist das Jean-Claude Van Damme? Also vielleicht erst mal erklären, was ist die Position, die erinnern hat? Genau, also er ist ja quasi von der EU, ist ja einfach der Vorsitzende, ich weiß nicht, du kannst das wahrscheinlich, oder der Präsident, genau, der Kommission und hat natürlich auch ja eine sehr stark auf der einen Seite auch repräsentative Rolle und kann auch wirklich sehr viel bewegen und entscheiden und er hat ja einen Tag, bevor ich ihn interviewen konnte, in Straßburg auch eine Rede gehalten, wo es um die Lage der EU geht und da hat er natürlich auch einige interessante Dinge erzählt, wie so ein bisschen vielleicht die Zukunft der EU aussehen soll und kann und da fand ich es auch sehr spannend, weil es wirklich sehr hoffnungsvoll, sehr positiv war und ich glaube, gerade auch in Zeiten von Brexit oder wenn es hier in Deutschland Parteien wie die AfD gibt, die immer dagegen preschen, braucht man vielleicht so ein bisschen positive Vibes bei dem ganzen Thema, damit die Leute wirklich auch verstehen, was die EU ist und das hast du ja eben auch gesagt, dass das Thema Frieden halt auch ein Grund ist, warum es die EU gibt und dass das ja auch total wichtig ist und ich glaube, gerade so die Generation, in der ich lebe, wir sind da halt sehr verwöhnt, weil wir einfach nicht diese schlimmen Kriegszeiten kennen. Dann würden wir vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Zuschauerfrage mit einblenden und versuchen zu beantworten und zwar Thomas Brush schreibt, wie sollte sich die EU gegenüber Ländern verhalten, die ausgestiegen sind. Vielleicht Timo nochmal zum Abschluss. Das ist natürlich jetzt eine sehr, sehr lange Frage, aber ich glaube schon, dass die Europäische Union klare Kante zeigen muss, wenn jemand austritt und das sehen wir jetzt ja auch beim Brexit. Es kann nicht sein, dass sich ein Land, das austritt, dann aus den Verpflichtungen sozusagen verabschiedet, Beiträge zu zahlen, Gesetze umzusetzen, sozusagen da nur noch raussuchen kann, was sie wollen. Das finde ich geht gar nicht. Insofern muss klar sein, wenn ein Land austritt, dann müssen die anderen Länder und gucken, was ist ihre Verhandlungslinie. Das gab es gegenüber den Briten. Das hat das Parlament gemacht in der Resolution. Das hat der Europäische Rat gemacht und dann muss knallhart verhandelt werden, weil es geht eben nicht nur um irgendwie, keine Ahnung, Kindergartenfeste, sondern es geht wirklich um die Lebensbedingungen von Menschen. Und dann muss man schon sagen, wenn ein Land wie Großbritannien irgendwie uns anderen Europäern das schwierig macht, in ein Land zu kommen, jetzt schon, also jetzt gerade, wo sie noch Mitglied sind, dann geht das für mich gar nicht. Und deswegen glaube ich, das wäre so die Frage, es wäre glaube ich schon, dass die anderen Mitgliedstaaten geschlossen bleiben müssen gegenüber dem Land, das austritt, um so eine Rosinenpickerei sozusagen zu vermeiden. Und gerade für junge Menschen ist dieser Brexit natürlich eine absolute Katastrophe, leider. also wenn man an Raik überhielt, du kannst vielleicht, ja, Raik hat doch so wenig gesagt. Ja, ganz kurz, nein, du hast zum Beispiel noch was angesprochen, was ich auch ganz wichtig fand, auch schon vorhin tatsächlich, wo du meintest, die Lebenserwartung bei uns ist halt hoch und es gibt immer so eine Sache, es wurde ja auch gefragt, was ist Europa für mich oder so. Du hast zum Beispiel gesagt, selbstverständlich. und für mich ist es auf jeden Fall auch unterschätzt irgendwo, weil es gibt immer diese Ansicht von manchen Leuten, die sagen, ja, guck mal, das Europäische Parlament, da sitzen dann irgendwelche lustigen Griechen neben irgendwelchen lustigen Italienern und Deutschen und das war es dann halt irgendwie. Aber man muss mal gucken, was für ein Powerhouse das ist, auch jetzt mal verglichen an den USA. Also allein die Wirtschaftsleistung von Europa hat irgendwie, also ist irgendwie um anderthalb Billionen Dollar höher. Wir haben fast doppelt so viele Einwohner. Wir, guck mal, allein bei den Exporten, Entschuldigung, also Europa hat zum Beispiel an den weltweiten Exporten haben die einen Anteil von über einem Drittel, ja. Die USA, die immer so als die große unglaubliche Wirtschaftsmacht gelten, haben gerade mal 8%. Also die Europäer reißen alles ab eigentlich und genau durch solche Sachen wie den Brexit ist man wirklich leider daran, sich den eigenen Ast abzusägen und das finde ich gerade auch, du hast auch nochmal gesagt, dass man seine eigene Zukunft ein bisschen damit verspielt, dass wir das dann ausbaden müssen. Das finde ich halt sehr schade, wenn dann auf diese antieuropäischen Stimmung eingegangen wird, dass dann die eigene Zukunft langsam ein bisschen grauer aussieht. Hanno, du wolltest noch was sagen? Ja, ich habe noch vielleicht auch noch an dich eine Frage oder eine Anmerkung, was vielleicht auch noch für Erstwähler ganz interessant sein könnte, weil wir wählen ja jetzt den Deutschen Bundestag und nicht das EU-Parlament oder so. Inwieweit bekommen wir denn mit unserer Stimme bei der Bundestagswahl eine Stimme in Europa überhaupt? Gute Frage, ja. Also Europa, ganz grob gesagt, es gibt das Parlament, was Entscheidungen mitträgt und den Rat der Europäischen Union und da sitzen immer die jeweiligen Fachminister. Und wenn ein Gesetz beschlossen wird, dann kommt das von der Kommission, also von Präsident Juncker, als Vorschlag, geht ins Parlament und in den Rat und wird im Parlament entschieden und gleichzeitig auch im Rat. Und da sitzen die jeweiligen Fachminister. Und das heißt, wenn wir jetzt den Bundestag wählen nächsten Sonntag, dann entscheiden wir natürlich auch darüber, wie sich der Bundestag zusammensetzt und dann wer Bundeskanzler wird, der wiederum seine Regierungsmeinschaft zusammenstellt. Und insofern hat das schon auch, wenn auch mittelbaren, aber schon auch einen Einfluss darüber, wie Deutschland sich im Rat der Europäischen Union verhält. Also es hat schon eine Auswirkung. Weil die Minister aus Deutschland dann im Bundesrat, im EU-Rat sind. Genau, im Rat der Europäischen Union. Wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt über ein urheberrechtliches Dossier abstimmen, dann stimmen da im Rat sozusagen die Justizminister darüber ab. Und das hängt dann natürlich zusammen, wer gerade in der Regierung ist, wer dann für Deutschland ist. Das ist natürlich die Frage, ob man die meisten jetzt wegen Europa abstimmen oder eine gewisse Partei will oder nicht. Das muss jeder für sich selber beantworten, was das wichtigste Teil des Wahlprogramms für ihn ist bei der Bundestagswahl. Aber ich glaube schon, dass Europa nicht ganz unwichtig ist, auch wenn man sich so die Programme der Parteien anschaut. Wobei ich das Gefühl habe, dass die meisten sich ja nicht so unterscheiden. Aber ich glaube, je weiter man an die Ränder geht, sozusagen, umso mehr unterschiedlichere sind. Das wird schon. Also bei uns steht zum Beispiel drin, ja, wir sind für einen europäischen Finanz- und Wirtschaftsminister. Das steht bei anderen nicht drin. Also da gibt es schon in den Entscheidungen Nuancen sozusagen. Aber die Entscheidung im Bundestag hat auch Einfluss auf die Politik auf europäischer Ebene. Ich glaube, das Stichwort Gesetze war nicht schlecht, weil da gibt es ja auch, was die EU betrifft, ziemlich große Mythen. Und du hast ja auch ein paar auf deinem YouTube-Kanal thematisiert, was ziemlich skurrile Verordnungen und so weiter anbetrifft. Kondome passt auch gut zusammen. Vielleicht kannst du da noch ein Mythos draus machen. Kann man gut verbinden. Du hast jetzt die Chance, vielleicht ein Mythos zu erklären oder zu widerlegen, besser gesagt. Ganz kurz. Ganz kurz. Also Gurkenverordnung hast du ja auch angesprochen. Gibt es gar nicht mehr. Gab es aber mal. Was ich ganz spannend finde, es gibt ein Mythos, dass es eine Verordnung über Karamellprodukte in Europa geben sollte. Es ist schon recht alt, in den 70er Jahren entstanden. Dann wurde gesagt, hat 30.000 Wörter, also deutlich länger als das Vaterunser und so weiter und so fort. Und das wurde dann auch aufgegriffen. Von Strauß wurde das aufgegriffen, von dem Gründer von Sixth, also dem Autovermieter, wurde das aufgegriffen. Und dann hat man mal geguckt, diese Verordnung gab es nie. Also da wurde halt sozusagen gesagt, es gibt eine europäische Verordnung über Karamellprodukte. Aber nein. Das waren in den 70er Jahren Fake News. Fake News. Ja, es war in der Tat Fake News. Man hat da vielleicht mal drüber nachgedacht, aber es gab es nicht. Und das ist sozusagen so ein bisschen das Problem, was es über Europa gibt. Es gibt ganz viele Gerüchte, ganz wenig Wissen leider darüber, obwohl das so wichtig ist. Wenn man sich anschaut, dass fast, ich weiß nicht, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber 70, 80 Prozent der Gesetze in Deutschland eigentlich auf europäischem Level gemacht werden, dann frage ich mich, warum Europa so unwichtig ist. Das ist halt weit weg. Das ist leider so. Aber Mythen gibt es eine Reihe. Die könnt ihr recht dann auch auf deinen Kanal angucken. Genau. Vielen Dank für die Werbung. Mythen Mittwoch. Wo kann man sich denn das Interview mit Juncker mit dir angucken? Das findet man eigentlich auf dem YouTube-Kanal von Euronews. Es waren auch noch zwei andere YouTuber dabei aus Prag und aus Belgien. Und das war wirklich eine echt spannende Sache. Und ich glaube, da kann ich schaden, da auch nochmal ein bisschen reinzugucken. Hast du denn das Gefühl, dass die Antworten, die du da bekommen hast, dass die so deine Zuschauergruppe, die ja wahrscheinlich ähnlich wie jetzt hier relativ jung ist, dass die überzeugt? Also da, ich glaube, man muss sich wirklich erstmal, das ist so ein bisschen die Hemmschwelle, man muss sich echt erstmal ein bisschen mit der EU auseinandersetzen und vielleicht wirklich mal so ein bisschen gucken, was sind auch meine Interessen und wie kann das doch auch nochmal in der EU vertreten werden. Aber ich glaube schon, dass man da ein bisschen einen guten Einblick nochmal auf jeden Fall bekommt. Und was ich auch auf jeden Fall das Gefühl hatte, dass auch wirklich gerade so die jungen Leute natürlich doch auch sehr, sehr wichtig und relevant sind und das wird da glaube ich ganz gut auch wieder gespiegelt. Ich würde sagen, so in einem Satz darf jeder jetzt nochmal sein Plädoyer für Europa halten. Einfach nur so ganz, ganz, ganz kurz so. Europa ist geil. Jeder 5 Sekunden. Roaminggebühren gibt es nicht mehr. 5 Sekunden Fame. Ganz schnell. Für Europa. Ich kippt ab. Vielleicht fangen wir beim Profi an. Okay, dann klau ich mir ein kurzes Kultuson. Okay, es gibt keine Roaminggebühren mehr. Das war ja die Frage. Sie sind abgeschafft und ab Anfang nächsten Jahres könnt ihr auch euer Netflix oder Amazon Prime oder sonst was Account überall in der Europäischen Union benutzen. Man darf das, was man bezahlt hat, zu Hause im Ausland benutzen. Wahnsinn, aber wir mussten lange dafür kämpfen. Aber das war auch Europa. Game of Thrones war alle. Okay, dagegen kommt man jetzt glaube ich schwer an. Aber ich glaube, man müsste sich einfach mal vorstellen, wie es wäre, wenn es wirklich kein Europa mehr gäbe. Wenn wir Grenzkontrollen hätten, wenn man einfach mal irgendwie jetzt nach Belgien oder nach Österreich und so weiter. Also was das alles verändern würde, ich glaube, das will man sich gar nicht vorstellen. EU ist richtig und wichtig. Trotzdem sollte man sich mit den Parteiprogrammen auch der Parteien auseinandersetzen, weil es da Unterschiede gibt und nicht alles an der EU ist gut. Vor allem, wenn man sich den Schutz der Außengrenzen und den Schutz der Außengrenzen und das Sterben im Mittelmeer anguckt. Ja, ich finde zum Beispiel nicht, dass bei EU jetzt das Allerwichtigste ist. Ich meine, das kriegen wir natürlich am meisten mit, dass du halt mal eben nach Holland rüberfahren kannst oder dass du, was weiß ich, die gleiche Währung hast in vielen Ländern. Sondern das Wichtigste ist eigentlich, dass man sich grundsätzlich dazu entscheidet, dass man halt zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Und das ist für mich eigentlich der große Kernpunkt. Und wir hatten jetzt, wie gesagt, 70 Jahre keinen Krieg auf diesem Kontinent in diesen Größenordnungen, die wir von damals kennen. Es wäre schön, wenn es dabei bleibt und wenn wir nicht durch eine antieuropäische Stimmung dazu beitragen, dass so etwas überhaupt noch mal möglich wird. Super, das finde ich einen ganz schönen Schlusssatz. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt mal wieder rüber an die Tafel. Wir haben jetzt leider diesmal kein Informer-Video. Aber wir sind ja jetzt schon bestens informiert. Ja. Deswegen würden wir uns jetzt mal sagen... Wir haben es vorhin beim Suchinteresse der Leute gesehen. Es ist schon so, natürlich mit Nuancen. Arna hat das gerade gesagt, jede Partei hat auch andere Nuancen zum Thema Europa, mit denen man sich auf jeden Fall mal auseinandersetzen sollte. Aber CDU, SPD, Linke, Grüne und FDP sind alle, ja, was Euro und Europa als Staatenverbindnis angeht, dem ganzen Abboten. Die AfD ist da, ja, dagegen, sagen wir mal so. Wir sind der Europa ein bisschen anders eingestellt, kritisch gegenüber eingestellt. Wie ist das bei euch? Wir greifen uns nochmal ein Mikrofon. Ich habe Jette versprochen, dass ich sie jetzt befrage. Jette darf mal reden. Um Europa? Ja, ich gehe mal da rüber. Ich finde immer, es ist eigentlich ganz schön, wenn man einfach so in ein anderes Land reinfahren kann, ohne irgendwie den Pass kontrollieren lassen zu müssen. Und ich finde es immer irgendwie, das ist so ein Zeichen von Freiheit. Und klar, wie eben auch schon gesagt wurde, man nimmt das manchmal einfach auch ein bisschen zu selbstverständlich und weiß vielleicht auch, wenn man jung aufwächst und jung in dieses Europa reingeboren wird, und das halt schon immer so war, dann lernt man das, glaube ich, ja, sehr, sehr schnell, nein, nur als selbstverständlich und nicht wirklich als besonders, finde ich. Aber hat man da vor dem Brexit vielleicht auch so wirklich mal aktiv darüber nachgedacht, okay, wir sind jetzt in der EU und dann kam es plötzlich, also so, was, hast du da drüber vielleicht schon mal nachgedacht, Sarah? Ja, gut, ich hatte halt auch bis Sommer diesen Jahres Politik-Leistungskurs, also bis zum Abitur. Die beste Kandidatin. Ja, diese Frage. Die haben wir gut ausgesucht. So, ja, und da hat man natürlich auch drüber gesprochen und das im Unterricht thematisiert. Und ich persönlich habe dann halt auch schon drüber nachgedacht, so, okay, was bedeutet für mich eigentlich die EU oder was, was dieses Souveränitätsversprechen, woraus es eigentlich entsprungen ist, wie wichtig das eigentlich auch ist, ganz was in der heutigen Zeit, wenn man mal auf supranationaler Ebene beobachtet, was so passiert, auf militärischer Ebene, das ist halt schon sehr extrem und das erinnert halt schon an gewisse Geschehnisse von vor paar Jahrzehnten, wie sich das entwickeln könnte im schlimmsten Fall. So, ich würde sagen, und die spielt uns jetzt einfach mal die Europa-Hymne. Europa-Hymne. Das ist sehr geil, also, oh Gott. woo-hoo-hoo-hoo-ah-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-haa-ha-ha. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, willkommen zurück auf unserer Themen-Ecke, nenne ich es jetzt mal. Und zwar mit einem Thema, das wir gerade schon auch angesprochen haben. Und was vermutlich zu den Themen momentan in der US-Politik zählt. Fake News. Und vielleicht auch eines der Lieblingswörter von Donald Trump. Das Wort beschreibt eigentlich ziemlich viel. Also wer die Medien verfolgt, der weiß es. Donald Trump wirft den Medien Fake News vor. Und die Medien behaupten, dass das, was Donald Trump sagt, gar nicht stimmt. Aber das ist nicht das Einzige, was das Wort beschreibt. Sondern da geht es noch eigentlich um viel mehr. Ja, es gibt so die generelle Gefahr, dass auch gerade mit Medien und die Medien, dass wenn man solche Sachen sagt, dass das natürlich alles irgendwie in einen Topf geworfen wird. Also sei das jetzt Propaganda auf Facebook. Facebook. Diese soziale Netzwerk. Wir sind ja bei YouTube, deswegen ein bisschen... Ja, so ein anderes Ding. Bei Facebook. Und auch dieses ganze Thema mit andere Länder greifen zum Beispiel in die Politik von anderen Ländern ein. Dann dieses Thema, dass es ja tatsächlich manchmal im Journalismus einfach Falschmeldungen gibt, weil Leute irgendwie aus Versehen einen Fehler gemacht haben. Dann hast du noch das Thema mit Clickbait, was ich jetzt sogar auch schon gesehen habe, dass das in das Thema Faken ist mit reingeschmissen wird. Das ist völlig überladen. Wird vielleicht einfach viel zu viel rumgeschmissen. Und ist vielleicht auch für uns hier im Wahlkampf gefährlich. Ich habe jetzt mal eine Zahl hier. Wir haben einen Artikel gefunden aus dem Juli. Da hat BuzzFeed untersucht, dass die zehn erfolgreichsten Artikel auf Facebook über Angela Merkel, dass davon sieben Stück, man als Fake News kategorisieren könnte. Also sieben Stimmen quasi gar nicht von zehn. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich viel. Muss man aufpassen, was man liest. Und um das vielleicht auch ein bisschen zu beleuchten, das Thema, haben wir wieder Experten für euch eingeladen. Und zwar vom Korrektiv. Einmal Jacques und Caroline, die beruflich Fake News untersuchen. Außerdem Mr. Trashback, der mit der Bundeszentrale für politische Bildung ein Format auf seinem Kanal hat, das eben genau dieses Thema behandelt. Und Journalist Ben Bode. Wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Ich würde sagen, wir leiten erstmal in das Video ein, weil du Phil, du hast eine Videoreihe zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Fake Filter heißt die. Wir haben da noch was vorbereitet. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einmal in so eine kleine Einleitung von dir rein. Was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin Phil und das hier ist meine neue Show Fake Filter. Wie der Name schon sagt, wird hier Fake gefiltert. Und zwar die Fake News. Ich komme ja echt oft in Kontakt mit Fake News und bei euch ist es sicherlich ähnlich. Und deswegen denke ich mir, es ist einfach ein extrem relevantes Thema, worüber man reden sollte. Hier in diesem Format möchte ich mit euch zusammen die Welt der Fake News erforschen und verstehen, wie diese überhaupt entstehen und wer davon profitiert und wie zum Beispiel Bilder ganz einfach gefakt werden können. Dies und mehr erwartet uns zusammen in den nächsten Ausgaben. Aber natürlich kann ich dieses Format nicht ganz alleine umsetzen. Deswegen werde ich unterstützt von der BPB, der Bundeszentrale für politische Bildung von Journalisten und Experten. Fangen wir jetzt aber an mit der großen Frage. Was sind eigentlich Fake News? Fake News sind Lügen, die aufbereitet werden wie seriöse journalistische Nachrichten. Recherchefehler oder Gerüchte sind hingegen keine Fake News. Wobei Recherchefehler natürlich immer ziemlich ärgerlich sind. Ebenso Clickbait sind keine Fake News. Auch wenn Fake News gerne mal Clickbait nutzen. Auch auf YouTube werden wir vor Unwahrheiten nicht verschont. Irreführende Titel sind auf YouTube immer noch ein großes Problem. Das sind zwar keine Fake News, dennoch spiegeln auch sie ein falsches Bild wieder. Und sollten diese Titel einfach geglaubt und verbreitet werden, entstehen dadurch dann natürlich auch neue Unwahrheiten. Deswegen ist es auch so wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja super, vielen Dank für dieses Video. Du hast dich ja intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Was ist denn jetzt so nach deiner Arbeit an dieser ganzen Videoreihe? Dein Eindruck zu diesem Thema? Das Ding ist, für mich war es auch ganz viel Neues, was ich da gelernt habe. Ich habe die Anfrage bekommen, ob ich Bock habe darüber zu reden. Und ich finde es wichtig, gerade weil ich bei mir in meinen Formaten, die ich selber mache, auch merke, dass da auf jeden Fall Nachholbedarf herrscht. Und das Feedback war super gut. Viele sind auf mich zugekommen und meinten, ey geil, dass du darüber sprichst. Einige haben auch gesagt, ey, ich kenne mich damit schon ganz gut aus. Aber ich weiß, es gibt viele, die es noch nicht machen, deswegen super. Und ich teile das deswegen auch gerne. Also ein sehr, sehr gutes Feedback tatsächlich. Auch wer meine Videos kennt, der weiß, da sind auch gerne mal Idioten in den Kommentaren, war zum Beispiel bei den Fake-Filter-Folgen kaum. Waren wirklich nur Leute, die sich wirklich engagiert haben, die Bock haben. Waren auch keine bekannten YouTuber auf dem Thumbnail. Das sind, da hast du allerdings recht. Ja, ihr beide, ihr macht das beruflich, kann man das so sagen? Also ihr checkt Fake-News beruflich. Genau, wir machen das bei Correctiv im Rahmen unseres Faktencheck-Teams und machen das seit April mit einem Viererteam. Und inzwischen sind wir jetzt kurz vor der Wahl noch ein paar mehr geworden, einfach weil die heiße Phase des Wahlkampfs natürlich noch einiges mehr von uns abkommt. Aber ist das so? Also merkt man wirklich, es ist Wahlkampf, das heißt, es werden mehr, ich nenne es jetzt mal Lügen, verbreitet? Also es gibt halt durchaus sehr viele Wahlplakate, die gefälscht werden, auch mit einem bösen Hintergrund. Es gibt natürlich viel mehr Veranstaltungen, auf denen Politiker Dinge von sich geben, die auch nicht immer ganz korrekt sind. Also man merkt das schon ein bisschen, ja. Wie kann ich mir denn da so eine Arbeit von euch vorstellen? Schön, ihr setzt euch morgens an den Schreibtisch und dann surft ihr einfach mal ein bisschen durchs Internet? Oder wie geht das? Genau, also wir sitzen eigentlich vor unserem Computer und wir haben Zugang zu besonderen Tools, die wir benutzen, um diese sozialen Netzwerke zu monitoren. Und dann sehen wir, welche Artikel am meisten geteilt werden mit manchmal manchen Themen. Also was wird gerade über Angela Merkel geschrieben? Und dann sehen wir, welche sind die Geschichten, die am meisten geteilt werden. Und dann sagen wir, okay, vielleicht sollten wir das prüfen oder das hier oder das hier. Sonst gucken wir uns auch die Sendungen, also was die Politiker auch während Sendungen oder in den Zeitungen sagen. Und dann sagen wir, okay, vielleicht stimmt das nicht. Und dann prüfen wir einfach mal. Also überlegt das selber. Ihr sagt, das habe ich jetzt gehört. Kann das sein, dass das nicht stimmt? Und dann checkt ihr. Geht ihr auch Hinweisen nach? Oder du? Gehst du dann Hinweisen nach? Ich gehe Hinweisen nach. Das gibt es schon. Also wir haben auch ein Formular auf der Seite. Uns kann man per Mail erreichen. Uns kann man über die sozialen Netzwerke durchaus erreichen. Da gibt es auch ab und zu mal was, was Menschen komisch vorkommt, was uns dann eingereicht wird. Also ja, und genau, jetzt zur Wahlzeit haben wir so ein Newsletter, auf den durchaus auch mal ab und zu Menschen reagieren, den wir jeden Tag rausschicken. Ihr habt ja auch solche, klingt komisch, ist aber so, Momente, wo ihr sagt, okay, das hört sich voll fake an, aber das stimmt tatsächlich nicht. Ja, das gibt es auch. Das konkrete Beispiel habe ich gerade nicht. Okay, wir haben da gerade noch einen Kommentar gesehen. Ich würde ihn einmal nochmal an den Stellen vielleicht. Und zwar muss eine Demokratie Fake News in gewisser Weise aushalten. Du als Journalist, was meinst du dazu? Ja, ich finde, also ganz grundsätzlich muss eine Demokratie einiges aushalten. Ich würde aber viel grundsätzlicher anfangen und sagen, was ist eigentlich Fake News? Also ich finde diesen Begriff völlig blöd, weil er uns eigentlich in der Debatte total zurückwirft. Der ist ja sehr populär geworden im letzten November, weil Trumpien verwendet hat. Seitdem wird irgendwie alles als Fake News bezeichnet. Das hat man jetzt ja auch schon ein bisschen gemerkt. Ihr habt das gerade auch schon ein bisschen gesagt. Und ich finde, man muss einfach total klar unterscheiden. Also zwischen einer Falschmeldung von einem Medium, das irgendwie eigentlich sonst seriös ist und die das im besten Fall auch nachher richtigstellen. Und irgendwelche politischen Propaganda oder Verschwörungstheorien und so. Also wir hatten eigentlich für ganz viele, und Clickbait wurde ja auch schon angesprochen, wir hatten für ganz viele Aspekte, die jetzt da so subsummiert werden unter Fake News, hatten wir eigentlich viel bessere Begriffe. Zum Beispiel? Zum Beispiel, ja. Ja, das, was ich gerade gesagt habe. Clickbait, politische Propaganda, Verschwörungstheorien, die ganz normale Ente, die es halt gibt. Oder eben eine Falschaussage von einem Politiker, der halt irgendwie die Zahlen ein bisschen verdreht oder für sich irgendwie auslegt. Deswegen, das alles unter den gleichen Begriff zusammenzufassen, finde ich halt schwierig. Deswegen, dass da ein Trashbike-Video guckt. Ja, sehe ich ähnlich. Also wir hatten durchaus auch schon Falschmeldungen und Fake News im Netz, bevor diese ganze Debatte so losgetreten wurde. Wir hatten ab Mitte 2015 extrem viele Falschmeldungen über Geflüchtete, die durchs Netz kursiert sind. Und das hilft uns natürlich nicht, also gerade, weil das auch einfach ein politisch aufgeladener Begriff ist inzwischen, mit dem wir dann auch nicht so einfach arbeiten können. Habt ihr da vielleicht mal eine konkrete Story oder ein Fallbeispiel, das ihr uns erzählen könnt? Ich glaube, wir haben sogar was vorbereitet. Ja, gerne. Dann komm mal, hier ist das Notebook is ready. Ich kann zeigen. Gehst du mal einmal hin? Mal gucken, ob das da schon bereitsteht. Das wird jetzt gleich da auftauchen, genau. Ja, und Phil, bei dir, wie ist das so? Fake News auf YouTube gibt's ja auch. YouTube News. YouTube News, YouTube Fake News. Welcher YouTuber ist gestorben oder hört auf oder macht irgendwas? Ja, das Ding ist, was ich halt echt oft merke, ist, die Leute lesen den Titel. Und ich bin ja auch jemand, der es gerne mal sarkastisch auch nutzt und so. Ist halt immer kritisch, aber die Leute lesen den Titel, gucken das Video aber nicht, bilden sich direkt eine Meinung und verbreiten diese Meinung weiter. Ich hab das ganz oft auf Twitter, dass mich die Leute irgendwie angreifen und sagen, wie kannst du das nur so sagen? Ich so, ey, hast du das Video gesehen? Nee. Dann krieg ich irgendwann einen Tweet zurück, ach, jetzt hab ich's verstanden, danke schön. Das ist halt kritisch immer noch, gerade im Internet, wo sich so Synergien ergeben können. Weißt du, einer fängt an, alle machen mit und auf einmal ist es eine Riesenwelle, die da rüberschwappt. Ja, cool. Und Ben, sag mal, du bist ja Journalist, da ist es ja schon auch so, dass man natürlich mit seiner Überschrift oder mit seinem Anteaser Leute erreichen will. Wie zweimal denkst du da über den Titel nach, dass es nicht so überspitzt klingt? Also ich mach das ja nicht alleine, bei WDR 360, für die ich Reportagen mache, ist das ja auch immer eine Abstimmung mit der Redaktion. Ich persönlich opfer, ehrlich gesagt, lieber ein bisschen Reichweite für eine Schlagzeile, die am Ende, oder einen Titel, der am Ende wirklich das Video beschreibt. Und ich hoffe auch, dass die, das irgendwie, also das war ja früher auch nochmal viel schlimmer mit Clickbait und irgendwie haben die Leute gelernt, ja, nee, es lohnt sich nicht, weil ich kriege da nicht das, was mir in dem Titel versprochen wird. Keine Waschmaschine. Genau, ich kriege keine Waschmaschine und es wird mich auch nicht total vom Hocker hauen, was ich beim 23. Punkt lese. Und insofern sage ich halt so, nee, lieber nah bei dem dranbleiben, man kann den ja trotzdem interessant gestalten. Aber sowas versprechen, was man nicht hält, finde ich nicht legitim irgendwie. Okay. Seid ihr ready? Ja. Super. Ich kann das so nicht einfach ganz kurz erklären. Also das ist so ein, ja, ganz typisch natürlich auch irgendwie derogativ nochmal reingehauen. Also das ist so ein Bild, was rumgegangen ist in den letzten Wochen auf Facebook und auch auf Twitter, wo suggeriert wurde, dass Merkel zur Kinderehe gratuliert. Das lässt sich dann, das ist so ein Fall, den gibt es immer mal wieder, so Bilder, die irgendwie total aus dem Kontext gerissen werden. Das lässt sich dann relativ schnell auflösen, indem man einfach mal so eine rückwärts Bildersuche macht, die jeder User sehr gerne machen kann. Und dann schaut mal einfach weiter nach unten, ignoriert die Faktenchecks, die man im Zweifelsfall noch nicht hat. Aber wenn man dann auf die nächsten Seiten geht, sieht man dann hoffentlich irgendwann, Jack, gehen wir noch ein Stück weiter? Okay, das ist mies. Also ich kann das mal ganz kurz auflösen. Man findet das dann, wenn man weiter schaut, dass Angela Merkel in einem Flüchtlingslager in der Türkei war, bei einem Erdogan-Besuch. Und dort eben begrüßt wurde von Flüchtlingsmädchen, die eben traditionelle Kleidung getragen haben. Und das war es dann auch schon tatsächlich. Also das Foto ist quasi schon echt nur einfach in einem komplett falschen Kontext gebettet. Genau, das ist so eine Sache, die haben wir in Deutschland relativ häufig. Also was wir nicht haben, sind diese angeblichen, also diese Fake-News-Seiten, die wir im US-Wahlkampf gesehen haben, diese, die man nur aus finanziellen Gründen angelegt hat. So etwas haben wir nicht, aber wir haben relativ viele Videos und Fotos, die aus dem Zusammenhang gerissen werden. Ja, da ist es jetzt. Genau. Syrische Kinder werden willkommen geheißen von Angela Merkel in einem Refugee Camp. Ja, genau. Also das ist auch ein Tool, wo ihr sagt, das können Leute auch selber nutzen. Also einfach selber mal das Bild irgendwie suchen. Rückwärts suchen sozusagen. Genau, also das kann man ganz einfach, im Chrome geht das mit dem Rechtsklick, in allen anderen kann man einfach die URL kopieren und bei der Google-Bildersuche eingeben und sich dann einfach mal schlau machen, bevor man irgendwas teilt. Genau, nur ganz kurz, weil du gerade gesagt hast, ja, die Faktenchecks überscrollt man da mal. Eigentlich ist das total super. Also ihr und Mimikama macht da ja relativ viel. Und also wenn es einen gibt, dann würde ich den auf jeden Fall anklicken, weil da kriegt man nämlich gesagt, wo kommt es her und muss ich das nicht noch selber raussuchen. Ich habe, glaube ich, noch eine Story dabei. Ja, das war ein Video. Das Video, ich glaube, das haben wir in der Regie. Das haben wir in der Regie, das können wir mal abspielen. Das haben wir in der Regie. Ihr könnt reden, wenn ihr wollt. Achso, ja, das war so ein Fall aus Leipzig, den wir in der letzten Woche, glaube ich, gemacht haben. Da hieß es, man sieht an der Haltestelle natürlich schon die angebliche Islamisierung Deutschlands. Da mussten wir dann tatsächlich mal doch den Schritt weitergehen und nachfragen, was denn da los war. Und sind dann der ganzen Sache auf die Schliche gekommen, indem wir einfach mal bei der Kirche auch nachgefragt haben, die uns dann gesagt haben, es gab relativ viele Veranstaltungen, also Taufen, die eritreische Christen besucht haben. Also da sind dann irgendwelche Priester gekommen aus Berlin und so und deshalb gab es da mal ein paar mehr Leute, die zu diesen Veranstaltungen hin sind. Deshalb, ja. Das war eine Verkristlichung des armen Landes. Das war, wenn man so will, im Prinzip schon. Also das haben wir auch relativ häufig. Irgendein Video, was angeblich irgendwas zeigen soll, wird auf Facebook geteilt mit einem völlig anderen Kontext. Seid ihr selber eigentlich schon mal in so einen Fake-News-Falle getappt? Ohne es vielleicht, oder was dann später rausgekommen ist erst? Also ich auf jeden Fall bei ganz vielen Todesfällen. Weißt du, wo du ganz oft so siehst, so, oh, der ist gestorben und dann, oh Gott, und dann googelst du es und dann so, ja, okay, war nur ein Hoax. Das ist ja auch so ein Mord. Hoax ist auch so ein Prank, so irgendwie so echt Trolle einfach nur rum. Britney Spears beispielsweise, die wurde ja auch auf Twitter mal für tot erklärt. Das hat man ja auch im Rahmen von Fake-News auch viel in den USA gehört, dass dann hinterher irgendwie viele gesagt haben, ich habe nur getrollt und habe irgendwelche Sachen verbreitet und hätte nicht gedacht, dass das jetzt so eine Auswirkung hat. Oh Gott, was habe ich da getan? Also wie ernst muss man Fake-News nehmen? Wie krass beeinflusst das die Menschen? Also die deutsche Entsprechung des Ganzen ist, das war doch nur Satire. Das wird auch einfach von allen Seiten inzwischen genutzt. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Klar gibt es Trolling, was irgendwie ganz nett und witzig ist, aber das ist in vielen Fällen, die wir vor uns haben, einfach nicht der Fall, weil eben bestimmte Gruppen verächtlich gemacht werden sollen oder Personen angegriffen werden oder ähnliches. Und genau, das ist nämlich auch mal die Frage, wer steckt denn da meistens dahinter? Kann man das nachvollziehen? Sind das, sag ich mal, eher Organisationen oder auch Einzelpersonen, die das vielleicht aus Langeweile heraus machen? Das ist schon eine schwierige Frage. Ich glaube, es gibt alle Leute. Also es gibt normale Leute, die von zu Hause eigentlich nur Trollen möchten und Leute, die eher politisch sind. Ich finde, genau bei der Frage hilft doch, wenn man diese Differenzierung macht, die man früher gemacht hat. Also so Verschwörungstheoretiker sind dann im besten oder im schlechtesten Fall, ich weiß es nicht, sind es Leute, die tatsächlich überzeugt sind und so glauben, sie müssen jetzt missionieren gehen und dann irgendwelche Webseiten aufsetzen und so. Und wenn wir aber so Sachen angucken wie, ich will eigentlich gar keine Werbung machen für solche Seiten, aber weiß ich, ne, Epoch Times oder sowas, wo Redaktionen dahinter stehen, wo aber einfach völlig klar ist, das ist so eine Mischung aus einem finanziellen Interesse bei denen und die haben aber gleichzeitig auch so eine politische Haltung oder die wissen, bestimmte Aussagen werden in den Medien nicht so oft gemacht, weil sie, also in der Regel werden sie deshalb nicht gemacht, weil sie Quatsch sind, aber, ne, und nutzen das halt dann aus und gehen zum Beispiel voll auf diese Empörungsschiene, was Geflüchtete angeht und sowas. Also da hilft es auch total zu unterscheiden, also nicht zu sagen, alles Fake News, sondern zu gucken, was, wo momentan habe ich es da gerade zu tun? Und dann kann man auch genauer gucken, wer steckt da dahinter? Und wenn ich jetzt im Internet scrolle und irgendwas entdecke, was vielleicht mir ein bisschen komisch vorkommt, sei es Bilder oder Text, vielleicht könnt ihr uns da nochmal so ein paar Tools sagen, die ganz easy sind, woran ich das erkenne? Also das erste wäre eigentlich das Impressum von einer Webseite zu gucken, um zu sehen, ob es eigentlich Satire ist oder nicht. Da kann man auch sich die URL angucken, um zu sehen, ob das eigentlich nicht die Webseite von, also wenn es eine, ich weiß nicht, wenn es zeitonline.news.de, das ist nicht die normale Webseite von der Zeit. Und so kann man erkennen, dass es eigentlich nicht die offizielle Webseite ist. Also das wäre das Erste. Sonst kann man immer sehen, was für andere Artikel dieses Medium veröffentlicht. Also ob er eher neutral ist oder ob er so einen Standpunkt... Wie steht ihr denn dazu, dass Plattformen wie Facebook oder sowas sowas dann löschen müssen? Also dass man sagt, okay, irgendwie Fake News wollen wir nicht mehr, das muss jetzt irgendwie kontrolliert werden und dann muss jemand checken? Ja, also ich finde das persönlich schwierig, weil genau eben, wir haben schon das Problem, Fakeness zu definieren, meiner Meinung nach, und dann zu sagen, was fällt jetzt da unter diesen Begriff oder, ne, das ist halt schwierig, das ist ja auch die Kritik an dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass am Ende Facebook wahrscheinlich übervorsichtig löschen wird und man damit dann, also das schon auch als Gefahr für die Meinungsfreiheit sehen kann. Ja, also wir kooperieren ja tatsächlich mit Facebook in gewisser Weise, was das betrifft. Also wir bekommen Meldungen, die User machen für, also Dinge, die für Fake News halten. Wir können uns das anschauen, das wird aber dann nicht gelöscht. Also tatsächlich, Falschmeldungen auf Facebook löschen ist nochmal eine andere Geschichte, die nicht bei uns landet. Bei uns ist es inzwischen so, dass wir im Zweifelsfall einen Faktencheck machen, wenn das einfach nicht zutrifft, den auf unserer Seite veröffentlichen, auf unserer Website und dann wird das entsprechend als relevanter Artikel darunter angezeigt. Also das ist jetzt noch keine Löschung und irgendwer wird mit Sanktionen belegt. Hier haben wir direkt die Frage von Lotti, wie schnell kann man denn eine Nachricht prüfen? Also wie schnell geht das dann? Ist das wirklich so innerhalb von Minuten, Stunden oder braucht das Monate, Tage, bis man da irgendwie mit Quellen geredet hat etc.? Also das hängt wirklich ab von der falschen Nachricht. Aber was ist das längste, was ihr gebraucht habt, ohne Falschnachrichten zu den Banken? Also ich persönlich hatte Fälle, wo du eigentlich die Behörde eine E-Mail schickst und sie antworten nach zwei Wochen. Also das passiert ganz oft und du kannst auch in weniger als fünf Sekunden dann mit der umgekehrten Bildersuche sehen, dass ein Bild nicht im Kontext verfolgt ist. Also zwischen fünf Sekunden und zwei Wochen, könnte man dann so sagen. Und manchmal auch mehr. Also ein Appell an die Behörden, vielleicht doch mal öfter die E-Mails checken. Ja, ich würde sagen, chill, vielleicht so abschließend, gerade auf YouTube mit Fake-Meldungen und so weiter. Es ist ja sicherlich auch schon auf das mal vorgeworfen worden, dass du irgendwie Fake-News betreibst. Ich habe ja vorhin schon gesagt, was ist so dein abschließendes Plädoyer da draußen an die Leute, jetzt auch nach deiner Videoserie, wo sagst du, ich sehe was im Internet und ich sehe einen Titel und ich denke, boah krass, was machst du dann, was passiert dann? Wichtig ist einfach kritischer zu hinterfragen und mehr als eine Quelle zu haben auf jeden Fall. Das kommt auch in meinen Videos gerade vor. Es gibt jetzt in meinem Bereich in YouTube-News zwei Leute, Herr Newstime und mich. Und es wird immer gesagt, ich habe die Nachricht doch schon gesehen. So, nee, aber wir machen beide trotzdem unterschiedliche Videos, haben trotzdem verschiedene Informationen immer noch und es ist immer wichtiger, mehrere Quellen zu haben. Okay, super. Sehr gut. Ja, dann vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Ja, wir gehen nochmal rüber zu Oh Brother, die haben noch einen Song für uns und dann geht es direkt weiter ins nächste Thema. Oh, das war das. Ja, wir gehen mal. Ich sage, gibt es auch schon wieder. Ich sage, Leute, get ready. Da ist ein Train. Da kommt sich. Du musst keinen Ticket. Du musst einfach aufbockieren. Du musst einfach aufbockieren. All du musst ist faith. Du musst aufbockieren. Du musst nicht aufbockieren. Du musst einfach aufbockieren. Du musst einfach aufbockieren. Du musst einfach aufbockieren. Das ist why we're waiting. We're waiting on the world to change. Das ist why we're waiting. We're waiting on the world to change. We're waiting on the world to change. We're waiting on the world to change. Weg verändern. Ja, willkommen zurück. Wir sind beim nächsten Thema. Und zwar eins, das uns wahrscheinlich alle sehr interessiert und das bislang wirklich ein bisschen kurz gekommen ist. Stichwort Digitalisierung. Man muss ganz klar sagen, im internationalen Vergleich sind wir, was die Geschwindigkeit angeht, ziemlich schlecht. Wir sind nämlich nur auf Platz 26 und das hinter Ländern wie Litauen und der Slowakei. Gerade auf dem Land fehlt da viel. Das werden von euch manche immer wieder erfahren, wenn sie vielleicht raus aufs Land fahren und dann denken, Scheiße, wo ist eigentlich mein Handysiglar hin? Oder auch, wenn mal wieder das Datenvolumen leer ist und man dann doch keine Instagram-Story mehr machen kann. Ja, wir sind da definitiv hinterher, obwohl sich die Datenmenge wohl laut Experten in den nächsten Jahren verzehnfachen wird. Alles wird immer digitaler, egal ob es Kühltrank ist oder Waschmaschine oder auch die Elektroautos. Also ich glaube, wir müssen jetzt den Leuten, die hier zugucken, ihr seid alle jung, ihr guckt das gerade im Internet. Und ich glaube, wir müssen euch nicht erzählen, dass das Internet immer wichtiger wird, sowohl persönlich als auch wirtschaftlich und so weiter. Aber es ist eben auch nur eine Seite der Medaille. Es wird alles digitaler, aber damit kommen natürlich auch neue Probleme auf uns zu. Das ist nicht nur der Breitbandausbau, sondern das ist auch sowas wie Datenschutz. Das ist sowas wie, dass Sachen gehackt werden. Wenn mein E-Auto jetzt plötzlich angebunden ist ins Internet sozusagen, kann damit ein Auto gehackt werden. An solche Themen, Überwachung. Und dazu haben wir jetzt ein paar Experten, um beide Seiten dieser Medaille zu beleuchten. Nämlich einmal den Journalisten Dominik Ritschepka. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Experte für Digitalpolitik im ZDF-Hauptstadtstudio. Die liebe Nihan und die Space Rocks sind wieder hier. Willkommen. Ja, wunderschön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Bevor wir uns euren Fragen gleich widmen und euch natürlich auch Fragen stellen, gehen wir erstmal wieder rüber zu unserer Expertin Isa. Und zwar wollen wir natürlich wissen, was bewegt denn die Menschen auf Google so? Was suchen sie? Welche Fragen wollen sie wissen? Vielleicht kannst du da einen Einblick geben. Ja, ihr habt ja in der Intro schon so ein bisschen eingedeutet, das Thema Digitalisierung noch nicht so wirklich auftauchte, diskutiert worden ist. Zumindest nicht im großen TV-Duell. In den Gesprächsrunden, die danach kamen, schon ein bisschen mehr. Aber dass das Thema Digitalisierung sich natürlich durch alle Lebensbereiche irgendwie durchzieht, ist klar und ist jedem von uns bewusst. Wir haben uns, wie auch zu den meisten anderen Themen, die Top-Fragen zum Thema Digitalisierung in den letzten 14 Tagen angeschaut. Was bedeutet Digitalisierung? Ist eine relativ generelle Frage. Was schon interessanter ist, welche Bedeutung hat Digitalisierung für die Arbeitswelt? Wie verändert sich unser Arbeiten? Frage, die, glaube ich, alle hoffentlich definieren können oder beantworten können. Warum ist Digitalisierung wichtig? Dann aber auch so eine Art Definitionsfrage wieder. Was bedeutet Industrie 4.0? Und auch eine Definitionsfrage. Was ist Breitband? Also viele Definitionsfragen, die ihr vielleicht beantworten könnt. Und mit Blick auf die Parteien ist natürlich auch nochmal interessant zu schauen, welche Parteien werden im Zusammenhang mit Digitalisierung am meisten gesucht. Wie gesagt, das sind keine Prognosen, sondern das reine Suchinteresse und die Neugier. Das heißt, wie stark ist vielleicht das Suchinteresse nach einer Partei, die das Thema Digitalisierung entweder wirklich sehr konkret im Programm hat oder vielleicht auch gar nicht im Programm hat und man sich deswegen nochmal mehr informieren will. Also FDP sieht man ganz, ganz deutlich, führt sozusagen das Ranking hier an. Danach CDU, SPD, die Grünen, AfD und die Linke und CSU am Schluss. Ja, vielen Dank, Isa. Ihr könnt natürlich weiterhin auf Twitter, in den YouTube-Kommentaren uns... Ihr könnt uns auch generell mal schreiben, hey, wie ihr die Sendung findet. Sagt mal Hallo, ich grüße meine Mutter, was auch immer. Aber ihr könnt uns natürlich auch gerne Fragen schicken zum Thema Digitalpolitik. Und anscheinend haben wir den Namen Digitalisierung einfach völlig falsch gewählt, weil keiner weiß, was das ist. Was ist überhaupt Breitband? Und ich würde sagen, Dominik, wir übergeben das mal an dich. Hier ist deine Handkeule, du bist da unser Experte. Was ist denn Digitalisierung und warum ist das wichtig? Was machen wir damit? Digitalisierung ist sehr wichtig. In der Tat, es verändert ganz viel. Es verändert nicht nur die Art und Weise, wie wir arbeiten, sondern auch die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Politik machen, wie wir Journalisten arbeiten. Also es verändert auch ganz viele Medienhäuser im Augenblick. Breitband ist das schnelle Internet, ist ein schneller Zugang zum Internet überall in Deutschland. Also auch zum Beispiel auf dem Land mit hohen Geschwindigkeiten von mindestens 50 Mbit pro Sekunde oder noch viel mehr. Gigabit-Raten müssen wir eigentlich drüber sprechen, Zugang zum Internet zu haben. Wir haben eben schon Backstage ein bisschen die Sendung verfolgt und den Livestream. Und einmal ganz kurz gab es so ein Buffering-Symbol, weil das Internet war nicht schnell genug und dann musste man zwei Sekunden warten und alle so, oh, haben schon wirklich ganz traurig auf den Bildschirm geschaut. Das passiert, wenn das Internet schnell, eben nicht schnell ist. Und dieses Breitband, diesen Breitbandausbau, das hatte sich die Bundesregierung auf die Fahnen geschrieben und das wird auch ein wichtiges Thema für die Zukunft sein. Wir haben da jetzt direkt einen Kommentar. Ich würde den mal an euch beide stellen. Und zwar brauchen wir ein extra Ministerium für Internet und digitale Welt. Brauchen wir das? Ja, an dich. Du bist das. Oh, Hallöchen. Wir waren mal, wo waren wir mal? Wie heißt das Ministerium? Ministerium für Verkehr und Digitalisierung. Genau, genau. Ich glaube, digitale Infrastruktur. Digitale Infrastruktur ist das richtige. Genau, da waren wir mal zu Gast und haben auch mit dem Herrn Dobrindt mal geredet und so. Da warst du ja auch dabei. Ich war auch dabei. Warum erzähl ich dir das eigentlich? Achso, für die Zuschauer. Du hattest mir erzählen. Entschuldigung, ich war nicht dabei. Und das ist halt wirklich interessant zu sehen, weil man dieses, also die Leute, die Verkehr machen, müssen dann auch noch Digitalisierung irgendwie handeln. Das war alles nebenbei. Neben dem Diesel-Skandal. Neben dem Diesel-Skandal, genau. Und das ist eigentlich ganz schön viel für ein Ministerium. Also klar, da könnte man nochmal zweites aufmachen. Neues, also ist einfach mal so vielleicht drin oder sowas. Geht bestimmt ganz einfach mal. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, wollen die das auch wirklich, ne? Also sie wollen... Also mehrere Parteien, ja. Genau, also ich meine auch die Leute, die da arbeiten. Es gab auch die Idee, dass eventuell so switchen. Also dass mal Internet an erster Stelle steht und Verkehr dann an zweiter. Weil das eben vielleicht wichtiger ist. Aber Dominik, du kennst dich da bestimmt besser aus? Das wollte die SPD nicht in den Koalitionsverhandlungen. Die Große Koalition hat sich ziemlich viel gestritten darum, wer kriegt dieses zukunftsrechtliche, wichtige Thema. Und das sieht man so ein bisschen an der Großen Koalition, die wir jetzt vier Jahre lang hatten, dass das vielleicht auch nicht so wahnsinnig gut bei denen aufgehoben war. Weil es gibt im Prinzip mehrere Ministerien, die sich für verschiedene Dinge zuständig fühlen. Frau Zypris zum Beispiel als Wirtschaftsministerin von der SPD ist für Start-ups mit zuständig. Dann gibt es das Innenministerium, das für unseren digitalen Pass zum Beispiel zuständig ist. Und da merkt man schon, verschiedene Zuständigkeiten verderben manchmal so ein bisschen, ne? Zu viele Köche verderben manchmal den Brei. Deswegen, das ist ein großes Thema, jetzt auch bei den ganzen Wahlausneinandersetzungen. CDU, FDP und Grüne wollen das zum Beispiel. Die Linke zum Beispiel ist da eher kritisch. Die sagt, es wäre besser, wenn das ein breites Thema ist in allen möglichen Parteien. Ich sage mal so, wenn es eine Jamaika-Koalition gäbe, dann würden wir bestimmt einen Digitalminister kriegen. Oder ich habe Frau Merkel heute gehört auf einer Pressekonferenz, vielleicht auch einen Staatssekretär im Kanzleramt. Auf dieser Ebene könnte sich das abspielen. Wie könnten wir denn die Digitalisierung in unserer Gesellschaft uns vielleicht in zehn Jahren vorstellen? Was könntet ihr, oder was meint ihr, was es da für uns gibt? Geht ihr nur noch bargelloses Bezahlen? Wie sieht die Welt aus? Ich würde mir das im Gesundheitswesen vor allem wünschen, dass man einfach Informationen schneller übermitteln kann. Ich finde, Gesundheit ist das Wichtigste. Und wenn das wirklich uns helfen würde, gesünder zu leben, länger zu leben, dann, also das wäre für mich ein ganz wichtiger Faktor. Ich glaube, Martin Schulz hat das in dem Interview gesagt, dass er irgendwie einen Freund hat. Er hat ja ganz viele Freunde und Nachbarn und so weiter. Und dann wurde das Bild irgendwie rübergeschickt. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, ehrlich gesagt. Weil das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und da dachte ich mir so, okay, ich arbeite zwar digital, es ist für mich wichtig, weil ich verdiene damit Geld. Und klar bewegt es mich fast 24 Stunden. Aber an die Gesundheit habe ich da gar nicht gedacht. Und ich finde, da kann man sehen, dass Digitalisierung durchaus etwas Positives ist. Und vielleicht auch nochmal an die Community. Vielleicht gibt es ja auch Bereiche in eurem Leben, wo ihr euch mehr Digitalisierung wünscht. Oder wo ihr sagt, das sollten wir dringend mal haben. Die Community ist mega schnell. Die sind mega schnell und wir haben nämlich auch schon eins. Und zwar... Charlie's Magical World. Wie lange soll das eigentlich dauern, dass ich einen Livestream unterwegs schauen kann, ohne 100 Euro auszugeben? Gerade einen, der fünf Stunden dauert. Ja, es wird teuer. Ich habe diesen Monat bestimmt schon 30 Euro ausgegeben, weil ich mir ständig für fünf Euro... Update. Ich hatte das neulich. Ich könnte mich erschlagen. Ich durfte nicht. Ich wollte bei meinem Handyprovider mehr Datenvolumen kaufen und ich durfte nicht. Wegen Wartungsarbeiten. Und dann hatte ich jetzt einfach den Rest des Monats kein Internet. Als jemand, der im Internet lebt. Ich hätte denen mein Geld nachgeworfen, aber ich konnte nicht. Okay, das ist nochmal eine andere Sache. Das ist echt schrecklich. Also ich frage mich auch echt, wann es sich endlich modernisieren wird, wann es sich ja nicht ändern wird, dass wir auch so wie unsere Nachbarn 20 Gigabyte haben werden für, keine Ahnung, 20 Euro statt irgendwie 5 Gigabyte für 20 Euro oder für 50 Euro sogar. Ich zahl 50 Euro für 5 Gigabyte, ne? Schon wieder ein New-Klima hier. Ja. Telekom. Sorry. Wir müssen jetzt, also wir müssen jetzt auch nochmal... Also es gibt auch andere Handyprovider. Ja. Was würde denn passieren? Oder was wäre denn so ein Szenario, wenn wir da nicht weiter fortschreiten und irgendwie so ein bisschen auf unserem Status Quo rumtrampeln? Was könnte eurer Meinung nach die Gefahr sein? Also ich glaube, wir würden wirtschaftlich einfach Probleme kriegen oder könnten das volle Potenzial nicht ausschöpfen. Weil gerade durchs Internet, wir sind ja auch ein Beispiel, das wird einfach anders unser Geld verdienen als früher. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Aber wenn jetzt jemand auf dem Land einfach nicht gutes Internet hat, dann wird er sich halt auch kein Netflix oder Sky, damit ich zwei Sachen nenne, holen, weil er es sich ja nicht flüssig ansehen kann oder halt nur mit 480p verpixelt so und dann bleibt er lieber beim Fernsehen. Es bietet einfach mehr Möglichkeiten, die die Wirtschaft auch nutzen wird. Aber wenn jemand Internet hat, so macht es ja keinen Sinn. Aber ich finde, Wirtschaft ist ein guter Punkt, weil wir haben jetzt viel darüber geredet, so ey, voll geil, ich kann jetzt YouTube-Videos und Streams in HD gucken und habe immer geiles Datenvolumen und bin voll mobil und kann meine YouTube-Videos angucken und so weiter. Aber es hat ja auch einen riesigen wirtschaftlichen Faktor, dass wir als Land eventuell zurückfallen hinter anderen Ländern im digitalen Thema. Was ist da, wie ist da die Situation? Was passiert dann? Brauchen wir unbedingt. Ist ein ganz wichtiges Zukunftsthema. Wir haben ja auch die Frage gesehen, was ist Industrie 4.0? Also damit ist die Vernetzung von all unseren Geräten gemeint. Also auch, dass alle möglichen Produkte, Kühlschränke, selber Internetzugang haben und mit unserem Handy kommunizieren. Also wirklich sehr, sehr viele Daten kommen auf uns zu und dafür brauchen wir gute Netze. Ich glaube, das haben auch alle erkannt. Das wissen auch alle. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Und die Frage ist, wie viel Geld geben wir dafür aus? Das ist ein sehr schwieriges und wichtiges Thema in den nächsten Koalitionsverhandlungen. Man kann Frau Merkel schon einmal kritisch fragen, warum sie es in den letzten zwölf Jahren nicht gemacht hat. Sie ist seit zwölf Jahren die Kanzlerin. Internet ist Neuland. Internet ist für sie tatsächlich noch ein Stück weit Neuland und auch der Minister, der das für sie macht, hat nicht die perfekten Zahlen vorgelegt im Augenblick. Also da sind wir durchaus hinterher. Und das ist sicherlich ein Thema für die nächsten Jahre. Vielleicht auch ein Thema für unsere Erstwähler. Ich renne da mal rüber. Genau, die sollen wir auch dringend mal fragen. Dylan, du hast doch bestimmt einen Smart-Kühlschrank. Nee, aber lichtmäßig ist bei uns in der Wohnung auf jeden Fall alles schön vernetzt. Also ich kann jetzt von hier schön das Licht anmachen oder so. Mach das bitte mal. Mach mal kurz das Licht an und dann erschreckt sich jemand bei dir in der Wohnung. Natürlich mein Handy auf Flugzeug. Ja, so macht man das. Wie ist das bei euch beiden so? Ich wohne im Altbau, bei uns gibt es sowas nicht. Aber ja, ich finde es echt cool, wenn man da in Zukunft... Es wird ja früher oder später darauf hinauslaufen, dass alles über das Handy geht, über eine App geht. Bei mir ist es so, ich kann zum Beispiel teilweise, habe ich so ein Gimbal oder so, das kann ich dann, also für eine Kamerafahrt, zum Beispiel kann man dann auch über eine App zum Beispiel steuern teilweise. Das ist echt ganz cool. Und man merkt, dass es immer mehr Apps für alles Mögliche gibt. Frage ist, ob man dann irgendwann mit Apps überhäuft wird und dann von jedem Anbieter eine App hat. Und das ist dann auch ein bisschen nervig vielleicht teilweise. Aber ich bin gespannt, wie sich das so entwickelt. Und Sarah, bei dir? Ja. Also ich wohne halt auf dem Dorf so. Wenn ich überhaupt mein Netz habe, dann danke ich schon. Aber ja, ist natürlich eine absolute Wunschvorstellung. Ganz anders, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich an meinen Kühlschrank gehe und so sehe, okay, ich habe keinen Käse mehr und dann sage, so okay, Kühlschrank, okay Siri oder andere Sache. Okay, Google. So, ja, ich möchte gerne eine Packung Käse und dann notiert die das direkt oder verbindet das dann noch direkt mit einem Lieferservice von einem gewissen Supermarkt. Da gibt es ja nicht so viele, die das machen. Also wenn das in der Zukunft möglich ist, das ist natürlich, ja, das ist unglaublich. Also dass es überhaupt machbar ist. Ich renne direkt wieder zurück. Ich renne direkt wieder zurück. Weil das finde ich nämlich ein ganz spannendes Thema. Nihan, wenn jetzt jemand diesen Käse hackt und ich kriege jetzt plötzlich, weil jemand meinen Käse, meinen Kühlschrank gehackt hat, ich kriege jetzt plötzlich Salami, obwohl ich Käse wollte. Als Vegetarier. Wie gehen wir damit um? Also siehst du auch Gefahren in dieser Digitalisierung? Ja, natürlich. Also ich weiß ich nicht. Ich habe da mal einen Bericht gesehen, wo es um Kuscheltiere ging für Kinder und die waren einfach schon so digitalisiert. Man konnte mit den Kuscheltieren reden und dann konnte man die irgendwas fragen und die meisten waren halt mit dem Internet verbunden. Und dann haben die das mal getestet und dann konnten irgendwelche Leute diese Kuscheltiere hacken und mit den Kindern reden. So nach dem Motto, hey, ich wohne gegenüber von dir. Geh einfach mal raus, kriegst du bei mir Schokolade oder so. Das finde ich natürlich schrecklich. Jetzt, wenn ich ein Kind hätte und ihm ein Kuscheltier kaufen würde, dann wäre es jetzt nicht meine Absicht, mein Kind irgendwie zu gefährden. Und ich glaube, da muss man aufpassen und das so absichern, dass ein Kind nicht in Gefahr kommt, gerade halt, weil Kinder auch digital schon mit allem verbunden sind. Also mein Neffe ist neun Jahre alt und hat ein iPad in der Hand und kommt damit besser klar als ich und das finde ich schon ein bisschen krass. Also die Kinder lernen sehr schnell, die sind sehr schnell integriert in der digitalen Welt und da muss man glaube ich aufpassen, weil die muss man vor allem schützen. Du hast gerade gezuckt. Ach so, das ist nur, weil ja, also meine kleine Schwester hat auch ein iPad und so, also ein eigenes iPad mit Minecraft drauf und so und das ist halt, ich wollte es nur kurz erwähnen, weil es so cool ist. Ne, ich finde es, ja klar, also wir sind ja früher auch mit Rechnern, also damit, PCs sind ja, als ich jetzt groß geworden bin, wir sind damit aufgewachsen. Ich erinnere mich noch an den MS-DOS-Rechner, den ersten MS-DOS-Rechner in dem Jahr. Und deswegen fällt uns das so einfach alles und die Kiddies von heute wachsen halt mit viel krasserer Technik auf und für die ist das ganz normal schon. Das sind noch mehr, noch über-Natives, wir sind ja digital-Natives und die sind dann halt über-Natives, keine Ahnung, das ist echt krank. Ich finde diese ganze Digitalisierung ist auch schon ein bisschen gruselig in der Hinsicht, wenn man jetzt diese ganzen kleinen Sprechboxen hat, die man einfach sagen kann, okay, Günther, spiel mir das und so oder ich möchte das kaufen. Das kann ja im Prinzip, können diese ganzen Datenströme ja auch abgefangen werden, also rein in der Theorie. Aber das kann ja gehackt werden und ich muss sagen, ich bin da ein bisschen paranoid. Ich bin da wirklich ein bisschen paranoid, ich würde mir sowas nicht kaufen. Es gibt ja so einen Teil, das kann man auch irgendwo kaufen. bei einem, also online auf jeden Fall, das tut man ja, das tut man ja, ich muss es mal so ein bisschen schwer machen. Ich denke, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Wir können doch Unternehmen einfach nennen, das ist überhaupt kein Thema. Und dieses Sprechteil hört wohl auch die ganze Zeit zu. So, das ist gruselig, ich will das nicht. Ich glaube, viele unterschätzen, wie wertvoll so eine Daten sind, weil man kann ja sagen, was interessiert die Leute, wann ich, welchen Käse ich kaufe und wann ich ihn kaufe. Aber wenn du halt dann so ein Profil von jemandem hast, wann der ins Bett geht, weil du halt digitales Licht an- und ausmachst, wann du Käse kaufst, welche Musik du hörst, da können unglaublich detaillierte Profile übereinstellt werden, was die meisten Firmen halt nutzen, um dir dann noch eine Waschmaschine anzubieten, obwohl du schon drei gekauft hast. Aber auch andere Unternehmen oder sowas wie die NSA halt auch ausnutzen kann, um andere Sachen über dich auszufinden. Vergiss nicht, dass man das alles verkaufen kann. Schön viel Geld. Ja, wo man halt auch verkaufen kann. Also da sollte man vorsichtig sein. Also ich finde, Käse kann man doch auch auf so ein Platt Papier aufschreiben. Und wie steht ihr dann zum Thema Bargeldlosenbezahlen? Also einerseits ist das super praktisch. Lieb ich. Ja, ganz schlimm. Ich finde es super gruselig. Klar, es ist angenehm, aber ich finde es auch nicht so fucking kompliziert, aus dem Portemonnaie einen Fünfer rauszuholen. Aber hast du mal Bargeld dabei? Ja. Ja, in Berlin ist das auch ein Problem. Und ansonsten will man doch überall mit EC-Karte zahlen. Ich finde es halt aber so gruselig, wenn du einfach nur rüber switcht und zack, hast du 10 Euro weg. Also schlimm wäre natürlich, wenn es dann gehackt wird. Weil bei Geld sind wir, glaube ich, alle ganz empfindlich. Also wenn das gehackt wird, das tut schon, glaube ich, und bei den YouTube-Accounts. Das ist überempfindlich. Also zum Abschluss, Dominik, dir noch mal das Wort übergeben. Weil das eine Sache, die so ein bisschen das Ziel ja auch von dieser Sendung ist, ist den Zuschauern zu verdeutlichen, warum diese Themen eben nicht so einfach sind. Also warum andere Parteien in den Nuancen sozusagen da andere Ansichten und andere Schwerpunkte haben. Warum nicht einfach alle sagen, jo, alle Glasfaser, alle 5G, morgen machen wir. Also warum passiert das nicht? Weil man mit Netzpolitik nicht so wahnsinnig viele Leute hinter dem Ofen vorgibt. Ja, außer die, die alle hier zugucken. Ja, das stimmt. Aber wir sind ja auch nicht die Mehrheit. Aber dann muss ich auch mal was Pathetisches sagen, dann müsst ihr das auch sagen. Also wenn ihr das nicht sagt, dann kommt das auch nicht an in der Politik. Okay. In der Politik sind sehr viele Menschen, die sich darüber Gedanken machen, über 60-Jährige, 67-Jährige und Ältere, über Rente. Wir haben eben schon ein bisschen darüber diskutiert, über den Glasfaserausbau, das wollen alle. Nur er kostet Geld. Er kostet vielleicht 80 Milliarden Euro. Das ist sehr, sehr viel Geld. Und dieses Geld muss man bereitstellen. Und das macht man nur, wenn man sagt, okay, das ist jetzt mindestens genauso wichtig wie die Rente mit 63, wie die andere Klientel, die wir bedienen müssen. Also das wird nur dann kommen, wenn eine junge Generation auch aufsteht und sagt, uns sind Glasfaser wichtig, uns ist Datensicherheit wichtig. Also ganz ohne Aktivität geht's nicht. Aber wo soll ich das denn sagen? Hier zum Beispiel? Aber schauen die ins Internet? Sorry. Hallo Angela! Wir haben alle Bundestagsabgeordnete, die kann man alle anschreiben, die kann man, ich weiß nicht, ob ihr twittert, aber die kann man alle auch antwittern zum Beispiel. Die müssen halt das Gefühl kriegen, dass es für viele Leute wirklich wichtig ist und dass sie deswegen auch gewählt werden oder eben auch nicht gewählt werden. Aber meinst du, die haben das jetzt auch schon langsam auf dem Schirm? Die wissen das schon, nur Druck ist immer wichtig und ohne Druck auch von der Wahl und deutlich machen, wir wollen das wirklich, werden sie es nicht machen. Gut, und was die Parteien dazu sagen, das gucken wir uns jetzt mal im Pharma-Video von Funk an. Bitteschön. Es ist katastrophal, wie abgehangen wir sind beim Breitbandausbau. Unser Vorschlag, Post und Telekom, da verkauft der Staat seine Aktien. Das Geld geht nicht in den Staatshaushalt, sondern wird investiert in eine Investitionsoffensive Breitband auf dem Land. In den Städten brauchen wir das nicht, da brauchen wir nur eins, Wettbewerb, da ist die Telekom mit Kupferkabel gegenwärtig der Monopolist. Ändern wir einfach, da schafft es der Wettbewerb, dass wir Glasfaserinfrastruktur bekommen. Wir sind sicher schon ein bisschen besser, wir sind sicher Schwellenland. Wir haben schon eine ganze Reihe gemacht, da muss natürlich noch mehr gemacht werden, haben Sie recht. Und deswegen werden dafür Milliarden zur Verfügung gestellt, um das schnelle Glasfaserausbau voranzukriegen. voranzukriegen und vor allem auch, um den höheren Standard beim Mobilfunk zu erreichen. Hier wird seit Jahren viel zu viel gequatscht. Deutschland muss sich ein Beispiel nehmen an anderen Ländern, endlich in die Zukunft investieren. Da ist die sogenannte schwarze Null von Herrn Schäuble schädlich. Aber dass es immer noch so ist, dass es Regionen, ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, gibt, wo es überhaupt keine Möglichkeit gibt, ins Internet zu kommen, das ist wirklich inakzeptabel. Und dem Gerede müssen endlich Taten folgen. Gegen den schlechten Breitbandausbau hilft nur mehr Investitionen. Wir wollen ja insgesamt den Bund verpflichten, Investitionen zu tätigen. Bisher haben vor allen Dingen CDU und CSU immer den Fokus auf Sparen, Sparen, Sparen. Das bedeutet aber, dass man dann das Geld nicht ausgibt, zum Beispiel für schnelles Internet. Wir brauchen viel, viel mehr Geld in diese Investitionen. Und natürlich auch die Bereitschaft in allen Ländern, das dann technisch umzusetzen. Zum Beispiel die Telekom-Aktien im Umfang von 10 Milliarden verkaufen, das Geld dann in den Ausbau von Glasfaser stecken und aufhören mit dem Schwachsinn, dass wir Kupferkabel weiterhin verlegen über die Telekom. Wir brauchen die Technik von morgen. Und zwar nicht nur in den Städten, sondern auch auf dem Lande. Das entscheidet für viele Mittelständler, ist es ganz wichtig, ob sie auf dem Lande konkurrenzfähig sind. Aber auch für Familien ist es eine wichtige Entscheidung, ob man auf dem Lande wohnen bleibt oder in die Stadt zieht. Herzlich willkommen zurück an unserer Tafel. Robin? Wir haben es gerade gehört. Ja, also CDU, kann man sagen, Digitalisierung ist Ihnen wichtig. Aber wie Dominik eben schon meinte, in den letzten zwölf Jahren, vielleicht ein bisschen weniger passiert, aber in Ihrem aktuellen Programm sagen Sie, ja, es ist uns wichtig. SPD genauso sagt auch, ja, auch mehr Geld da rein. Linke sagt ebenso, ja, wir finden es wichtig. Bei den Grünen und der FDP, da hatten wir jetzt das vorhin, was die Jungs von Informer von Funk uns hier vorhin gesagt haben, nämlich das waren quasi zwei identische Antworten zwischen Grünen und FDP. Auch beide. Vor allem sehr wichtig. Und natürlich bei der FDP, wir haben es vorhin gesehen, ich glaube, den geben wir mal zwei Plus dafür, weil das ist Ihnen ein wichtiges Thema. Und ich muss sagen, es hat mich sehr überrascht, dass die AfD sich dazu nicht äußern wollte. Wir haben mal uns ein bisschen anderweitig außerhalb von dem Video informiert. Und da jetzt nach meinen Infos ist Ihnen Digitalisierung ein Thema für Sie, aber da sind im Parteiprogramm wohl keine konkreten Sachen dazu. Deswegen würde ich da leider auch jetzt gerade ein Fragezeichen geben. Wir geben mal ein Fragezeichen. Und jetzt kommen wir direkt auch schon zum nächsten Interview-Blog. Und da haben wir jetzt die ganzen Parteien eingeladen, die demnächst jetzt tatsächlich in den Bundestag höchstwahrscheinlich einziehen werden. Und zwar aber auch die, die jetzt gerade nicht in der Regierung sind. Das heißt FDP, Linke, AfD und Grüne. Und da habe ich leider eine sehr traurige Nachricht. Also muss ich sagen, die AfD ist heute leider nicht dabei. Aber nicht, weil wir sie nicht dabei haben wollten, sondern haben sie angefragt. Und haben keine Antwort erhalten. Bei anderen Parteien hat sich jemand zurückgemeldet. Deswegen sind Sie da nicht dabei. Sie kommen ja immerhin mit den Informa-Videos hier zu Wort. Ich hätte mir gewünscht, dass wir sie auch hier in der Sendung hätten. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Aber ich übergebe jetzt hier einmal rüber an Ben. An die Barra. Danke, Robin. Und ich darf jetzt meine drei Gäste, meine drei Interviewpartner zu mir bitten. Und zwar ist das einmal Laura Dornheim von den Grünen. Dann ist das Ria Schröder von der FDP. Und Julia Schramm von den Linken. Da trotten sie auch langsam alle ein in die Bar. Warum geht ihr so auf Abstand? Kommt ruhig mal an. Ihr könnt auch da bleiben, aber ihr könnt auch noch aufrücken. Ja, dann kriegst du einen anderen. So, was wollt ihr trinken? Wir hatten noch nicht so viel Party-Atmosphäre, finde ich. Es muss noch ein bisschen mehr... Doppelter Wodka. Ja, aber ich muss eine Woche Wahlkampf durchhalten, deswegen nehme ich Tonic. Ihr müsst das Mikrofon benutzen, sonst hört euch nur er und ich und die Zuschauer nicht. Ich muss nochmal einen doppelten Wodka bestellen, die wir da abgestellen, damit ich nicht den Wahlkampf durchhalte. Ja. Gut, einmal doppelten Wodka mit Tonic, ohne Wodka, bitte. Danke. Okay, alles klar, kommt sofort. Ich würde auch vorschlagen, dass wir die Parteien kenntlich machen durch das Gemüse, was wir in die Drinks reintun. Ja, sehr gut. Dann tue ich einmal mit einer Gurke für die Grünen vielleicht, mit einer Zitrone für die FDP und wir haben kein rotes Gemüse, also keine Radieschen. Radieschen im Drink sind auch, glaube ich, schwierig. Was möchtest du haben? Ich merke, es wird richtig wild. Julia, was willst du? Eine Weißweinschorle. Yes! Wilder wird es aber auch nicht mehr. Wilder wird es auch nicht mehr. Ich nehme doch bitte Rotwein, dann haben wir das mit der Farbe auch klar gemacht. Nee, wir nehmen erstmal ein Schöllchen. Wir können ja mal gucken. Das ist ein klassisches Weißweinschorle-Glas, finde ich. Ja, wenn du Alkoholiker bist. Okay. Wollen wir mal inhaltlich starten. Ihr trinkt zwar unterschiedliche Sachen, aber gerade Backstage habe ich schon gemerkt. Ihr versteht euch ganz gut. Und das ist ja auch ein bisschen so ein Vorwurf, den viele an die etablierten Parteien haben. Und da zählen wir euch jetzt mal alle dazu, dass die nicht so richtig unterscheidbar sind. Wäre schön, wenn jeder von euch mal kurz und knapp sagen könnte, was macht eigentlich eure Partei aus? Was ist das Alleinstellungsmerkmal eurer Partei? Du darfst gerne anfangen, wenn du... Okay. Also ganz klar, Die Linke fordert genauso wie alle anderen auch gute Bildung und ein gutes Leben für alle. Aber wir sind die einzigen, die so ehrlich sind, zu sagen, dass das Geld kostet und die einen Finanzplan auch vorgelegt haben, wie das finanziert werden soll. Und da geht es halt den Wohlhabenden und sehr Reichen ein bisschen an den Kragen. Aber ja, ich glaube, das unterscheidet uns von den anderen Parteien, dass wir die einzigen sind, die ganz klar sagen, gute Bildung, gutes Leben kostet Geld. Und wir sagen euch, wo es herkommt. Okay. Wenn du das in ein Hashtag packen müsstest, wie wäre der? Oh, das ist natürlich... Das ist sehr schnell verkürzt, ne? Aber wir haben natürlich... Milliardäre abschaffen. Milliardäre abschaffen ist der Hashtag der Linken. Ria, die FDP. Was macht die FDP aus? Ich glaube, was uns auszeichnet, ist, dass wir den Menschen in den Mittelpunkt stellen, das Individuum, und glauben, dass jeder was schaffen kann, jeder was machen kann aus seinem Leben, wenn man ihm die Chance dazu gibt. Das heißt, wir sind Optimisten, wir schauen positiv in die Zukunft, wir sagen, es gibt zwar Disruption, es gibt Digitalisierung, es gibt Globalisierung, aber wir wollen die Chancen darin sehen, wir wollen das anpacken, und wir beteiligen uns nicht an der Angstmacherei und an der Schwarzmalerei der anderen. Und der Hashtag? Der Hashtag ist Hashtag Fortschrittmacher. Hashtag Fortschrittmacher, okay. Die Grünen, wie sehen die das? Ja, wir haben ein Thema, das noch niemand genannt hat, obwohl es so brennend ist. Unser Planet wird immer heißer, es regnet den ganzen Sommer durch, es gibt einen Hurricane einen Tag nach dem anderen. Umwelt- und Klimaschutz ist nach wie vor unser großes Hauptthema. Auch wir haben gute Bildungspläne, auch wir sind Optimisten. Auch wir machen übrigens Politik für Menschen, also wir sind nicht die Zombie-Partei. Ich finde diese Phrasen immer so schön. Ich glaube, es gibt keine Politik, die nicht Politik für Menschen macht. Aber was ich immer ganz wichtig finde, ist, die Grünen sind nicht nur aus der Umweltschutzorganisation entstanden, sondern auch aus der Frauenbewegung. Deswegen echte Gleichberechtigung gibt es nur mit Grünen. Im nächsten Bundestag werden wir weniger Frauen haben als davor. Es gibt erstmals einen Rückschritt und das haben wir leider auch Parteien wie der FDP und der ganz übligen ganz rechts zu verdanken. Ich darf noch ein Hashtag sagen. Du musst sogar. Hashtag grüner wird es nicht. Die Themen sind aktueller denn je, deswegen wählen gehen grün wählen. Damit es grüner wird. Grüner werden die Themen nicht. Ich finde den Hashtag verwirrend, ehrlich gesagt. Das ist gut, Verwirrung ist regt zum Nachdenken an. Na gut. Eine ganz andere Frage. Oft hat man ja das Gefühl, es gibt so eine Politiker-Kaste. Jetzt seid ihr ja alles relativ junge Menschen. Ihr wart auch nicht immer alle in der gleichen Partei, in der ihr jetzt seid. Wir haben auch zwei Ex-Piratinnen am Tisch. Wollt ihr euch outen? Genau, das sind nämlich die beiden Damen außen. Digitalisierung. Sagt mir doch mal kurz, warum seid ihr überhaupt in die Politik gegangen? Irgendjemand muss es ja machen. Das ist aber kein so ein richtig emotionaler Grund, dass du das selber so siehst. Also ich kann ja vielleicht mal erzählen, weshalb ich damals tatsächlich angefangen habe, mich zu engagieren. Ich habe nämlich mein Auslandssemester in Australien gemacht. Und das ist zwar sehr schön da, aber es gibt so einen Nanny-Staat, der einem alles vorschreiben möchte. Also man darf da nicht trinken, man darf da nicht rauchen, also nicht auf der Straße. Und man muss immer Abstand halten. Und im Park darf man zwar trinken, aber nur bis 20 Uhr. Und man hat so ganz viele Regeln, die einem so den Alltag verbieten wollen. Und dann kam ich wieder und habe gesagt, also eigentlich so ein ganz kleines Thema, wo ich aber gesagt habe, in so einem Land möchte ich nicht leben. Und wenn Deutschland und Europa sich in so einer Richtung entwickelt, dann muss doch da jemand mal was gegen tun. Also auch so ein Thema Cannabis zum Beispiel ist ja was, was das betrifft. Also da will der Staat irgendwie... Ab 18, das muss man bei den Grünen jetzt auch nochmal dazu sagen, weil erwachsene Menschen für sich selber entscheiden können. Und deswegen weigere ich mich auch zu akzeptieren, dass der Staat ständig neue Regeln machen möchte, die uns auch in unserem Privatleben betreffen. Und deswegen habe ich angefangen, damals mich zu engagieren. Okay, und du? Ich war immer schon sehr politisch einfach von klein auf. Ich weiß auch nicht genau. Also meine Familie rät so auch bis heute noch, woher das kommt. Aber in meinem Grundschulzeugen stand immer sagenumwoben, ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und das hat sich irgendwie bis heute durchgezogen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, Politik ist... Ich habe es ja auch, ne, Piraten, ich habe es versucht, ich habe es wieder mit dem Aufhören versucht. So richtig bin ich aber nicht von weggekommen, weil ich glaube, dass jeder Mensch auch zählt und dass jeder Mensch was verändern kann und dass jeder Mensch dafür sorgen kann, dass wir in einer besseren Gesellschaft leben als jetzt. Und dafür möchte ich mich einsetzen und wollte das auch schon immer. Und hat ein bisschen gedauert, aber habe eine Partei jetzt gefunden, wo ich mich wohlfühle, auch politisch einfach mich einzusetzen und dafür zu kämpfen, dass wir tatsächlich in einer Gesellschaft leben können, wo alle Menschen Platz haben und alle in Freiheit und Würde leben können, unabhängig vom Geldbeutel. Also wir stellen fest, ihr seid alle für Menschen und glaubt alle an den Menschen und seid alle für Gerechtigkeit. und versteht aber irgendwie unter ein bisschen unterschiedliche Dinge darunter. Jetzt haben wir hier ja drei Erstwähler sitzen. Und ich fände es ganz schön, wenn jeder von euch mal mit einem kurzen Statement versucht, die drei davon zu überzeugen, euch die Stimme zu geben. Ich fange gerne an. Mit dir in der Mitte zusammen war ich schon mal in einem Video, wo es gegen Hass im Internet gegen Frauen ging. Das ist, finde ich, ein wahnsinnig wichtiges Thema. Digitalisierung ist super. Wir brauchen besseres Internet überall in ganz Deutschland. Wir brauchen 5G, wir brauchen zuverlässiges Lernen, wir brauchen ordentliche Rechtsprechung, was YouTube etc. anbelangt. Aber wir brauchen auch da Regeln. Manchmal sind nämlich mehr Regeln schon ganz gut, weil, dass im Internet irgendjemand, wir und mir oder irgendjemand von euch anderen, Vergewaltigungsdrohungen, rassistische Scheiße an den Kopf schmeißen kann, das darf nicht sein. Wir wollen A, die Kultur da ändern, wir wollen für mehr Akzeptanz sorgen für Menschen, egal wo sie herkommen, egal welches Geschlecht sie haben, egal wen und wie sie lieben. Und wir wollen, dass aber auch eine bessere Rechtsprechung, eine bessere Rechtsdurchsetzung passiert, gerade bei solchen Sachen im Internet. Hatte ich das überzeugt, so ad hoc? Verhalten. Ja, der nächste Versuch, hier. Ja, ich will, dass Politik für junge Menschen gemacht wird. Deswegen kandidiere ich auch selber für den Bundestag. Weil mir geht das immer alles viel zu langsam. Und wir erleben gerade den größten Umbruch seit der Industrialisierung, eigentlich eine neue digitale Revolution. Und die Schulen sehen immer noch genauso aus wie früher. Deswegen brauchen wir da, brauchen wir einen Bildungsrahmen auf Bundesebene, aber mehr Digitalisierung in den Schulen. Es kann nicht sein, dass der Overhead-Projektor immer noch irgendwie State of the Art ist. und es überall kein WLAN gibt. Und klar muss das finanziert werden, aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Wir wollen die Bildungsausgaben erhöhen. Bei Bildung ist das Entscheidende, wenn es darum geht, was ihr aus eurem Leben machen könnt. Also das, was ihr mitbekommt in der Schule, das ist entscheidend dafür, was ihr irgendwann mal mit aus eurem Leben machen könnt. Und deswegen hat jeder, finde ich, es verdient, die allerbeste Bildung zu bekommen. Und dafür setzt sich die FDP ein. Überzeugt das? Ihr seid schwer zu überzeugen. Ja, also das klingt schon ganz nett. Also Bildung ist für mich da auch so ein super wichtiges Thema, weil ich halt auch damit einen Kontaktpunkt habe. Ich glaube, für Bildung sprechen die sich auch alle aus. Ich kann dir auch ein flammendes Plädoyer dazu halten. Genau, du bist jetzt auch dran. Ja, warum die Linke als erstes wieder? Ich glaube, dass wir tatsächlich in einer Welt leben, die unübersichtlicher geworden ist und die auch schwerer nachzuvollziehen ist und die auch ungerechter geworden ist. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen. Ich glaube, dass wir eine Vision entwickeln müssen, wie wir auf der ganzen Welt zusammenleben können, wie alle Menschen auf der Welt leben können und wie wir uns sozusagen nicht in Europa und in Deutschland abschotten und am besten eine Mauer um uns rumziehen, sondern uns wirklich die Frage stellen, wie können wir es ermöglichen, allen Menschen einen Platz zu geben, in Freiheit und Würde zu leben. Und ich glaube, dass die Linke und dass wir die besten Konzepte dafür haben. Und Punkt eins ist einfach, dass der Wohlstand und die Ressourcen und das, was auch produziert wird, dass das gerechter verteilt wird und dass alle Menschen daran teilhaben und dass nicht einige wenige alles haben und der Rest sehen muss, wo er bleibt. Und ich glaube, dass wir deswegen, ja, dass wir deswegen eine starke Linke auch immer Bundestag brauchen. Und eine kleine strategische Anmerkung, momentan ist es so auch die Frage, wer wird dritter Platz, wer wird Oppositionsführer oder Oppositionsführerin und wäre cool, wenn es nicht die AfD ist, die FDP würden wir auch noch nehmen oder die Grünen, aber das letzte Mal waren wir die Oppositionsführer und die Führerschaft und das wäre schön, wenn wir die wiederkriegen. Okay. Entschuldigung, aber was hattest du euch jetzt überzeugt eigentlich? Ach so, Entschuldigung, das habe ich gar nicht gefragt. Ach so, ja. Sie müssen lachen. Ja, irgendwie haben es heute alle, die dort sitzen, ein bisschen mit dem Austeilen. Also das finden wir natürlich sehr witzig. Also nein, das heißt Austeilen nicht, natürlich nicht im negativen Sinne, sondern das ist sehr gut verpackt, die eigene Meinung. Und wir Jugendlichen wollen natürlich auch, dass ganz klar gesagt wird, das finden wir gut, das finden wir nicht gut und dass ganz ehrlich das gemacht wird, weil uns wird, also ich kenne das zum Beispiel von mir, aus meiner Familie, dass die älteren Personen dann halt sagen, so ja, die Politiker, die lügen alle und hier und da und dann kommt auch mal so eine Lügenpresse raus. So, und deswegen finden wir das halt dann sehr gut. Aber ich habe noch eine ganz, ganz kurze Frage zu Ihnen von der FDP. Sie beziehen sich jetzt Punkt... Ja, klar, so. Du beziehst dich jetzt sehr Punkt Bildung auf Digitalisierung, aber ihr habt noch andere Konzepte, was Bildung angeht, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das Kooperationsverbot zum Beispiel, dass das abgeschafft werden muss, ist ja ein ganz wichtiger... Was heißt das? Naja, die CDU zum Beispiel nicht und die wird ja... Ja, genau, alle am Tisch. Auch die Mehrheit des Bundestags, vom jetzigen und wahrscheinlich auch vom nächsten. Wissen alle, was Kooperationsverbot heißt? Kooperationsverbot heißt, dass der Bund sich nicht an der Finanzierung der Bildung in den Ländern beteiligen darf, weil Bildung eben eine Aufgabe ist. Wir haben ja den Föderalismus, also den Bund und die Länder, die haben unterschiedliche Aufgaben und Bildung ist eben eine Sache, die dürfen die Länder entscheiden und deswegen hat der Bund da auch kein Geld für, sozusagen, genau. War das verständlich? Ich hab's verstanden. Habt ihr's verstanden? Natürlich! Wir auch, ne? Da ihr euch ja zumindest oberflächlich relativ einig seid in vielen Themen oder zumindest in den großen Themen oder in der Frage, was sind die wichtigen Themen, würde ich das jetzt mal ein bisschen umdrehen und sagen, was ist denn, gibt es irgendetwas an eurer eigenen Partei, das ihr nicht gut findet? Weil, also man denkt ja immer so, Parteien, die sind sich so einig, aber da sind ja auch Menschen drin, das ist eine Gruppe von Menschen, und es ist am Ende immer ein Kompromiss, auch innerhalb von einer Partei und es ist ja auch irgendwie der Kern von Demokratie. Was ist denn, was würdet ihr denn bei eurer Partei gerne ändern? Oder was stört euch konkret? Gut, stören ist vielleicht ein großes Wort, aber natürlich, das hast du ja richtig beschrieben, ist es eine Herausforderung, sich da mit den Menschen auch zusammenzuraufen. Aber ich würde mir bei meiner Partei manchmal wünschen, dass sie tatsächlich auch ein bisschen optimistischer auftritt, weil wir sind ganz oft die Linken sozusagen die Nörgelköppe, die immer sagen, das geht nicht und das ist blöd und außerdem und so und so und so und so. Und das gibt es schon auch in der Partei natürlich auch sehr, die sagen so, hier Leute, links sein, hat nicht automatisch was mit dem ganzen Tag schlechte Laune haben zu tun, sondern wir gucken auch positiv in die Zukunft. Und wenn man sich zum Beispiel die Digitalisierung anguckt, dann ist es so, dass da Chancen bestehen und das auch, was sich verändert, also ich nenne das immer ein subversives Moment, das ist ein Riss sozusagen auch in der Gesellschaft und da kann man eigentlich von links jetzt mit guten Konzepten reingehen und ich arbeite daran, ich habe auch unter Hashtag Digital Links haben wir was erarbeitet in dem Bereich, netzpolitisch, so Digitalisierung, was es für die Gesellschaft bedeutet und da würde ich mir manchmal wünschen, dass mein Laden ein bisschen froher auf den Zug aufspringt, die frohe Kunde mit mir zu verbreiten, dass das Internet eine Chance ist, auch linke Ideen in die Welt zu tragen. Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden, ist natürlich als junge Frau auch immer eine, wo immer jung, wir haben vorhin schon drüber geredet, wir sind auch über 30. Ich übernehme mal, ich hätte gerne, dass das grüne Spitzenpersonal jünger wird, wir haben mit der grünen Jugend eine superaktive Jugendorganisation, wo wahnsinnig motivierte Leute drin sind, die echt einiges reißen. Ich rede viel mit meiner Mama drüber, die so die Gründung der Grünen überlebt hat und die mich die ganze Zeit fragt, sag mal, wann kommt da jetzt die nächste Generation? Und ich so, ja, ich würde gerne, aber da haben wir jetzt in der Partei keine Gläser in der Decke, weil das ist ja die, wenn Frauen nicht hochkommen, da sind wir ziemlich gut, Frauen kommen bei uns super hoch, aber so eine Altersdecke und da müssen wir mal ein bisschen durch, weil es kann irgendwie nicht sein, dass ihr junge Politikerin einladet und dann sitzen wir hier, die irgendwie, ich müsste jetzt rechnen, wie lange meine erste Wahl her ist, aber schon mehr als zwei Legislaturperioden. Wir können uns so noch an Vormerkel erinnern. Genau, also, dass da die Jungen wieder so ein bisschen rankommen und das andere Thema im Wahlkampf, ich habe gerade schon gesagt, Frauen kommen bei den Grünen super gut nach oben, aber wir haben das als Thema irgendwie gerade gar nicht groß besetzt. Wir haben jetzt gerade hauptsächlich Wahlkampf gemacht mit Klima- und Umweltsachen, die ultra wichtig sind, weil sonst saufen wir irgendwann alle ab oder ersticken an unseren Abgasen. Aber dieses Thema Gleichberechtigung, Frauen, Männer, aber auch LGBTQI, finde ich super wichtig und könnte noch mal ein bisschen mehr in den Fokus. Ria, du bist dran mit Nesbisch-Mutzen. Ja, ich bin auch gerne mal ganz ehrlich und nehme wirklich eine inhaltliche Position, weil wir mit dem Thema Junge ist bei uns nicht so ein großes Problem. Wir haben ja den jüngsten Spitzenkandidaten und auch sehr viele Julis, fast 70, die antreten auch als Direktkandidaten. Aber es gibt tatsächlich was, was mich inhaltlich stört und das wird bei uns auch sehr kontrovers diskutiert und das ist das Thema Erbschaftssteuer. Ich bin nämlich dafür, dass Erbschaften höher besteuert werden sollten, weil ich es, ja, da kriege ich jetzt Applaus von den Linken, das, ja, von allen Linken hier. Aber weil ich nämlich glaube ich, also weil ich denke, wenn man das Individuum in den Mittelpunkt stellt und das meine ich ja, wenn ich von dem Menschen spreche, den Einzelnen, dann muss man auch akzeptieren, also dann darf man nicht so eine Familiensippe wieder schaffen, wo dann das Recht der Toten quasi in dem Fall ja höher gewertet wird, als das der Lebenden. Und es ist so schwierig in Deutschland, immer noch ein Vermögen anzuhäufen. Aber ich will, dass das einfacher wird, dass jeder durch eigene Kraft, durch eigene Leistung reich werden kann, sich ein Haus kaufen kann, von mir aus drei. Aber ich finde es eben gerechter, wenn das jeder aus eigener Kraft machen muss und das nicht schon von Anfang an bessere Chancen hat, weil er Eltern oder Großeltern hat, die vielleicht irgendwann mal was gemacht haben oder es auch von ihren Eltern geerbt haben. Also das ist was, wo ich wirklich auch in der Partei kämpfe, dass wir da eine andere Haltung zu bekommen. Also ich habe das jetzt auch angesprochen, gar nicht, damit ihr nachher in euren Parteizentralen Ärger kriegt, sondern um genau das mal zu zeigen. Also Menschen, die in Parteien sind, sind nicht immer hundertprozentig einer Meinung mit der Partei. Im Gegenteil, deswegen sind wir ja dabei. Genau, und das gilt vielleicht auch fürs Wählen, weil viele ja so denken, es gibt keine Partei, die hundertprozentig abdenkt, was ich mache, aber wie soll es die auch geben? Also es sind ja immer irgendwie Gruppen von Menschen, wo ganz viele verschiedene Meinungen zusammenkommen, aber es irgendwie so irgendwas Gemeinsames gibt. Und da muss man halt gucken, welche Partei kommt einem da vielleicht am nächsten. Wir können mal eine Frage aus der Urne machen, oder? Ja, sehr gerne, genau. Ich lese mal vor. Also das sind die Fragen, die uns über Social Media erreicht haben. Ich würde gerne... Genau, ganz analog. Ich habe sie eingesendet. Ich würde gerne bei der Bundeswehr eine Karriere einschlagen. Wie steht Ihre Partei zur Aufrüstung oder Abrüstung? Ich fange mal an, weil das, glaube ich, bei uns am eindeutigsten ist. Also wir sind natürlich für Abrüstung und dafür, dass wir das auch global angehen. Wir sind auch gegen Waffenexporte und ich denke, dass das eine riesengroße Aufgabe ist und dass wir uns da auch nicht mehr verstecken können und dass wir das dringend angehen müssen. Das heißt nicht, dass der junge Frager, ich gehe davon aus, ich gehe jetzt davon aus, dass ein Mann ist einfach so voll, automatisch. Ja, stimmt. Könnte auch eine Frau sein. Also die Person kann da trotzdem noch Karriere machen. Ich glaube, so schnell lässt sich dann die deutsche Armee nicht abschaffen. Aber ganz klar, abrüsten, abrüsten, abrüsten und Deutschland muss da auch vorangehen und zum Beispiel mit den Rüstungsexporten, die eine der größten Fluchtursachen auch sind, dringend aufhören. Ja, wie sehen unter deiner Regierung sozusagen die Karrierechancen in der Bundeswehr aus? Ja, also ich bin auch total gegen Krieg, aber ich befürchte, wenn wir, also ich würde auch am liebsten, dass wir, aber deswegen, was ich zeigen möchte ist, ich glaube, darauf können wir uns wahrscheinlich in Deutschland einigen, aber wir leben nun mal auch in einer Welt, in der es ganz viele, auch verrückte Leute gibt. Gucken wir nach Nordkorea, in die Türkei, nach Russland, wo ja auch die Linke immer so ein bisschen Probleme hat, sich abzugrenzen, in die USA. Also wir haben ja auf der ganzen Welt potenzielle Krisenverursacher und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, dass wir uns zumindest einen Gegenpol bieten, weil wir haben ein demokratisches Zentrum hier in Europa. Genau, und deswegen bin ich auch für Abrüstung, aber man muss das eben auch mit den NATO-Partnern gemeinsam machen und man muss auch aufpassen, dass wir auch die Sicherheit in Deutschland gewährleisten können. Also mit viel Abrüstung. Sehr viel Abrüstung, mittel viel Abrüstung. Mittel viel Abrüstung und vor allem eine Europäisierung des Militärs. Also warum haben wir denn irgendwie zehn verschiedene Armeen in Europa? Warum können wir nicht eine haben, die auch aufeinander abgestimmt sind? Das wäre auch wesentlich günstiger am Ende. Zum Abschluss die Grünen. Ich fasse mich kurz, weil es wird ja auch mal sich beschwert, dass Politikerinnen zu viel reden. Ich stimme Julia zu, was das Thema Abrüstung anbelangt, aber ich würde dem der Frageschreiberin doch einfach raten, in das Cyberabwehrteam der Bundeswehr zu gehen. Das bauen nämlich gerade auf, da brauchen die massiv Leute, das wird die zukünftige Bedrohung. Und ich glaube, der Teil wird auch noch ganz, ganz lange erhalten bleiben, auch wenn wir es vielleicht irgendwann schaffen, keine Panzer mehr nach Saudi-Arabien zu exportieren. War doch gut. Ja. Ich würde ganz gerne noch ein kurzes, kleines Spiel machen. Und zwar, wenn ich du wäre, kennt ihr? Wir haben leider keine Zeit mehr. Wir müssen leider Musik hören. Schade, machen wir das Spiel nicht, aber dann hören wir jetzt nochmal die fantastischen Oh Brother. Genau. Er tut uns auch leid. Ja. Awake my soul 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 For you were meant to meet your maker Ja, vielen Dank an our brother und wir sind jetzt wieder hier und wir machen direkt das nächste Ding. Wir haben nämlich ein lustiges Tool. Es geht hier ja in Politik so oft um Geld. Denn all diese Sachen, die ja in der schönen Tafel stehen, die müssen irgendwie bezahlt werden. Wir haben es gerade gehört, Linke, Hashtag Milliardäre abschaffen. Bei der FDP soll man sich irgendwann drei Häuser kaufen können. Also da sind ganz unterschiedliche Vorstellungen zum Thema Geld. Und dafür gibt es auch ein lustiges Tool im Internet, was wir euch jetzt vorstellen wollen, nämlich den Steuer-O-Maten. Wieder Warn-O-Maten, nur zum Thema Steuer. Da muss man als allererstes, vielleicht können wir es mal kurz schon auf dem Bildschirm sehen, aber wir sehen es schon, genau. Wie hoch ist Ihr Jahresbruttoeinkommen? Was ist so ein realistisches Bruttoeinkommen, mit dem Ihr als Erstwähler, wenn Ihr jetzt irgendwann mal in das Berufsleben startet, und Ihr seid ja schon YouTube-Money, also wir rechnen dann gleich mal mit ein, zwei Millionen Euro bei Euch, aber so ein Einstiegsgehalt, was wollen wir hier mal so eingeben beim Jahresbrutto? Ich würde vielleicht jetzt mal erst mal an Dich überreichen als Großverdiener. Quatsch. Aber ich weiß auch tatsächlich gar nicht wirklich so sehr, was ein normales Einstiegsgehalt ist. Also ich glaube, wenn ich Informatik zu Ende... Also wie viel Geld würdest du sagen, das finde ich ein gutes Bruttoeinkommen, danach kommen ja noch Steuern weg? Ich glaube, hätte ich Informatik weitergemacht, hätte ich 30.000 im ersten Jahr verdient. Brutto? Brutto. Brutto. Okay, dann rechnen wir mal mit. 30.000 Euro. So, Dylan. So, bist du verheiratet? Nein. Nein. Wir wollten jetzt die krassen News hier im Livestream droppen, die noch keiner kannte. Würdest du was sagen, dann wäre jetzt die Chance dazu? Keine Kinder, Dylan. Nein, keine Kinder. Okay, wir gehen mal... Nein, null Kinder müssen wir angeben. Okay, null Kinder, weiter. Okay, also die Linke würde dir tatsächlich netto, laut diesem Rechner, wenn es dir nur ums Geld geht, würde dir 1.594,99 Euro mehr netto bringen. Und die FDP? Jetzt vergleichen wir das mal. FDP, 53,82 Euro. Auch solide. Kannst du dir ein nettes Abendessen von gönnen. Auch SPD und CDU, aber genauso. Die Linke sind die, die dich hier am meisten entlassen würden. Das ist ja eine riesige Spanne. Aber jetzt gucken wir mal. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein bisschen Spielchen. Sarah ist sehr geschockt, übrigens. Du bist geschockt? Ja. Was hast du gedacht? Was schockt dich? Ja, also für mich sind 1.531 Euro, das ist natürlich sehr viel Geld. Also selbst die 53 Euro sind für mich noch ein Geldbetrag zur Hämmer. Aber dass es so auseinander geht, also dass es so eine große Spanne in der Schere ist, für mich ist das unglaublich. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt mal den Durchschnitts-Youtuber und geben 1.000.000 ein. Natürlich der Durchschnitt, manche verdienen natürlich noch viel mehr. YouTuber, YouTuber, nicht verheiratet, keine Kinder. Okay, wieder 0 Kinder, ich muss immer 0 angeben. Jetzt kommt nämlich die YouTube-freundliche Partei. Da würdest du, wenn du 1.000.000 verdienst, kriegst du bei CDU und FDP noch 613,72 Euro netto obendrauf. Kannst du dann gut investieren. Jetzt kommt aber der Reveal. Wir können jetzt gucken, was ratet ihr, wie viel kriegen wir bei der Linken, die die Milliardäre abschaffen wollen, weniger? Wenn wir so eine Zahl in den Raum werfen. Ich würde insgesamt 72 Cent. Insgesamt 72 Cent. Netto. Kommt am Ende bei rum. Okay, gucken wir mal rein. Es sind minus 148.773.000 Euro, die du dann weniger bekommst. Bei der SPD sind wir noch minus 31.000. Aber jetzt gucken wir mal in die andere Richtung. Sagen wir zum Beispiel, was ich jetzt gerne gucken, Dillen, das waren 30.000 vorhin. Sagen wir mal, du wirst jetzt mal Familienvater heiratest und weil du sehr großzügig bist, hast du 30 Kinder. Jetzt gucken wir mal an, was dann, wenn du rauskommst. Und zwar, ach stimmt, du musst erst das Jahresbruttoeinkommen deines Ehepartners eingeben. Dein Ehepartner verdient genau das gleiche wie du auch. So, und jetzt haben wir 30 Kinder. So, weiter. Bei der Linke kriegst du 41.000 Euro mehr. Das ist mehr als dein Jahresbruttogehalt. Für deine 30 Kinder. Ist halt eine Menge Kindergeld, ne? Und bei der FDP kriegst du immer für die 30 Kinder, die du geschaffen hast, kriegst du 96 Euro mehr. Bei SPD 8.000 und bei CSU 9.000. Linke sehr großzügig auf jeden Fall. Also wenn man eine Großfamilie hat, sagen wir jetzt einfach mal so, ist glaube ich nicht politisch unkorrekt, ist die Linke auf jeden Fall da ganz vorne dabei. Ist natürlich auch immer nur, das muss man natürlich dazu sagen, das ist das Steuerkonzept diesen Parteien in ihrem Parteiprogramm. Das heißt, um das umzusetzen, müssten die ja quasi über 50 Prozent bekommen, weil sonst wird das in Koalitionsverhandlungen natürlich wieder geändert. Aber ja, also mal so als lustiges Spiel kann man gerne mal mit seinem eigenen Gehalt, wenn man jetzt verheiratet ist und vielleicht nicht 30 Kinder hat oder so kann man damit mal spielen. Aber guck, was passiert denn mit dem Millionär, wenn wir es mal kombinieren? Millionär und Millionen Kinder. Genau, Millionen Kinder und eine Million Kinder. Was passiert denn mit, implodiert dann die Linke? Was passiert dann? Dann ist die Linke auf jeden Fall pleite vielleicht. Okay, wir sind auch verheiratet, weil... Beide verdienen auch eigentlich eine Million, oder? Wollen einen weiteren Jon Snow verhindern. Jahresbrutto-Partner, der verdient auch eine Million. Ja, wir verdienen auch eine Million. Ja, das ist Gleichberechtigung. Der verdient fünf Euro. Gleichberechtigung. Der verdient auch sehr viel Geld. Das sind 100.000, da war eine Null. So. Jetzt haben wir immer... Wir sind reich. Wir stufen mal hoch auf 100 Kinder. Ey, bei CSU und FDP kriegst du mit deinen 2 Millionen Euro Gesamtehepartner immer noch 1.200 Euro für die Kinder obendrauf. Aber der Linke, das balanciert sich so ein bisschen aus. Minus 172.000 Euro, 514 Euro. Ich meine, da ist auch genug für die Kinder übrig. Aber guck mal, spannend, bei der SPD kriegst du als zweifach Millionär mit deinen 30 Kindern am Ende minus 3.723 Euro. Das ist, glaube ich, noch verkraftbar. Bei AfD und Grüne gibt es leider immer keine Angaben. Ist auch ein bisschen schade. Vielleicht haben die sich da nicht zu bereit erklärt oder sie haben keine Steuerkonzepte. Weiß ich jetzt nicht genau. Man kann mal auf die Parteiseite gehen und sich das angucken. Aber es ist also auch ein sehr lustiges Tool, das man gerne mal ausprobieren kann, wenn es einem nur ums Geld geht. So wie allen YouTubern. Dann kann man das. Natürlich. Kann man das mal machen. Was auch sonst. Ja, so. Ich würde sagen, komm, wir gehen wieder hier rüber. Auf unsere Themen in Ecke. Weil wir haben jetzt gerade 100 Kinder gezeugt. Wir waren fleißig. Wir haben 100 Kinder gezeugt. Und diese Kinder, die müssen ja jetzt alle in die Schule gehen, damit die dann auch ihre korrekte Steuererklärung abgeben können irgendwann. Oh, sorry. Das lernt man ja gar nicht in der Schule. Man lernt ja gar nicht, wie man Steuererklärungen macht. Man lernt in der Schule auch sehr selten nur programmieren. Ganz selten gibt es so einen Leistungskurs, wie die Sarah den hat, mit Politik und so weiter. Das ist natürlich immer so ein Thema. Ganz viel besprochen. Dazu kommen jetzt noch so ein paar andere Sachen beim Thema Bildung. Wir haben jetzt gerade 100 Kinder gezeugt. Deswegen wird es laut einer aktuellen Studie 2025 eine Million mehr Schüler geben als bisher angenommen. Nur wegen uns, wegen den 100er Grad. Aber auch generell. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, die müssen ja natürlich alle in die Schule. Aber wir stellen ja immer wieder fest, schon jetzt sind die Schulen marode. Und teilweise fehlt es an Lehrern oder auch leider ziemlich häufig. Wir haben wirklich Ausstattungsprobleme. Und ja, die Frage ist, wo stehen wir da mit Deutschland im internationalen Vergleich? Da kann man nur sagen, was die prozentuellen Haushaltsausgaben betrifft, sind wir auf Platz 22. Und zwar hinter Ländern wie Mexiko, Brasilien und Slowenien. Also Deutschland schneidet da relativ schlecht ab, muss man eigentlich fast sagen, dafür, dass wir eigentlich immer so ein Vorzeigeland sind. Deutsche Lehrer gehören übrigens auch mit zu den Ältesten im Schnitt unter den ganzen Industrieländern. Und zwar haben wir hier rausgefunden, circa über 50 Jahre alt ist der deutsche Durchschnittslehrer. Der Grund ist rund die Hälfte der Lehrer, ja genau. Rund die Hälfte der Lehrer, genau. Aber Schule ist ja auch nicht alles. Danach geht es ja im besten Fall weiter und zwar mit der Ausbildung und auch der Uni. Und das ist ein Thema, das ganz viele von euch User natürlich interessiert. Wie immer, schreibt eure Fragen natürlich auch unter das Video hier und das ist auch die Überleitung zu unserem nächsten Thema. Wie gesagt, Bildung. Wir haben jetzt coole Bildungsgäste, nämlich einmal klängern Nina Kutschera, Eva Schulz vom Funkkanal Deutschland3000 und Diana Zulöwen. Außerdem, Jette, du kannst, bring mal die Handkolle mit und komm mit. Du darfst jetzt zu unserem Team aus. Wir laden dich aus der ersten Ecke wieder rüber. Hey, na? Schön, dass ihr da seid. Ja, herzlich willkommen bei uns auf der Couch, Jette, du hast ja jetzt mal von der Erstwähler-Couch zu uns rüber gewechselt. Ja, Bildung, gutes Stichwort. Bevor wir nämlich die Fragen an euch abgehen, gehen wir erstmal wieder zu unserer Google-Expertin, Isa, und du erzählst uns jetzt mal, was die meisten Sachen sind, die Leute zum Thema Bildung auf Google suchen. Gerne. Also zum einen will ich ja nochmal herausstellen, dass ich das erstens super fand, dass Lisa im YouTube-Interview mit Merkel überhaupt das Thema Bildung mal angesprochen hat und dann auch bei Martin Schulz nochmal unterstrichen hat, wie wichtig das eigentlich ist. Wie gesagt, unsere Trends gucken auf das Suchinteresse aller Deutscher, also nicht nur zielgruppenspezifisch, aber vielleicht können wir uns die Top-Fragen mal anschauen aus den letzten 14 Tagen. Warum ist Bildung Ländersache? Was ist das Kooperationsverbot? Was sagt die CDU zur Bildung? Was bedeutet nachhaltige Bildung? Und was ist nachhaltige Entwicklung? Und ich glaube, gerade Nummer vier, also was ist nachhaltige Bildung, ist ganz interessant, weil das so ein neuer Begriff ist, der so in den letzten Monaten irgendwie aufgetaucht ist oder zumindest stärker das Suchinteresse getriggert hat. Wenn wir uns die Parteien anschauen, auch da relativ deutliches Ergebnis eigentlich, wenn Menschen nach Bildung suchen, nach welcher Partei suchen sie dann auch am stärksten? CDU, SPD hier ganz weit vorne, auch FDP relativ weit hinten, relativ schnell danach, also mit 17 Prozent, dann AfD, die Grünen und die Linken und CSU das Schlusslicht. Also vielleicht mal die Frage, warum ist das so? Warum suchen die Menschen, wenn sie nach Bildung suchen, genau nach diesen Parteien? Haben sie ein starkes Programm oder thematisieren sie Bildung sehr viel expliziter als manche andere Parteien? Ja, vielen Dank. Danke vielmals. Haben wir vielleicht eigentlich schon eine Zuschauerfrage? Wenn nicht, dann, wie gesagt, eure Fragen sind immer willkommen. Einfach unter unser Video. Da haben wir eine. Da ist ja schon eine. Das ist auch tatsächlich, also warum sollte Bildung denn Ländersache bleiben? Wir haben es mit dem Kooperationsverbot vorhin jetzt hier an der Bar schon gehört. Das ist ein Riesenthema. Erstmal weiß einer von euch, wo das herkommt, warum wir das überhaupt haben, dieses Verbot? Möchte sich jemand äußern? Schaut mich nicht so an. Schaut mich nicht so an. Was war das? Also ich rede jetzt einfach ins Blaue hinein. Ich habe da auch keine Faktenchecks zu. Ich glaube zu meinen, die Regie kann mir jetzt gleich ins Ohr schreien, dass das aufgrund unserer historischen Vergangenheit in der Nazizeit ist, dass wir diesen Föderalismus haben und das betrifft auch die Bildung. Also dass nicht eine Landesregierung quasi die Bildung, also eine Bundesregierung die Bildung in allen... Aber vielleicht was ist ja das. Isa ist doch bestimmt. Sind wir das Experte? Nein, die Regie hat mir das gerade gesagt, dass du Experte bist. Ich würde mich deiner ersten Ausführung glaube ich anschließen, obwohl ich es auch nicht komplett genau weiß. Das ist doch eine Ausstrahlung, die in den Stich. Aber ich glaube, dass durch den Föderalismus und den Vertrag, der dahinter steckt, auch natürlich bestimmte Bereiche geregelt werden. Dazu gehört Bildung. Aber wie die Fragen zeigen, ist das überhaupt richtig? Oder sollte man vielleicht da über eine neue Regelung nachdenken? Da kommt auch schon der nächste Kommentar. Und zwar, was will man denn gegen den Lehrermangel machen? Und wie ist das eigentlich mit Inklusionsschulen? Und wie will man die unter einen Hut bekommen? Ja, ähm, hättet ihr da eine Idee? Nina? Ja, ich möchte. Your time. Für mich als Mama fängt Bildung noch vor der Schule an. Und ich glaube, um diesen Lehrermangel überhaupt in den Griff zu bekommen, muss man schauen, dass man die Leute für Bildung erst mal interessiert. Also gerade kleine Menschen. Okay, wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Erklär mir mal, wie würdest du das machen? Und, ähm, ich würde tatsächlich auch in der Grundschule dann immer weiter, äh, fokussieren. Okay, du kannst, das richtig gut. Lass, komm, wir machen das zusammen. Lass mich nicht fördern. Und vielleicht kannst du das irgendwann jemandem beibringen. Und halt schon wirklich Kinder dafür sensibilisieren, Bock drauf zu haben, anderen Menschen auch was zu erklären, was sie vielleicht nicht so gut verstehen. Und wie kann man die dafür dann zum Beispiel motivieren? Ich wollte eigentlich, äh, was zu der Lehrersache sagen. Also ich glaube, man könnte einfach den ganz klassischen Weg gehen und versuchen, mehr Leute einfach für diesen Beruf zu begeistern. Das bedeutet, erst mal den Einstieg in diesen Beruf zu erleichtern, vielleicht die Studienzeit irgendwie zu verkürzen oder das Studium so anzupassen, dass man halt praxisbezogen mehr lernt, damit man halt schneller in dem Beruf kann, dann vielleicht einfach das Gehalt erhöhen, damit halt mehr Leute auch dazu neigen, Lehrer zu werden und generell dafür zu werben, vielleicht, äh, ja, neue Lehrer einzustellen, damit das allgemeine Ansehen von Lehrern vielleicht auch generell mal ein bisschen steigt, weil mittlerweile sind die Lehrer gar nicht mehr so beliebt und, äh, gerade bei Eltern haben die doch gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert wie damals. Okay. Was würdet ihr euch wünschen oder was habt ihr in der Schule bei euch vermisst in der Schulzeit? Jette, du bist gerade raus aus der Schule. Genau, also ich hab im letzten Jahr Abi gemacht und, äh, bei mir war das eigentlich immer so, ich, ich, äh, hab das so ein bisschen außer Acht gelassen, dass ich, ähm, das einfach so akzeptiert habe, wie es ist. Also ich hab einfach Schule gemacht, wie sie mir da angeboten worden ist und das gar nicht wirklich so hintergefragt und jetzt im Nachhinein hätte ich wirklich sehr gerne mehr, ähm, mehr Talentförderung gehabt. Ich hab, ähm, schon lange irgendwie so, so Medien für mich entdeckt da oder zum Beispiel YouTube entdeckt, da kannte das von meinen Klassenkameraden niemand. Hab dann auch mit dem ganzen Videoschnitt irgendwie recht früh angefangen und, ähm, sowas, sowas greift Schule gar nicht auf. So, so individuelle Sachen, die gehen ja, also die bleiben völlig außer Achtung. Das finde ich immer ganz schade. Gerade auch, was du meintest mit irgendwie, wenn man was gut kann, dann sollte das gefördert werden und man muss sich da momentan immer eher so privat drum kümmern in seiner Freizeit. Nun bleibt aber neben Schule, weil man Abi macht, gar keine Freizeit mehr. Zumindest ging es mir so. Ich hab mich da recht reingehängt und, ähm, da auch immer alles gemacht, was von mir so verlangt worden ist und deswegen war das halt immer ein bisschen schade und so diese individuelle Entfaltung hat man irgendwie gar nicht mehr richtig. Es ist mehr so einheitsbrei. Eva, du hast genannt. Ja, ähm, ich kann dir da nur zustimmen. Ich finde, eine gute Schule schafft es, dass, ähm, man eben nicht nur sich für das interessieren muss, was als Fach im Lehrplan steht, sondern, dass man auch Freiräume hat, wo man irgendwelche AGs von mir aus auch selber gründen kann und nicht auf einen Lehrer angewiesen ist, der eh, glaube ich, schon sehr gut ausgelastet ist. Ich glaube, das ist auch ein Problem bei der Lehrerausbildung, dass sowas wie Referendariat unfassbar stressig ist. Ganz viele Referendare ja auch abbrechen einfach, weil sie nicht mehr können oder unter solchem Druck stehen. Und das ist ein Problem, das ich in unserem Bildungssystem an ganz vielen Punkten sehe, dass wir überall so durchgestresst werden und dass ein Druck suggeriert wird, der eigentlich nicht sein müsste. Also, ich hab das schon zu meiner Schulzeit empfunden und auch jetzt, wenn ich Freunde oder in meiner Familie meine Cousinen sehe, die gerade Abi machen oder die Realschule abschließen, die haben das Gefühl, sie dürfen nicht mal kurz durchpusten, um sich jetzt zu überlegen, was sie als nächstes wollen, sondern irgendwie musst du dann mit 16, 17, 18 schon wissen, wie dein Leben weitergehen soll. Anstatt, dass man mal einmal kurz sagt, hey, es ist völlig okay, wenn du diesen Zeitpunkt auch nutzt, um von mir aus ein halbes Jahr ein Jahr Pause zu machen oder Sachen auszuprobieren und zu hinterfragen, anstatt dich jetzt schon auf eine Karriere festzulegen. Und was sagt ihr dann zum Thema so Gesamtschulen? Findet ihr das gut oder sollte man diese, wie es in manchen Bundesländern ja ist, beibehalten, Gymnasium, Hauptschule, Realschule? Also ich würde ja generell sagen, dass es ja schon wichtig ist, jeden individuell versuchen zu fördern. Und ich finde aber, dass man oft dann die Leute sehr stark abgrenzt, wenn man sagt, du gehörst halt dahin und du gehörst dahin. Und das trügt irgendwie auch, dass man dann wieder denkt, jeder, der ein Abitur hat, ist besser als die Leute, die nur einen Realschulabschluss haben und aus dem wird dann nichts mehr. Weil Mitarbeiter hat man auch durch Ausbildung so viele tolle Möglichkeiten und es ist zum Teil auch viel praxisnäher als manches Studium. Aber ich denke mal, du kannst ja bestimmt auch noch viel sagen. Ja, also meine Tochter ist 16 und tatsächlich durch G8 jetzt schon in der gymnasialen Oberstufe in der 12. Klasse und steht vor einem Loch und weiß nicht, was soll ich machen. Und mein Kind ist teilweise von morgens, also nicht teilweise, jeden Morgen um Viertel vor acht geht bei ihr der Unterricht los und ist bis nachmittags irgendwie unterwegs. und was du meintest, also diese Praxisgeschichten und so, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Die stehen vor einem Riesenberg, der bitte ganz, ganz schnell erledigt werden möchte und die kommen. Ich weiß nicht, wie ich meinem Kind helfen soll. Wir brauchen ganz, ganz dringend ein ganz, ganz neues System. Also dieses Abgrenzen, um das nochmal aufzugreifen, weiß ich nicht, wie ich das finde, ehrlich gesagt. Also ich fände eine Gesamtschule super, allerdings eventuell mit verschiedenen Schwerpunkten. Ich habe letztens, ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, LeFloid hatte in einem Video mal erwähnt, dass es eine Schulform gibt, beziehungsweise irgendwo, ich weiß nicht mehr wo, wo die Kinder tatsächlich nach können, wie in einem Roleplay-Game. Die sammeln Erfahrungspunkte und werden halt in gewisse Bereiche, in gewissen Bereichen besser geschult. Das fände ich großartig. Aber ich glaube, dafür müsste man unser komplettes Schulsystem einmal komplett auf den Kopf stellen. Wir haben jetzt auf der einen Seite das Schulsystem, auf der anderen Seite haben wir das mit der Weiterbildung. Ich habe selber eine Ausbildung zum Schauspieler gemacht und habe dann einfach so ein bisschen mein Gefühl, ich muss jetzt mal was studieren, muss was Richtiges machen. Habe dann noch ein Studium dran gehängt, jetzt bin ich YouTuber, also ich habe sowieso alles verkackt. Aber das Thema, so dieser soziale Druck zu studieren, das hast du auch behandelt bei Deutschland3000, dem Funk-Kanal. Und da habt ihr euch eingeguckt, Master versus Meister. Was kannst du uns dazu erzählen? Wir haben auch genau das beobachtet, so man muss ja noch was Richtiges machen und was Richtiges ist dann immer gleich Studium. Das ist so der heilige Gral. Inzwischen über 50% der Leute, die Abitur machen, studieren auch oder über 50% der Leute, die den Schulabschluss machen, studieren auch. So viel waren das noch nie in Deutschland. Und da haben wir das Problem, dass dann am anderen Ende des Ausbildungsrepertoires, was man so machen kann, ganz viel verloren geht. Wir haben fast 180.000 unbesetzte Ausbildungsstellen in Deutschland. Und das liegt eben auch daran, dass es so eine niedrigere Anerkennung für diese Jobs gibt, obwohl wir das Handwerk ja genauso doll brauchen. Und ich habe für Deutschland3000 bin ich dann ins Kliemannsland gefahren, zu Finn, der ja im Grunde so der Posterboy für andere nicht-akademische Ausbildungen ist. Und habe mir da von einem Malermeister und einem Tischlermeister und noch ein paar anderen sehr coolen Handwerkern beibringen lassen, wie man einen Tisch baut. Und dabei haben wir uns drüber unterhalten, was es auch für Klischees gibt gegen das Handwerk. Und die haben mir auch ein paar Akademiker-Klischees um die Ohren gehauen. Und dabei habe ich total viel gelernt. Dazu haben wir auch einen Kommentar mit gerade aus der Regie gehört. Und zwar, wann gibt es endlich einen Mindestlohn für Azubis? Für 3,50 Euro die Stunde als Abiturient im Handwerk arbeiten ist nicht so. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, die auch andere Berufe wie beispielsweise in der Pflege betrifft. Da wird ja immer gesagt, da verdient man einfach so wenig. Warum sollte ich das machen? Also das ist ja nicht wirklich ein Anreiz, dass ich so eine wichtige Aufgabe so unterbezahlt sehe. Es gibt ein paar Parteien, die die Mindestausbildungsvergütung im Wahlprogramm haben. Das sind meines Wissens die SPD, die Grüne und die Linken. Die Grünen und die Linken. Und das macht genau vor dem Hintergrund von diesem Kommentar total Sinn. Weil wenn ich jetzt eine Ausbildung machen will und nur 3,50 Euro, so eine Friseurin oder Friseur verdient glaube ich im Durchschnitt 350 Euro irgendwie sowas als Ausbildungsvergütung. Und ein Tischler 630. Und das ist nichts, wenn ich jetzt in eine andere Stadt ziehen will, wovon ich dann easy leben kann, sondern dann muss ich während der Ausbildung im Zweifel zu Hause wohnen bleiben und kann gar nicht deutschlandweit gucken, wo es vielleicht einen richtig coolen Betrieb gibt, wo ich irgendwie nochmal diesen Job auf eine ganz andere Weise lernen könnte. Und wenn man jetzt mal nochmal von den Ausbildungsberufen weggeht zum Thema Studium, also oft, oder da kann ich zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung von einem Freund reden, der war in der Schule jetzt nicht besonders gut, also sag ich mal Durchschnitt und wollte unbedingt Jura studieren und ist jetzt der Oberpro. Vielleicht wäre da jetzt ein Ziel darauf gewesen, hätte das niemals machen können. Oft ist das bei Medizinern ja auch so und dann gehen vielleicht echt grandioser Ärzte verloren, nur weil die das nicht machen können. Allerdings auf der anderen Seite würde es dann vielleicht auch bedeuten, dass sich zu viele Leute für einen Studienplatz bewerben. Wie könnte man dieses Problem denn da in den Griff kriegen? Also ich kann das zum Beispiel auch so ein bisschen aus meiner Erfahrung erzählen. Also ich studiere auch an der Uni zu Köln, BWL, und das ist ja auch so ein Massenstudiengang und generell ist es einfach total schwierig, eigentlich durch so ein Studium herauszufinden, was seine Stärken und seine Schwächen sind. Man hat eigentlich gar keinen Praxisbezug. Ich musste zum Beispiel noch nie wirklich einen Vortrag halten und kann trotzdem mein Studium bestehen und meinen Bachelor bekommen, weil wir einfach auch zu viele sind. Und ich glaube, so ist es halt ganz oft, dass die Leute, auch wenn sie fertig sind mit Studieren, immer noch nicht wissen, wohin mit sich. Und dann fängt jeder an zu studieren. Manche haben vielleicht Glück und werden dann mega erfolgreich und andere gehen halt total unter, weil es auch nicht das ist, was sie werden wollen, weil wirklich, also ich auch nochmal zu dem Thema Ausbildung, ich glaube, viele unterschätzen auch, wenn man auch einen Meister macht, kann man auch danach studieren. Also man hat so viele Möglichkeiten auch sich weiterzubilden oder auch es gibt echt spannende und coole Ausbildungen, also dabei kann man auch E-Commerce als Ausbildung machen und so Sachen und man kann sich auch selbstständig machen und das vergessen total viele neben diesem, ja ich muss studieren, weil das macht halt jeder. Ich glaube, zu dem Thema ist es auch ganz gut, also dieses Thema, ich kann ja noch was anderes machen. Ich glaube, es war mal so, in der Generation unserer Eltern, dieser Baby-Boom-Bei-Generation, hat man mal gesagt, es sind immer so zwei bis drei, vielleicht vier Jobs im Leben, die man hat. Bei Millennials sagt man jetzt heute, es sind vielleicht zehn oder sogar zwanzig Jobs nach irgendwelchen Zahlen, die wir eventuell dann bis, keine Ahnung, 2050, 2016 wieder haben werden. Das heißt, viele Berufe haben es vorhin mit dem Thema Digitalisierung gehabt, die werden auch irgendwann obsolet, sowas wie einen Tischler wird man vielleicht immer brauchen, das sei denn, man hat irgendwann einen Roboter, der dann halt, also Fynn Kliemannsland wird dann irgendwie Roboter-Finnland und der sägt uns alles zusammen. So deine Tochter zum Beispiel, so zukunftsorientiert, ist es wirklich so, dass sie sich hinsetzt und sagt, ich muss einen Job finden oder kann man heutzutage nicht vielleicht sogar sagen, ich finde erst mal einen Job und dann habe ich noch einen Job und dann habe ich noch einen Job und dann habe ich noch einen Job und ich mache was anderes oder ich weiß vielleicht noch gar nicht, ob es meinen Job in zehn Jahren gibt. Ich werde das auch. Also die Interessen meiner großen Tochter sind sehr, sehr breit gefächert und sie weiß noch überhaupt nicht, wo sie hingehen soll. Also sie interessiert sich für ein Psychologiestudium, sie findet aber auch Schauspiel ganz toll und es gibt ganz, ganz viele Punkte, wo sie sich immer wieder informiert. Aber was ich jetzt einfach ihr versuche mitzugeben ist, habt keine Angst vor dem, was da passiert. Wenn du deinen Abschluss in der Tasche hast, egal um welche Ecke, wie du eben auch erklärt hast, du kannst werden, was du willst. Lass dir Zeit, such dir den Kram aus. Und das ist, ich finde es ganz wichtig, dass unsere Kinder Zeit bekommen, weil die sind jetzt schon unter Stress. Das kann mir einfach nicht wahr sein. Gebt den Kindern Zeit und lasst sie aussuchen, auch als Eltern. Ich sehe das immer wieder, wie Eltern da stehen, sagst du, du musst jetzt aber gucken, was machst du, was willst du werden. Gebt den Kindern Zeit und lasst sie das machen, worauf sie Bock haben, weil dann werden sie glücklich und dann werden sie ihren einen oder ihren zweiten oder ihren dritten Job lieben und halt eben keinen Tag mehr arbeiten müssen, sondern einfach ihr Leben gern haben. Spaß haben und dabei Geld verdienen, sowie auf YouTube. Bäm. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank für euren Input. Jetzt ist natürlich auch relevant, und das ist ja so ein bisschen auch das Thema dieser Sendung, eben einmal zu diskutieren, einmal persönliche Anekdoten zu hören, so ein bisschen drüber zu reden. Auf der anderen Seite aber natürlich auch zu gucken, was ist denn das Problem? Und wir haben jetzt viele Probleme gehört und eins ist natürlich auch die Ausstattung in Schulen. Das ist auch ein Riesenthema, so wie kriegen wir da mehr Geld rein, weil das ist alles toll, so alternative Bildungskonzepte, Lehrern mehr zahlen und so weiter. Das muss ja auch irgendjemand bezahlen. Und wie die einzelnen Parteien zum Thema Ausstattung von Schulen sehen? Vorher allerdings, muss ich ganz kurz sagen, müssen wir natürlich auch noch Jette verabschieden. Oh ja, Jette, du gehst jetzt komplett weg, ne? Ja, wir beide. Ihr beide seid jetzt, ihr fliegt jetzt direkt zurück. Ja, mit eurem E-Flugzeug. Mit eurem E-Flugzeug. Ja, dann vielen Dank. Die erste Wille-Ecke wird jetzt ein bisschen leerer. Vielen Dank. Und wir gehen jetzt in das Funk-Informer-Video zum Thema Ausstattung in Schulen. Bildung muss die Top-Priorität in den öffentlichen Haushalten werden. Alle sprechen darüber, wie die Ausgaben für das Militär bis 2025 erhöht werden. Wir wollen dafür sorgen, dass Deutschland bei den Bildungsinvestitionen im nächsten Jahrzehnt ganz vorne bei den entwickelten Wirtschaftsstationen mit dabei ist. Und dann darf das nicht nur eine Sache für Kommunen und Länder sein, sondern auch der Gesamtstaat muss sich finanziell engagieren dürfen. Also der Bildungsföderalismus zwischen den 16 Ländern, der muss reformiert werden, damit es mehr Mobilität und mehr Vergleichbarkeit gibt, aber damit vor allen Dingen das Geld des Gesamtstaats investiert werden kann. Dafür sind in erster Linie die Länder zuständig. Wir haben uns vorgenommen, dass wir in der nächsten Legislaturperiode eine große Bildungskloud für ganz Deutschland aufbauen, wo die ganzen Inhalte, die für Schule und Universität wichtig sind, enthalten sind und runtergeladen werden können. Und ich glaube, das notwendige Smartphone haben die meisten jungen Menschen ja schon. Das Kooperationsverbot abschaffen, das in Deutschland für den Schwachsinn sorgt, dass man eine Schule in Burundi finanziell unterstützen darf. Dagegen habe ich nichts, ganz im Gegenteil. Aber eine Schule in Bochum, damit es eine gute Schulsozialarbeit zum Beispiel gibt, das darf man nach unserer Verfassung nicht, halte ich für Blödsinn. Und bei den Hochschulen ist es wichtig, dass wir den Hochschulpakt verstetigen, dass auch in Zukunft Geld regelmäßig vom Bund an die Länder geht, damit die Hochschulen vernünftig ausgestattet sind. Da ist es dringend notwendig, dass das Kooperationsverbot fällt und dass der Bund seiner Verantwortung nachkommen kann. Wir müssen die Zukunftsressource Bildung. Deutschland hat über Jahre die meisten Patente, hervorragende Entwicklung gehabt. Wenn wir so weitermachen, werden wir ins Hintertreffen geraten. Und deshalb mehr Investitionen in diese Zukunft. Und das darf nicht verbal, wie im Wahlkampf, bei allen Parteien bleiben. Das muss sich auch konkret in Haushalten widerspiegeln. Das ist immer wieder eine Geldfrage, ist aber eine Sache der Länder und muss von den Ländern entschieden werden und ist also in dem Bundestag kaum mehr als nur zu debattieren. Vor allem bei den Universitäten müssen die Mittel verstetigt werden. Also man muss länger planen können. Im Moment ist das oft sehr kurzfristig. Und bei den Schulen ist es wichtig, dass wir als Bund auch mitfinanzieren können. Im Moment ist das Sache der Länder und die Länder können das nicht mehr stemmen. Die Anforderungen sind so gestiegen, unter anderem die Ganztagsschulen. Da muss der Bund mit mehr Geld rein, damit sowohl was die Hardware, die Schulen selber, als auch den Inhalt angeht, unsere Schulen besser werden können. Wir sind zurück an der Tafel und wollen wieder klären, was sagen die Parteien, wie ist die Haltung? Ich glaube, wir müssen das ein bisschen umformulieren, weil das Thema Bildung ist, glaube ich, allen Parteien wichtig. Ich glaube, das haben wir jetzt auch gerade in dem Video gemerkt. Ich glaube, der Unterschied ist vor allem, was sagen die Parteien zum Kooperationsverbot? Haben wir ja gerade gelernt, inwieweit ist der Bund oder nur die Länder? Verantwortlich sozusagen für das Thema Bildung. Und ich glaube, alles, was wir heute angesprochen haben, das braucht Geld. Und deswegen ist das Thema Kooperationsverbot, glaube ich, das Wichtigste. Und da haben wir gehört, ja, die CDU ist dagegen und die Alternative Deutschland ist dagegen. Alle anderen scheinen sich dafür auszusprechen, da mehr zu machen und auch mehr auf Bundesebene zu machen. Das heißt, da haben wir diesen kleinen Unterschied. Und jetzt haben wir nochmal einen schönen Block, wo wir euch nochmal ein paar lustige Tools vorstellen. Genau, da würde ich jetzt mal übernehmen. Und zwar, gerade haben wir den, oder vorhin haben wir den Steuer-Omat gesehen. Ich gehe aber mal rüber hier zu den ersten Währleisten. Jetzt gibt es tatsächlich was für alle, die sagen, oh, Steuern interessiert mich nicht und irgendwie so konkrete Fragen, ja, die haben wir irgendwie auch schon alle zehnmal gehört. Wie schaut es eigentlich mit der Musik aus? Und da gibt es den sogenannten Musikomat. Da könnt ihr gucken, mit welcher Partei euer Musikgeschmack übereinstimmt. Weil vielleicht seid ihr ja im Herzen oder auf der Disco-Fläche gar nicht so der Linkswähler, wie ihr denkt. Deswegen können wir hier gleich mal starten. Vielleicht tanzt du rechts. Du kannst mir ja gleich mal sagen, Robin, erste Frage an dich. Erzähl uns was über dich. Welcher Song beschreibt dich denn am besten? Du musst sie mal kurz nennen, weil wir sind alle sehr blind hier drüber. Genau, also ich hätte im Angebot für dich Schritt für Schritt ins Paradies von Tonsteine Scherben. Auf der guten Seite von Sportfreunde Stiller im Zweifel für den Zweifel. Pure Lust am Leben oder Einigkeit und Recht und Freiheit. Sarah sagt pure Lust am Leben. Schulzflug. Okay, gut. Wenn ich das hier mal anklicken. Dann von welchem Lied bekommt ihr auf jeden Fall ein Ohrwurm? Hätte ich im Angebot Viva la Vida, Rhythm is a Dancer, Atemlos durch die Nacht, darf natürlich nicht fehlen, Bicycle Race oder Lila Wolken von Material. Ich bin tatsächlich, also für Ohrwurm ist es halt tatsächlich Atemlos durch die Nacht. Also Rhythm is a Dancer. Rhythm is a Dancer. Da müsst ihr euch jetzt entscheiden. Okay, wir müssen weiter mit Sarah gehen, sonst haben wir ja hier die gemischte politische Meinung. Also Sarah... Also ich will ja nie mal was vorschreiben. Doch, doch. Wir nehmen Sarah. Wir nehmen Sarah. Okay. Das Zweite, Rhythm is a Dancer. Das ist jetzt Sarahs Partei. Die Partei musst du dann wählen. Ihr wollt ein Liebeslied, ihr kriegt ein Liebeslied. Allerdings ist die Frage welches. Da hätte ich im Angebot Someone like you, the first time ever I saw your face, love to tear us apart, ein Kompliment und can't help falling in love. Love will tear us apart. Joy Division ist schon mein Geschenk. Elvis Presley? It is? Nein, das dritte. Das ist Joy Division. Okay, okay. Ja, das würde ich jetzt persönlich nehmen. Und jetzt für den... Ich bin 19, aber ich bin nicht 12, okay? Kommentare von der Seite. Du bist doch 12 Jahre alt. Woher kennst du diesen Song? Ich war viel zu jung für dieses... Ja. Also bevor du dich jetzt betrinkst, Farah, habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Und zwar auf welchen Hip-Hop-Song stehst du? Troy, Freedom, Vier gewinnt, Haus am See oder Anmar? Anmar. Das wäre meine Wahl. Ja, harter Gangster, der ich einfach bin. Aber ich würde mit... Ich möchte deine politische Meinung jetzt nicht beeinflussen. Ich würde eigentlich mit Pharrell gehen, als das zweite ist Freedom. Okay. Nehmen wir das zweite. Das ist gut. Politisch bin ich gar nicht, ob es aber musikalisch bin ich mega. Ja, ich spüre schon die Vibes. Also ich komme gleich zum Tequila rüber, ne? Bruder. Also ihr beide habt also nicht nur... Also ihr habt wahrscheinlich laut diesem Musikomat auch dieselbe politische Meinung. Ja, wir sollten... Wir gründen einfach eine Partei. Ja, vielleicht. Die Musikpartei, gibt es schon? Aber jetzt kommt es natürlich darauf an... Das ist nachher Brainstormen. Ich muss ganz... Jetzt kommt die essentielle Frage, weil jetzt kommt es mich darauf an, was ihr heimlich hört. Das muss ich jetzt verraten, weil vielleicht scheinen sich die Geister und ihr wollt doch keine Partei mehr gründen. Never give up, don't stop believing, shake it off, call me maybe oder wrecking ball. Oh. Alles Geiles. Also ich finde... Keine Frage. Also das Ding ist, was bei mir in der Spot... In der Musik-App-Playlist, für die ich 10 Euro im Monat bezahle, was ganz oben mit dabei ist, ist Journey, don't stop believing. Aber wenn ich in einer Kölner Diskothek bin, in einer ganz bestimmten, die ich im World Wide Wohnzimmer genannt habe, und da shake it off läuft, dann vergesse ich alles. Okay, dann... Wir wollen, dass du alles vergisst. Deswegen eigentlich shake it off. Ja, es tut mir leid. Und mit welchem Song feierst du dann weiter? Sky & Sand, wie sehr wir leuchten, burn to run, happy, oder für diese eine Nacht? Boah, ich kenne... Ich kenne vier davon nicht und das eine mag ich nicht. Also das würde ich jetzt entscheiden. Oh Gott. Was steht noch? Random Number Generator. Wir machen das einfach so. Ja, dann sag du einfach einmal, weil sonst... Ah, nee, Sky & Sand kenne ich noch. Dann nehme ich einfach das. Okay. Das kleinere Übel. Das ist wie beim Wal-O-Mat. Das ist das kleinere Übel. Ich wähle das jetzt einfach. So, wir kommen langsam dem Ende zu. Und zwar... Was ist dein Lieblingssong? Da musst du jetzt mal gucken, ob der hier dabei ist. Better Than Love, We Are Your Friends, Penny Lane, Wir Lieben Die Stürme, oder Won't Get Fooled Again. Kennst du davon einen? Oder wen würdest du nehmen? Nee, und ich kann auch nichts lesen, auch trotz der Brille. Ich bin Radiomoderatorin, ich kenne keinen von den Songs gerade. Ja, und ich finde sehr einfach... Viel Musik, also... Also, ich finde auch tatsächlich, die Auswahl ist ein bisschen nicht so... Das ist wie bei Themen im Parteiprogramm, wo du halt sagst, ich habe keine Ahnung, was meine Meinung dazu ist. Warte, Penny Lane ist von The Cooks, oder von wem ist das? Beatles. Von The Beatles, ja, dann nehme ich Start, kommt. Wir kommen, wir fragen jetzt mal die Musik. Ich habe nur irgendwas... Kannst du nichts falsch machen? Am Anfang jetzt... Wir fragen jetzt mal die Jungs von Oh Brother, weil das sind eigentlich die Experten. Was ist euer Lieblingssong? Oh, I'm a song forever. Honey, there is a body in there. Sehr gut. Okay, wir haben uns gerade am Ende. Vielen Dank. Jetzt lieben wir ihn alle. Nee, Beatles ist gut, nehme ich. Also, das ist jetzt der Lieblingssong von uns allen einmal. Und jetzt der letzte. Was geht ja immer weiter hier? Oh Gott. Weil wir sitzen hier nicht nur faul auf der Couch, wie heute, sondern wir gehen auch zum Sport. Alle von uns bestimmt jeden Tag ziehen schon. Was hört ihr dabei? Thunderstruck, Red Flag, Knights of Cydonia, Sexy and I Know It, oder No Roots. Sexy and I Know It, oder? Das ist hart, obwohl ich keinen Sport mache, aber sofort Thunderstruck von ACDC. Sofort. Okay, jetzt kommt's. Seid ihr gespannt. Haltet euch fest. Jetzt AfD und Fingerns hier. Oh, auf jeden Fall die FDP-Seite zu wählen. Das ist schwierig, weil ich mir heute Abend noch was vor habe. Ich war einfach alleine, aber viel Glück mit Penny Lane und Taylor Swift. Ja, ich will hier niemanden persönlich angreifen, aber ich glaube, als zweites Die Linke und danach so andere Parteien, das ist schon ganz gut. Also ohne jetzt im Wiggo. Aber ACP wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen. Also Musik-O-Mat, man kann's machen, liegt aber jetzt in diesem einen Testfall, den wir gemacht haben. Nicht richtig, ist vielleicht auch nicht die beste Möglichkeit, die Partei zu machen. Aber es muss sich. Kann man auch machen. Aber es gibt auch noch ein paar andere Tools. Unter anderem Dein Wahl. Das ist ganz cool. Das ist ein bisschen anders als der Wahl-O-Mat oder Wahl-Swiper, weil es eben nicht in die Zukunft guckt und in die Parteiprogramme, sondern in die Vergangenheit, nämlich in die letzte Legislaturperiode. Und guckt sich da an. Du kannst da quasi entscheiden über Dinge, die die Parteien im Parlament entschieden haben. Und kannst dann dementsprechend wählen. und dann kriegst du am Ende gesagt, okay, krass, so und so haben die Parteien tatsächlich schon entschieden und wirst damit verglichen. Dann auch ein super Tool, das wir empfehlen, diskutieren mit mir. Ganz toll kann man gerade heute im politischen Klima mit Leuten, die anders denken, diskutieren. Und eine Sache, du hattest es gerade schon erwähnt, jetzt am Donnerstag bei Twin TV, auch ein toller Funk-Kanal, da gibt es eine Sendung, in der wir beide auch drin sind. Ja, da haben wir uns auch kennengelernt. Ja, ja. Das muss man wiederholen, wir haben dir das Mikro weggenommen. Das tut mir leid. Ich bin in der Bar, betrink mich und mach unqualifizierte Kommentare. Du bist halt zweiter Wahl. Wir haben uns da kennengelernt. Und ja, übrigens das Thema Funk, ich hab hier selber mein Mikro ab. Ich nehm das immer so, du kriegst das einfach. Okay, okay. Und zwar nicht nur am Donnerstag dieses Video, sondern am Sonntag auch ein ganz cooles Event um 17.30 Uhr. Das heißt, nachdem ihr jetzt durch diese Sendung wisst, was ihr hoffentlich wählen könnt und wollt und worum es geht, könnt ihr dann am Sonntag ab 17.30 Uhr auf funk.net und auch auf YouTube die große Funk-WG angucken. Da gibt es dann auch eine ganze, ganze Menge Kanäle. Die Jungs von Twin TV sind dabei, Mirella ist dabei, Twin TV, hab ich gesagt, für Laude, ganz viele, ganz viele tolle Leute. Ich unter anderem auch. Ganz, ganz, ganz tolle. Und wenn du bis dahin noch einen YouTube-Kanal aufmachst, laden sie dich vielleicht auch noch ein. Ja, ganz, ganz kurz nebenbei. Also supergeile Sendung. Nächsten Sonntag auch nochmal reingucken, nachdem dann ihr alle euer Kreuz gemacht habt oder die zwei und dann kommt das. Genau. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume and the makeup on his shirt. You don't believe the stories. You know that they are lies. But bad as you are, you stick around and I just don't know why. Baby, you should let me love you. Let me be the one to Give you everything you want and need. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, you should let me love you. Da sind wir wieder. Wir sind zurück. Und zwar mit einem neuen Thema. Thema Gleichberechtigung. Ganz wichtig, denn man mag es kaum glauben, aber im Jahr 2017 sind Frauen und Männer auch in der Bundesrepublik Deutschland noch immer nicht gleichberechtigt. Gerade in der Politik geht es dabei um viel Geld und ich glaube, keinem von uns ist das Thema fremd. Das ist klar. Frauen verdienen weniger als Männer. Das ist sehr oft so. Und auch das Thema Frauenquote ist nicht um uns stritten. Manche sagen, finden sie gut. Manche sagen, finden sie schlecht. Und selbst bei Frauen finden es nicht mal alle gut. Also auf jeden Fall ein Thema, das auch zum Beispiel im Wahl-O-Mat vertreten ist, bei dem sich aber auch wirklich ein bisschen die Geister scheiden. So, und ich beziehe jetzt mal die andere Meinung, damit wir die auch hier vertreten haben. Es gibt nämlich auch Leute, die sagen, dieser Unterschied, der liegt an den Frauen selbst, weil sie zum Beispiel Kinder kriegen, weil sie sich bewusst für Jobs entscheiden, die weniger bezahlen. Aber, um jetzt wieder die andere Seite zu beziehen, es gibt tatsächlich auch statistische Unterschiede schon beim Taschengeld zwischen Mädchen und Jungs. Auch da kriegen Mädchen weniger Taschengeld statistisch gesehen. Und um dieses Thema jetzt mal ausführlich zu begrüßen, begrüßen wir hier sowohl Männer als auch Frauen. Nämlich einmal Sophie Does Random Stuff, Arne vom Kanal Störelement, Franzi von Campus von dem Kanal Besorgte Bürgerin und den Flo. Den kennen wir schon. Hallo, hallo, hallo. Herzlich willkommen bei uns auf der Kaut und auch wieder für dich. Herzlich willkommen. Du bist zurück auf der Bildfläche und natürlich auch. Bevor wir wieder in die Fragerunde und Diskussionsrunde einsteigen, geben wir an Isa. Und zwar, du weißt, was zu tun ist. Wir wollen wieder die wichtigsten Fragen zum Thema Was wurde auf Google gesucht zum Thema Gleichstellung? Gleichberechtigung, Gleichstellung. Erster wichtiger Faktor ist, glaube ich, hier ähnlich wie bei dem Umweltthema. Gleichberechtigung ist ein super differenziertes Thema. Also ganz viele Themen spielen da eigentlich mit zusammen. Thema Frauenquote, Ehegattensplitting, Equal Pay. Für mich ist Thema Gleichberechtigung, glaube ich, ein wahlentscheidendes Thema, muss ich ehrlich sagen. Ich lasse gerade einen kleinen Menschen in mir heranwachsen. Von daher ist für mich, glaube ich, die Frage auch nach der Rolle der Hebammen und vor allem die Unterstützung der Hebammen super wichtig. Vom persönlichen Faktor vielleicht mal zum ganz generellen Faktor. Wir haben uns die top aufsteigenden Fragen zum Thema Gleichberechtigung in den letzten sieben Tagen angeschaut. Welche Partei will Ehegattensplitting abschaffen? Zweite Frage, super wichtig, warum verdienen Frauen immer noch weniger als Männer? Ist die Frauenquote gut oder schlecht? Und seit wann gibt es Gleichberechtigung, wenn es sie gibt? Auch interessante Frage. Und natürlich, ja, Frauenquote im Aufsichtsrat, was ist das überhaupt? Vielleicht so ein kleiner Anstoß für eure Diskussion jetzt zum etwas übergeordneten Thema Gleichberechtigung. Und wie immer eure Fragen unten in die Kommentare. wir werden sie aufgreifen, sobald ihr einen Wunsch äußert. Ja, und jetzt mal in unsere Runde. Hier, Frauenquote. Wir fangen jetzt mal ganz untypisch an. Ich stelle die Frage jetzt zuerst mal an die Männer. Wie seht ihr dieses Thema? Seit wann gibt es Gleichberechtigung? Ja, gibt es Gleichberechtigung? Wir haben unseren Philosophen Flo Vlock eingeladen. Was sagst du? Seit wann ist Gleichberechtigung? Nein, also als Mann das Thema Gleichberechtigung. Du hast dich auch hier mit in die Runde gesetzt, zu sagen, warum ist das auch vielleicht für einen Mann in dem Moment ein Thema und nicht nur für Frauen? Also ich glaube, ob man Mann oder Frau ist, ist erstmal relativ egal, weil das glaube ich für jeden einfach, also wir haben ja auch schon irgendwie über Gender Pay Gap und so gesprochen und man ist sich irgendwie nicht einig, ob das jetzt 21 Prozent sind oder bereinigt oder wie auch immer. Ich glaube, jeder normal denkende Mensch kann irgendwie sich darauf einigen, dass auch wenn es nur 0,1 Prozent sind, die Frauen weniger verdienen würden, dann ist es zu viel. Also egal, was es ist, es ist zu viel. Und was ich halt besonders spannend oder interessant finde, ist sich mal Gedanken darüber zu machen, warum ist es denn so, dass Frauen zum Beispiel in Berufen arbeiten, wo man weniger Geld verdient oder eben weniger weit auf der Karriereleiter klettern, zum Beispiel, weil sie Kinder bekommen. Und dann stelle ich mir halt die Frage, wie kann man das irgendwie verbessern in unserer Gesellschaft? Denn das ist ein Problem. Kita-Plätze zum Beispiel, also wo kann ich, das betrifft mich jetzt nicht, aber das wird mich irgendwann betreffen. Und das betrifft mich dann nicht nur als Frau, sondern auch als Mann. Wo kann ich mein Kind in eine Kita geben? Hebammen wurde gerade angesprochen, das sind ja alles Sachen, die betreffen ja jeden. Ja, da haben wir auch einen ziemlich passenden Kommentar dazu von der Community. Und zwar ist für die Gleichberechtigung förderlich, dass es eine Frauenquote gibt und Geschlecht somit wichtiger als Qualifikation ist. Also das ist ja auf jeden Fall eine Frage, die wahrscheinlich auch viele Frauen aufgreifen, sowohl positiv als auch negativ. Da gebe ich jetzt vielleicht mal an die Frauen ab in die Runde. Ja, Franzi, was sagst du zu dem Thema? Mach doch mal aus. Tolle Frage. Ja, siehst du. Gerne. Ist Geschlecht wichtiger als Qualifikation? Wenn es eine Frauquote gibt. Oder ist für die Gleichberechtigung sinnvoll, dass es eine Frauenquote gibt. Ich glaube, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen es schon sinnvoll sein kann, dass es erstmal eine Quote gibt. Also gerade, wenn man sich anguckt, dass es bestimmte Parteien gibt, die auch über Quoten ihre Listenplätze besetzt haben, was dazu führt, dass es bestimmte Parteien gibt, die dann doch eher so plus minus 50 Prozent Frauen und Männer haben, während es andere Parteien gibt, die eher so nicht 50 Prozent Aufteilung haben, sondern eher so gar nicht 50 Prozent Aufteilung. Und da finde ich das total sinnvoll, um jetzt mal einfach einen Punkt rauszupicken, bei dem ich das gut finde, wenn man da einfach gerecht drauf guckt. Qualifikation über Gleichberechtigung? Geschlecht. Über Geschlecht. Nee, also Geschlecht über Qualifikation. Du bist eine Frau und nicht qualifiziert im überspitzen Fall. Nicht du. Ich glaube, dass es, um es mal einfach aus der weiblichen Perspektive zu sagen und vielleicht auch für alle Frauen oder Mädchen oder Frauen, die vor diesem Stream sitzen, ich glaube, dass man sich als Frau schon der Tatsache bewusst sein muss, dass man sich eine Chance auch holen muss, weil ob Quote oder nicht, die wenigsten geben dir eine Rolle. Die wenigsten sagen, es ist jetzt da und wir wünschen uns, dass du jetzt kämst und es tätest, sondern ganz oft ist es leider immer noch so, dass man gerade als Frau wirklich sagen muss, Moment, ich bin da, halt, ich will jetzt was machen, halt, ich möchte genau diesen Job und diese Position jetzt haben. Und das ist am Ende des Tages sicher auch eine Frage der Qualifikation, aber auch eine Frage einer Haltung, die man als Frau einnimmt, ob es jetzt Job ist oder Studienplatz oder was auch immer man da macht. Und glaubst du, dass, wenn man mal angenommen das macht, du bist ja auch sehr, sehr aktiv und proaktiv, dass man dann aber auch inzwischen vielleicht schon ein positiveres Feedback gibt oder eine bessere Resonanz, dass man sagt, vielleicht wird man dann sogar deswegen mehr gehört, weil andere sagen, krass, die will ja was reißen quasi, also, dass die Leute sich dann sozusagen auf eine Frauenquote auch berufen und sagen, wir holen jetzt mal aktiver Frauen rein. Ich kann das nicht aus einer Frauenquotenperspektive sagen, weil ich nicht aus einer Frauenquotenperspektive einen Job habe. Deswegen, dazu kann ich nichts sagen, tatsächlich. Ich kann nur für mich sprechen und für meine letzten acht Jahre Berufserfahrung und sagen, dass es tatsächlich, finde ich, schon so ist, dass man sagen muss, ich möchte etwas haben. Und wenn man sagt, ich möchte etwas haben und das sich dafür einsetzt, dass es dann als Frau tatsächlich sich manchmal schwierig anfühlt und dass ich manchmal in Unterhaltung sitze, in denen viele, auch Männer sitze und mich ein bisschen einsam fühle in so gewissen Entscheidungspositionen. Das kann ich schon ganz klar sagen. Aber ich finde es, ehrlich gesagt, an dieser Stelle mal total spannend, was du findest, weil ich bin 32, du bist 19. Ich finde, wenn ich hier sitze und sage, acht Jahre Berufserfahrung, ich finde es so. Wie siehst du das? Frauenquote generell? Also, das ganze Thema. Lange reden, aber viel Zeit. Gleichberechtigung. Ob es Gleichberechtigung gibt? Ja, vielleicht können wir erst mal beim Thema Frauenquote bleiben. Bei Frauenquote finde ich es immer schwierig, gefragt zu werden, ob ich es gut finde oder ob ich es schlecht finde, weil Geschlecht sollte niemals über Qualifikationen gehen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass neun von zehn Mal ein Mann besser qualifiziert ist als eine Frau, ist halt wirklich ziemlich low. Deshalb verstehe ich es, dass es in manchen Berufen auch eine Frauenquote gibt. Ich finde es natürlich schade, dass es sowas geben muss und dass man sich erst darum kümmern muss, dass Frauen auch in manchen Positionen, sagen wir jetzt auch Politik oder generell irgendwie Firmenchefs oder so vertreten sind. Es sollte natürlich von natürlicherweise irgendwie kommen, aber wie gesagt, wenn es nicht funktioniert und wenn man ohne eine Frauenquote zu haben, 95 Prozent Männer in irgendwelchen, ich sag jetzt mal, Führungspositionen oder Politik hat, dann geht es halt leider nur mit Frauenquote, auch wenn es dann, manche sehen es halt einfach als unfair an und als Vorteil für eine Frau, aber es geht halt leider einfach nicht ohne, weil wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass immer ein Mann besser geeignet ist als eine Frau, ist halt leider ziemlich wenig und sowas kann halt nur gelöst werden dadurch, dass man versucht, gezielt mehr Frauen in irgendwelche Positionen zu stecken, weil auch viele jüngere Frauen wie ich jetzt zum Beispiel in vielen Berufen auch einfach nach Leitfiguren suchen und wenn man da halt leider auch keine findet, ist halt auch der Ansporn, dass man in irgendwelche Berufe geht, die jetzt ein bisschen höher gesehen werden, auch viel, viel lower, ich sag zu oft low. Deshalb finde ich es wichtig, dass es eine Frauenquote gibt in manchen Positionen. Wir haben jetzt dazu noch einen passenden Kommentar, es ist Gleichberechtigung, wenn zwei gleichqualifizierte Personen die Frau die Stelle bekommen. Sieht man ja tatsächlich öfters bei Einstellungen sozusagen, bei gleichen Qualifikationen werden Frauen bevorzugt. Das ist tatsächlich bei manchen Stellenanzeigen der Fall. Arne, jetzt, du als Mann sozusagen, sagen wir mal, du bewirbst dich für eine Stelle und siehst, wenn dann eine Frau kommt, die ist genauso gleichqualifiziert wie sich sozusagen und die wird dann bevorzugt, weil im Unternehmen bisher halt noch nicht so viele Frauen arbeiten, sondern halt einfach bisher 90 Männer und 10 Frauen und dann haben sie gesagt, wir brauchen mehr Frauen bei der nächsten Stelle, aber wir gucken auch noch nach Qualifikationen. Wie würdest du das dann sehen, wenn du da... Naja, das ist ja für mich persönlich gesehen dann irgendwie nicht so geil, aber global gesehen ist es halt gerecht. Dann muss ich halt sagen, gut, dann geht jetzt dieser Job an mir vorbei und es ist nun mal so, dass an Frauen viel mehr dann solche Jobs vorbeigehen, dann muss ich mal halt zurückstecken. Das ist dann halt so und vielleicht noch ganz kurz zu der Frage davor, das ist halt auch schon ein bisschen fies, weil das führt halt in eine ganz falsche Richtung, weil zu sagen, Qualifizierung steht über Geschlecht, das ist ja Quatsch, also es werden ja nicht dann Frauen eingestellt wegen der Quote, die überhaupt gar nicht qualifiziert sind und es sollen ja auch nicht alle Stellen auf Gedeih und Verdammt mit Frauen besetzt werden, sondern es geht ja halt genau wie da drum, wenn es Stellen gibt, wo mehrere Bewerber sind, die gleich qualifiziert sind, dass man sich dann für die Frau entscheidet, im Kopf wissend, dass normalerweise der Status Quo, so wie du gesagt hast, ist, dass man verbotlich sonst eher den Mann nimmt. Insofern ist es schon Gleichberechtigung, auch wenn das für mich in dem Moment vielleicht ein bisschen frustrierend ist, aber dafür habe ich ja sonst genug Vorteile als Mann in der Gesellschaft. So abseits vom gesellschaftlichen Klimawandel, es geht ja hier jetzt auch um die Wahl, was ist denn euer Eindruck, was kann die Politik denn überhaupt machen bei diesem Thema? Geht es darum, Einfluss auf die Gesellschaft zu nehmen, geht es darum, eben wirtschaftlichen Einfluss zu nehmen, wie die Quote? Wenn ihr jetzt einen Wunsch äußern könntet gegenüber der Politik, ist das sowas wie, okay, wir brauchen Frauenquote zum Beispiel bei den Listenplätzen, um dafür zu sorgen, dass generell mehr Frauen erstmal in der Politik sind oder wo sind eure Wünsche? Ich weiß nicht, mal dir mal anfangen oder hast du schon einen formuliert? Dann darfst du gerne anfangen, ja? Also ich persönlich würde da ein bisschen den Fokus auf die Bildung legen und auf die Erziehung, weil ich weiß, als Kind kriegt man oft als Mädchen beigebracht, dass man sich zurückzuhalten hat. Es fängt an dabei mit Sitz nicht mit offenen Beinen, geht über, dass man eher in manche Gruppen jetzt im Kindergarten gesteckt wird, wo es halt um Dinge geht, die man auch eher Frauen zuschreiben würde. Es gab ja auch Studien dazu, dass wenn man fünfjährige Mädchen fragt, was sie von Wissenschaften halten, dass sie da total begeistert waren und mit zehn Jahren dann schon eher wieder sich zurückgesteckt haben. Ich finde es persönlich auch so, wenn ich an Berufe denke, wie zum Beispiel Politiker oder Pilot oder Arzt, da stelle ich mir persönlich auch immer gleich einen Mann vor und da frage ich mich natürlich auch, kommt es durch meine Entziehung, kommt es dadurch, wodurch ich geprägt wurde? Also ich glaube, es fängt halt schon ganz, ganz in jungen Jahren an und ich weiß natürlich jetzt nicht, inwiefern die Politik sich dafür einsetzen kann, dass gesagt wird in den Bildungsplänen, hey, betont mal, dass Mädchen das auch können. Aber ich würde einfach versuchen, bei ganz, ganz jungen Jahren damit anzufangen, dass man halt als Frau nicht dazu geprägt wird, sich unterzuordnen. Das ist ja eigentlich auch eine, sag ich mal, ganz positive Aussicht, weil das sind ja Sachen, die wir auch einfach selber in der Hand haben, wenn wir jetzt beispielsweise Kinder kriegen, dass wir das einfach unseren Töchtern von vornherein vermitteln können und da in einem, sag ich mal, einen kleinen Schritt schon in unseren intimsten Kreisen machen können. Ich glaube, es ist aber halt vor allen Dingen wichtig, dass man überhaupt die Sicherheit haben kann, Kinder zu kriegen. Also, weil wenn man nicht die Sicherheit hat, zum Beispiel, ich bin Anfang 20, ich habe viele Freunde, Freundinnen, die studieren und bei denen ist das so, wenn du halt ein Kind hast und ein Studium zum Beispiel, ist es super schwierig. Zum Glück an der Uni, wo ich studiert habe in Dortmund, da gibt es einen eigenen Kindergarten, sozusagen, wo man dann irgendwie die Kinder abgeben kann und dann irgendwie halt immer wieder die besuchen kann und dann halt wieder mit nach Hause nehmen kann, hinterher. Aber sowas ist halt, aber sowas ist halt super wichtig. Sowas ist super wichtig, dass Politik solche Möglichkeiten schafft und zwar nicht nur an der Uni, sondern vielleicht auch, ich habe nicht den genauen Standpunkt darüber, wie der Stand der Dinge ist, zum Beispiel bei öffentlichen Einrichtungen oder so, aber ich finde, dass es, dass eigentlich jede Firma die Möglichkeit haben sollte, ihren Angestellten auch eine vernünftige Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen, damit Frauen eben nicht sagen müssen, okay, entweder ich mache Karriere oder ich kriege ein Kind. Weil Männer haben dieses Problem logischerweise nicht, weil sie halt keine Kinder kriegen können, so selber. Und ich finde, das ist was, wo die Politik ansetzen kann und auch sollte. Ja, Franzi, hast du noch irgendwas? Hast du ein letztes Wort zu diesem Thema? Du hast das letzte Wort hier gerade. Bei der Gleichberechtigung. Bei der Gleichberechtigung. Ja, ich würde ehrlich gesagt nur noch zwei Sachen reinwerfen. Ich würde sagen, genau das, was du auch gesagt hast, mit Sicherheit. Ich finde, da spielen die befristeten Verträge, die man hat, schon auch mit rein, sowohl für den Vater als auch für die Mutter des Kindes. Wie ernährst du dieses Kind, wenn du von Jahr zu Jahr wieder oder von manchmal, also ich habe auch schon drei Monats Verträge gehabt und dann denkst du ja auch so, ja herzlichen Glückwunsch, wenn ich jetzt schwanger bin, Bombe. Das finde ich, da muss man ran und tatsächlich auch die Betreuungsaufgabe. Und deswegen ist nämlich Gleichstellung auch wichtig für Männer. Super. Ja, vielen, vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ganz kurz, nur um nochmal die Brücke zu schlagen, also wenn sich jetzt wieder Wähler fragen, so okay, wir liegen jetzt irgendwie Frauenrecht am Herzen, was mache ich denn jetzt damit dann an der Wahlurne? Wenn man mal in die Parteiprogramme guckt, also wie ich das gesehen habe, der SPD ist das keinen eigenen Punktwert im Wahlprogramm. Das kommt immer mal überall anders vor. Bei der CDU ist das relativ kurz, bei der FDP auch und die Linke und die Grünen machen da relativ viel so auch aus queer-feministischer Perspektive, nehmen viel mehr, auch was Vielfalt, was Gewalt angeht und so weiter mit in den Blick. Insofern würde ich allen Leuten raten, denen Frauenrechte wichtig sind, wahrscheinlich eher nicht liberal-konservativ zu wählen, sondern sich bei den anderen Parteien umzugucken. Und wer sich das objektiv mal angucken will, den würde ich vom Frauenrat, der Frauenrat hat einen Gleichstellungs-Check, nennen die das, gemacht. Und da haben sie alle Parteiprogramme mal untersucht, auf wer macht eigentlich was. zum Thema Frauen, zum Thema Gleichberechtigung, also vor allem zum Thema Frauen, alle Themen, die in Parteiprogrammen vorkommen. Und das fand ich, ehrlich gesagt, ziemlich spannend, auch für meine Entscheidung. Super. Ja, dann vielen, vielen Dank. Parteiprogramme wurden gerade schon angesprochen. Da haben wir natürlich wieder unseren Kanal Informer von Funk. Die haben da auch mal natürlich die Spitzenkandidaten gefragt. Gucken, was die sagen. Ja, Video dazu. Zum Beispiel durch ein Entgeltgleichheitgesetz, das dafür sorgt, dass Männer und Frauen gleich viel verdienen, aber auch dadurch, dass Frauenberufe aufgewertet werden. Das ist ja kein Zufall, dass es immer spannenderweise die Frauenberufe sind, die schlechter entlohnt werden wie Männerberufe. Dazu zählen Erzieherberufe, Pflegeberufe. Das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. In dem Fall ist es ein falsches Signal. Gleichstellung im Beruf ist ein Spiegelbild von Gleichstellung in der gesamten Gesellschaft. Man muss da ein bisschen umfassender anfangen. Wir wollen natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit endlich umsetzen. Wir haben jetzt ein Transparenzgesetz umgesetzt, dass man erst mal erfahren kann, was überhaupt die anderen so verdienen. Und natürlich muss man dann auch einklagen können, dass man das Gleiche kriegt, wenn es keinen Grund dafür gibt, dass das anders ist. Aber ehrlich gesagt, wir brauchen insgesamt eine andere Verteilung von beruflicher und familiärer Arbeit. Denn solange die Pflichten da so ungleich verteilt sind, wird es auch keine Gleichstellung im Beruf geben können. Das kann man steuerlich unterstützen, das kann man bei Familiensplitting, das kann man vor allen Dingen durch Kindergärten unterstützen. Wir treten für kostenlose Kita-Plätze ein. Und das kann man natürlich durch viele Maßnahmen, die aber nicht vom Staat sind, also vom Staat verwirklicht werden können, sondern durch gesellschaftliche Diskussionen mit Unternehmern und Gewerkschaften. Da kann man noch viel tun. Gleichstellung ist auch ein Thema, über das viel geredet wird. Es bleibt aber heute so, dass Frauen bei gleicher Leistung weniger bekommen. Deshalb ist ganz klar, dass diese Aufgabe in der nächsten Legislatur realisiert werden muss, dass es keinen Unterschied bei der Bezahlung gibt. Und wir müssen dafür sorgen, dass in zentralen Bereichen die Möglichkeiten für Frauen besser werden. Das beginnt im Übrigen auch bei Bildung in der Schule, dass die Zugangsmöglichkeiten auch für junge Mädchen verbessert werden. Zunächst einmal gilt der Grundsatz für die gleiche Arbeit, gleicher Lohn. Da haben wir ein Gesetz in dieser Periode auf den Weg gebracht, um das auch etwas besser kontrollieren zu können. Ansonsten gibt es die Quote beispielsweise. Ich glaube, wir sind schon ganz weit gekommen, aber es muss auch noch ein bisschen besser werden. und ich würde mir natürlich wünschen, was der Gleichheit von jungen Frauen und jungen Männern im Beruf hilft, wenn mehr junge Frauen in technische Berufe gingen. Immer noch ein ungelöstes Problem ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das beginnt im Grunde schon während der Ausbildung oder während der Hochschulzeit. Wir haben an vielen Stellen in Deutschland immer noch keine hinreichende Betreuung von unter Dreijährigen. Und das ist für mich der Schlüssel, um Beruf und Familie vereinbar zu machen. Und darüber hinaus werden wir Männer auch ein klein wenig in unserem eigenen Rollenbild arbeiten müssen. Denn zu oft wird Vätern vorgeworfen, dass sie beispielsweise Elternzeit gemacht haben. Die erleben dann, dass es Karrierenachteile gibt. Und umso mehr werden dann Frauen in eine herkömmliche Rolle gezwungen, weil der Mann sich verweigert. Also da müssen wir noch flexibler und moderner werden. Ja, wir sind zurück an der Tafel. Thema Gleichberechtigung. Da waren jetzt Robin und ich nicht so auf einer Höhe. Da bin ich nicht so gleichberechtigt wie du. Aber da können die Parteien auch nicht wirklich viel ändern. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an. Was sagen die dazu? Genau, also was wir jetzt gerade gehört haben, und da hat Arne uns ja vorhin noch ein bisschen Kontext gegeben. Letztendlich sagt jede Partei, Ja, ist geil. Also finden wir, also ja, Gleichstellung ja. Aber wenn wir jetzt tatsächlich mal in die Parteiprogramme reingucken und darüber hinausgehen, was sie sagen, fällt das natürlich bei manchen umfangreicher aus als bei anderen. Aber wenn es wirklich um Handlungen geht, die da schon vorgeschlagen werden, haben wir bei der CDU, haben wir das, bei der SPD haben wir das, bei den Grünen haben wir das, bei den Linken haben wir das auch. Auch bei der FDP wird es jetzt ein bisschen schwierig, weil Christian Ninter hat ja jetzt gerade viel zu gesagt. Frauenquote zum Beispiel ist eher aber strikt dagegen. Ich würde da mal so ein, vielleicht mal so ein, also auch einen Strich machen eigentlich, weil letztendlich sozusagen, FDP ist ja generell darüber, dass der Staat sich bei solchen Themen eher ein bisschen raushält. Und mit der Alternative für Deutschland haben wir gerade das eben gehört. Da ging es auch darum, zu sagen, ja, finden wir wichtig, aber auf politischer Seite sozusagen, kann man vielleicht gesellschaftlich was ändern, aber mit Fördermitteln oder was auch immer, da halten wir uns dann lieber raus. Das sollen die Leute lieber unter sich ausmachen. Ja, und jetzt haben wir nur noch ein Thema hier stehen. Tja, eins, das euch wahrscheinlich, genauso wie uns, extrem interessiert. Und zwar das Thema Cannabis. Ja, und dafür gehen wir jetzt mal wieder rüber. Gehen wir nochmal zurück auf die Couch. Wir haben einfach schon zwei Gäste, die sind einfach sitzen geblieben. Also ich würde sagen, bevor wir jetzt einmal, wir haben jetzt schon hier schon zwei Leute sitzen, deswegen begrüßen wir jetzt auch direkt unseren dritten Gast. In diesem Fall einfach Inka. Woo! Hey, herzlich willkommen. Ja, es ist ein sehr schöner Song, um uns hier einzuleiten. Knapp jeder zehnte deutsche Jugendliche und mehr als jeder dritte junge Erwachsene hat schon mal Gras konsumiert. Mehr als die Hälfte der Deutschen sind der Meinung, Cannabis sollte legal sein. Also mehr als die Hälfte heißt eigentlich, Thema ist, demokratisch ist es eigentlich schon durch. Seit März ist es für medizinische Zwecke außerdem legal, aber da bisher für sehr, sehr wenig Leute erst. Aber es ist zumindest schon mal so weit gekommen. Ja, und Fakt ist auch, dass unser Staat einfach mal 1,6 Milliarden Euro jährlich für die Verfolgung von Cannabis-Delikten ausgibt. Also ziemlich viel Geld, wenn man das sich mal so vor Augen hält. Und eine Versteuerung von Cannabis würde natürlich auch zusätzlich noch mal Geld in unsere Kassen spülen, mit denen wir vielleicht Schulen sanieren können oder andere Dinge anstellen. Eine Cannabisschule ist damit bezahlt. Genau. Und durch staatliche Kontrolle, sagen viele ja auch, könnte die Kriminalität eingedämmt werden. Das heißt, es würde vielleicht dann nicht mehr so großer Shit verkauft werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sprechen ja nicht aus persönlichen Erfahrungen, wir sagen es einfach nur ganz schön. Und sowohl Tabak als auch Alkohol gelten manchen als gefährlicher als Gras. Wiederum Beispiele zeigen ja in den Niederlanden oder in den USA auch, dass Legalisierung ganz gut funktioniert. Allerdings gibt es wiederum natürlich auch Gegenargumente. Ja, und das muss ich jetzt mal wieder nehmen. Also es gibt natürlich auch Gegner zu diesem Thema, die auch gute Argumente haben, die auf jeden Fall bei dem Thema Legalisierung nicht vergessen werden dürfen. Nämlich das Thema, kann Cannabis als Einstiegsdroge gelten? Der andere Punkt ist auch, ja, Cannabis ist ein Suchtmittel. Es kann natürlich auch süchtig machen und macht eine Legalisierung es nicht vielleicht harmlos? Gerade bei jungen Menschen, denn da, auch wenn man sagt, zum Beispiel statistisch gesehen, ist Cannabis weniger gefährlich als Alkohol, ist auch weniger gefährlich als Tabak, gibt es trotzdem gerade bei jungen Menschen, bei denen sich das Gehirn gerade noch entwickelt, und das passiert ja sogar noch über, bis man über 20 Jahre alt ist, selbst in diesen Fällen kann das passieren, sozusagen, dass dann man auch irgendwelche Schäden davon trägt. Das heißt, es gibt auf jeden Fall hier Gegenargumente, die damit einbezogen werden müssen. Und ja, das tun wir jetzt dann auch gleich in dieser Runde. Ne? Beziehungsweise, vorher müssen wir natürlich ganz kurz sagen, Isar. Was wird gegoogelt dazu? Ja. Googlen die Leute einfach nur Smoke Weed Every Day die ganze Zeit? Oder wo gibt es Essen? Wo gibt es das beste Gras? Vielleicht nach dem Fong, ja. Das habe ich jetzt nicht direkt vor mir. Aber wir haben ja ganz am Anfang dieser Sendung gesehen, dass unter den Top-5 Suchbegriffen Cannabis auftauchte. Und wie gesagt, nicht zielgruppenspezifisch, sondern das interessiert die Menschen in Deutschland. Und auch nach den TV-Interviews, nach euren YouTube-Interviews mit Merkel und Schulz, war, glaube ich, Cannabis echt ein Top-Thema. Wie gesagt, wir haben uns wieder die Fragen angeschaut aus den letzten 14 Tagen. Welche Partei ist für Legalisierung? Cannabis-Kontrollgesetz, wie geht das überhaupt? Und warum sind die Grünen für Legalisierung? Das beantwortet vielleicht schon die erste Frage. Ist im Logo. Ist im Logo. Und welche Cannabis-Produkte sind möglich? Hinter der Frage weiß ich nicht so ganz genau, was da steckt. Dann kann ich das überall reinbacken. Haben aber offenbar viele gefragt. Haben viele gefragt. Und dann zu deinem Punkt, Rob, natürlich auch medizinisch. Die Frage, gegen was hilft Cannabis? Also das auf jeden Fall die Top-5-Fragen. Ihr geht gleich vielleicht mal auf den Parteien-Check ein. Aber wir haben uns natürlich auch angeschaut, Thema Cannabis in dem Zusammenhang. Welche Parteien werden da eigentlich am meisten gesucht? Interessanterweise hier FDP mit 24%, SPD mit 18%, AfD auch mit 18%, die Grünen gefolgt mit 15% und dann die Linken, die CDU und dann die CSU. Also da wird es mal interessant zu sein, zu schauen, wie konkret ist Cannabis beziehungsweise der Konsum und die Legalisierung in den Wahlprogrammen wirklich wie häufig und wie stark taucht das auf. Ja, also es sind auf jeden Fall viele Fragen, die uns interessieren. Aber ihr habt auch schon eine gestellt, haben wir gerade erfahren. Und zwar, können wir die mal ganz kurz zeigen, staatlich kontrollierte Anbau von Cannabis finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Was haltet ihr vom überwachten Anbau? Also dieser User geht ja schon mal noch einen Schritt weiter. Vielleicht würde ich die Frage gleich mal an euch zurückgeben. Wie steht ihr denn da? Ja, Inka, du bist jetzt hier ganz neu, du hast noch gar nichts gesagt heute im Laufe dieser Sendung. Deinen, deinen Start. Ich bin hier die große Expertin heute Abend, weil ich unglaublich viel Ahnung vom Kiffen habe. Aber so als jemand, der das jetzt nicht so macht, kann ich mir... Du musst keine Stellung beziehen. Nee, muss auch. Einfach nur sagen... Da haben wir eine anonyme Wahl drauf, kommen wir gleich. Genau, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Nee, ich wollte nur damit sagen, dass ich halt... Ich kann mir das halt so vorstellen, dass das steuerlich gesehen hat, einfach viel mehr Vorteile mit sich bringt und dass uns da natürlich auch viel Geld durch die Lappen geht. Und im Gegenteil, wir investieren ja noch viel mehr Geld da rein, was da kriminalitätsmäßig so abgeht. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das natürlich einige Vorteile mit sich bringt. Also ich habe mal versucht, ein bisschen... Ich habe mich natürlich auch vorbereitet und habe versucht, ein bisschen rauszufinden, wo kommt das Gras überhaupt her? Und es ist irrsinnig schwierig, das herauszufinden. Anscheinend kommt halt viel aus Marokko irgendwie. Früher kam es halt viel, jeder, der Narcos geguckt hat, weiß, wo es vorher herkam. Das ist aber wohl nicht mehr das Ding, das aus der Karibik kommt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass es halt in Deutschland angebaut werden würde, dann würde das einen irrsinnig großen Teil an Kriminalität zunichte machen. Also sowohl, dass es halt in Marokko angebaut wird, was natürlich für die Leute da vielleicht schlecht ist, die Leute, die da in den Bergen Gras anbauen. Haben wir nicht mehr Wirtschaftsflüchtlinge, sondern Mietflüchtlinge? Ja. Da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, dass wenn man Gras in Deutschland legalisiert, dann ist es halt eine globale Sache. Exportation Nummer eins. Ja, also es betrifft halt nicht nur Deutschland. Thema der Diesel. Aber was dann halt eben auf jeden Fall wegfällt, klar, es gibt Leute, die kiffen gerne, alles cool, aber man muss sich halt bewusst sein, dass man damit auch zu einem gewissen Grad kriminelle Strukturen finanziert. Und zwar nicht nur Leute, die einfach nur der Dealer, der coole Dealer hinter der Tankstelle ist, sondern dass es halt auch einfach zum Beispiel Terrorismus ist, der sich von Drogen finanzieren lässt. Ich weiß nicht, Weed ist da wahrscheinlich nicht die Nummer eins Droge, das sind wahrscheinlich eher irgendwie Heroinen aus Afghanistan oder so. Aber nichtsdestotrotz, diese ganzen Schmugglerwege, da ziehen sich überall Leute Geld raus, die das eben in andere Sachen noch reinstecken. Wir haben jetzt direkt die nächste. Die nächste Frau, Feli möchte wissen, Cannabis bringt vielen Patienten starke Schmerzreduktionen auf ihrem letzten Weg. Warum wird das zu selten genehmigt? Ich habe das vorhin gesagt medizinisch erlaubt. Ich glaube, die aktuelle Zahl, die ich jetzt habe, sind 1000 Menschen ungefähr, sind das in Deutschland, die das besorgen dürfen. Und auch da ist es wohl oft sehr knapp in den Apotheken. Es gibt wenig Gründe für Ärzte, das tatsächlich zu verschreiben, weil man auch nicht weiß, okay, wo kriege ich es dann überhaupt? Es gibt da so ein Tool, ich glaube, das haben wir jetzt hier nicht dabei, aber da kann man sogar nachgucken, in welcher Apotheke man das... Kraso Mars. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich glaube, wir haben das mal für Berlin nachgeguckt in der Recherche. Da waren es ungefähr so vier, fünf Apotheken, wo man das in Berlin bekommen könnte. Ja, glaubt ihr eigentlich auch, das wird ja auch von vielen angeführt, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist oder dass sich viele einfach sagen, ja, gut, ich rauche halt mal gerne, aber vielleicht trinke ich auch gerne mal einen Weißwein. Also ich will das jetzt nicht persönlich auf eine gleiche Ebene setzen. Wir haben sogar Alkohol hier in dieser Sendung, was dann sicherlich auch ein strittenes Thema war, als wir das geklärt haben. Aber wir haben in dieser Sendung Leute gehabt, die hier Alkohol getrunken haben. Aber glaubt ihr, das wäre eine Einstiegsdroge? Also ich finde, es gibt zwei Komponenten davon. Das eine ist, ob man privat gerne kifft. Das andere ist, ob man das cool findet, wenn für Drogen Werbung gemacht werden. Also ich zum Beispiel finde es auch nicht cool, dass man in einer Sendung Alkohol trinkt. Ich finde das halt, das ist einfach eine Einstiegsdroge, so wie du gesagt hast. Und ich finde, es ist nichts, also man kann das gut finden oder man kann es harmlos finden zumindest, aber das bedeutet nicht, dass es was ist, was man propagieren muss. Finde ich genau wie Alkohol. Das ist keine Sache, oder Zigaretten, die man irgendwie als cool darstellen sollte oder irgendwie für die man Werbung machen sollte, weil es eben genug Leute gibt, die anfällig dafür sind. Die fangen dann vielleicht nicht mit dem Kiffen an, sondern die fangen dann vorher mit einem Bier an. Dann gehen sie über zu Schnaps, dann gehen sie über zu Gras und so weiter und so fort. Und da gibt es eben genug Leute, die in einem sehr beeinflussbaren Alter sind und deswegen finde ich das nicht cool, auch Werbung generell für Drogen zu machen, ob es Gras ist. Aber glaubst du, dass Leute, die es wirklich machen wollen, sich von einem Verbot abschrecken lassen? Nö. Nö. Aber glaubst du, dass also quasi, wenn es legal ist, das ist ja das, was wir vorhin gesagt haben, ist die Hemmung niedriger und dann hat man das Gefühl, ich kann das, also zum Beispiel Alkohol zum Beispiel, also ich persönlich, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie geraucht, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gekifft und ich habe keinen Alkohol getrunken, bis ich 21 war und muss auch heute sagen, ich trinke auch heute sehr ungern Alkohol, weil mich der Geschmack, also ich trinke wirklich nur, ich trinke, wenn ich was Alkohol trinke, nur die süßesten Alkohol-Pops, die für irgendwelche Mädels gemacht werden, Hashtag Gleichstellung, weil ich, ich hasse Bier zum Beispiel, ich finde das viel zu bitter und jemand, der zum Beispiel Alkohol nicht mag, aber sagt, hey, so ein schöner Brownie mit ein bisschen Cannabis drin, das ist doch vielleicht ganz lecker. Also ich finde nicht, dass man es kriminalisieren sollte, einfach aus den Gründen, die ihr gerade genannt habt, es gibt viele Sachen, die für Cannabis sprechen, dass man es als Heilmittel auch einsetzen kann, was ja auch schon getan wird, aber was ich eben finde, was man verhindern sollte, ist, dass es eben als cool empfunden wird, also das sehe ich aber genauso bei Alkohol, Alkohol ist ja sogar noch schädlicher als Marihuana, gibt es ja ganz, ganz viele Studien drüber. Ich finde, es sollte legalisiert werden, weil man damit eben vorbeugt, dass man, dass man kriminelle Strukturen unterstützt, dass es Leute gibt, die eben so in die Illegalität abrutschen, also die vielleicht mal mit einem Gramm Gras zu viel erwischt werden, vielleicht der Führerschein weg ist, Job ist weg und dann eben in so eine Spirale reinrutschen. Deswegen Legalisierung, denke ich, da gibt es viele Gründe, die auch ganz objektiv dafür sprechen, aber dass man es irgendwie promotet und als cool darstellt, finde ich schwierig. Du hast so relativ wenig gesagt bisher, was ist deine Meinung dazu? Ich denke, wie Flo auch gerade gesagt hat, dass dieser Coolnessfaktor dabei, bei Jugendlichen auch eine große Rolle spielt. Aber hat der was mit dem Verbot zu tun? Also ist es weniger cool, wenn es legal ist? Ich glaube, der Coolnessfaktor würde um einiges runtergehen, wenn es legalisiert würde, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, zehnte Klasse, wie ich in meinem Umfeld war, wenn jemand mit einem Bier oder mit einer Flasche Wodka angekommen ist, dann war das nicht so die krasseste Aktion, aber wenn in meinem Umfeld da irgendwie rumgegangen ist, so im Dorf, der hat gekifft, dann war das gleich eine Riesensache und so und es wurde halt schon als, ich sage es mal, cooler angesehen, was definitiv nicht wirklich gut ist, sagen wir es mal so. Und ich glaube, dieser Faktor würde auf jeden Fall runtergehen. Ich habe auch Freunde in den Niederlande zum Beispiel, in meinem Alter ungefähr, die auch gemeint haben oder so, dass Gras für die persönlich eigentlich keine große Sache mehr ist und dass dann viele dadurch dieser Gruppenzwang von wegen du musst auch cool sein weggefallen ist und dass der Konsum dadurch teilweise sogar runtergegangen ist, anstatt dass er hochgegangen ist, weil man meinte ja, es ist jetzt viel, viel einfacher available und dass dann alle gleich alles rauchen würden, aber dass es in der Realität bei der Umsetzung gar nicht so in die Richtung geht. Ja und da es ja eigentlich illegal ist und vielleicht nicht jeder zugeben will, ob er es gemacht hat oder nicht, haben wir natürlich, weil wir... Der Besitz? Der Besitz, ja tatsächlich. Wir haben aber gefragt, wir haben eine Umfrage gemacht, eine anonyme Wahl. Weil wir sind ja hier auf einer Wahlparty. Wir haben hier eine Wahl gemacht und haben gesagt, so Leute, alle, die hier im Studio sind, vom Techniker zu allen YouTubern, die heute hier zu Gast waren, zu den Politikern, zu allen, die wirklich heute hier daran beteiligt sind, haben wir gefragt, hast du schon mal gekifft? Und wir zählen das jetzt mal kurz aus. Ja, ja. Du kannst ja... Ja, du hast vorhin den Kopf geschüttelt. Du gehst jetzt mal weiter. Machst du mal weiter? Nein. Ja. 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 Ich glaube, dass es meine Nein-Stimme ist, die einzige, die wir haben. Ja. Ja. Wir haben das vorhin gelernt. Das Wahlgeheimnis ist aufgegeben. Ja. Aber dann outest du dich. Nachdem du deine Wahl abgegeben hast, darfst du es. Ich habe es ja vorhin in der Sendung schon gesagt. Das ist ja klar. So, ja. Okay. Das Ding ist, also... Also, wir sind schon mal ziemlich prozentual weit bei Ja. Vielleicht haben wir die Abstimmung auch schon gewonnen, aber wir wollen natürlich alle stimmen. Nein? Ja, ja. Siehst du? Einer hat sich hier... Jetzt wissen wir nicht mehr, wer ihr kifftet und wer nicht, weil wir haben eine Nein-Stimme. Das kann jeder gewesen sein. Ja. 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 Nein. Nein. Hey. Das häuft sich. Ja. Es geht hier immer... Nein. Oh, guck mal da. Also, ihr seid schon mal nicht alleine auf diesem YouTube-Planeten. Nein. Wie viele Politiker hatten wir zu Gast bisher? Genau. Ich will hier jetzt keine Thesen in den Raum werfen. Ja. Das ist eine anonyme Wahl hier. Das ist ganz anonym. Ja. Ja. Also, ich glaube, man merkt... Du meintest das gerade so... Wir müssen das jetzt fertig machen, Niel. Ja. Nein. Ich auch. Wir haben echt viele Leute in dem Studio hier. Komm, wir müssen parallel arbeiten. Okay, Teamwork. Gleichberechtigung. Ja. Ja, das ist egal. Ich glaube, es geht ja so um das funktionelle Verhältnis hier. Nein. Das ist gerade nur eine Hochzählung. Das hier ist ein Nein. Noch ein Nein. Noch ein Nein. Wir wissen jetzt leider nicht, wie viele Gäste wir insgesamt hatten. Sonst könnten wir das jetzt natürlich auch... Ja, das ist, glaube ich, schon 100%ige Wahlbeteiligung hier bei dieser Wahl. Ja, aber wir wissen ja nicht, wie viele 100% sind. Das könnten wir jetzt natürlich sagen. Also, ich würde sagen, an dieser Stelle, wir zählen jetzt gleich mal aus, nach diesem nächsten Beitrag haben wir eine Hochrechnung für euch. Jetzt kommt nämlich erst mal wieder das Thema Informa, der Funk-Kanal. Die haben mal wieder Politiker gefragt und haben gefragt, hey Leute, was sagt ihr denn zum Thema Cannabis-Legalisierung? Unser Abfunk-Video von Informa. Wir haben jetzt Cannabis freigegeben für medizinische Behandlung. Dort, wo dieses Cannabis nachweisbar auch helfen kann. Da kann es jetzt eingesetzt werden. Eine grundsätzliche Freigabe wollen die allermeisten in meiner Partei und Fraktion nicht. Wir sind dafür. Da ist in der letzten Legislatur ein Schritt nach vorne gegangen worden. Aber die Linke tritt dafür ein, dass für den persönlichen Gebrauch Cannabis legalisiert wird. Das ist einer der Punkte, wo wir Normalität, wie sie in anderen Ländern bereits vorhanden ist, auch in Deutschland durchsetzen sollen. Lehen wir ab. Ich bin für eine kontrollierte Abgabe von Cannabis, einen Verkauf von Cannabis in Apotheken. Nicht wegen eines Rechts auf Rausch, sondern weil das eine kriminalpräventive Maßnahme ist. Während der Apotheke Cannabis kauft, der muss nicht in eine dunkle Ecke am Bahnhof gehen und mit Leuten zusammenkommen, die nach dem dritten Besuch noch eine Pille anbieten. Und dann nimmt das seinen Lauf. Also es ist eine Chance, auch Beschaffungskriminalität zu reduzieren. Es ist eine Chance, dass Cannabis aus kontrolliertem Anbau mit guter Qualität abgegeben wird. Also auch Gesundheitsprävention. Da gibt es in der SPD sehr unterschiedliche Auffassungen zu. Meine persönliche Meinung ist, dass wir eine kontrollierte Abgabe vorgeben sollten. Das ist bei anderen Rauschmitteln auch so. Und es ist für mich allemal besser, als das im illegalen Markt zu haben. Eine komplette Cannabis-Legalisierung, also auch für Säuglinge und Kleinkinder, die halten wir für falsch. Wir wollen eine Cannabis-Entkriminalisierung ab 18. Da finden wir allerdings, die ist überfällig. Es ist absurd, dass man bei uns sich irgendwie vollsaufen kann. Aber dass jemand ab 18, der nach einem harten Tag vielleicht abends seinen Freizeitjoint raucht, der soll kriminalisiert werden, das leuchtet niemandem ein. So, bevor die Bundestagswahl überhaupt stattgefunden hat, haben wir hier schon die erste Hochzählung. Wir haben gerade geguckt, es gibt 9 Nein-Stimmen. Das sind insgesamt 19,9 irgendwas Prozent. Also 80 Prozent der Menschen, die an dieser Sendung beteiligt sind, haben in ihrem Leben schon mal Marihuana geraucht. Das ist mehr als die leicht über 50 Prozent, die in Deutschland sich für die Legalisierung aussprechen. Und der hat nur eine kurze Gewalt. Hat was vielleicht mit der Medienbranche zu tun, wer weiß. Aber jetzt gucken wir, wir haben uns gerade anguckt, was die Parteien sagen. Ich nehme hier jetzt mal einen grünen Stift. Genau, die CDU sagt, sagt Nein, nicht legalisieren, sondern medizinisch nutzen. Also das ist auch für die Legalisierung, wenn wir jetzt das auf die Legalisierung beziehen, ist das bei der CDU erst mal ein Nein. Bei der SPD ist es ein Fragezeichen, weil die Partei sich selber nicht sicher ist. Martin Schulz hat selber auch gesagt, gerade mit seinem Hintergrund mit Alkohol, hat in dem Deine-Wahl-Interview mit den YouTubern gesagt, ist er dagegen. Aber er würde es, ähnlich wie bei der Ehe vor allem mit Merkel, würde er es zur Abstimmung freigeben. Mal gucken, was dabei rauskommen würde. Da müsste man die Umfrage jetzt nur unter SPD-Mitgliedern machen, die wir gerade gemacht haben. Linke ist ebenfalls dafür, Grüne sind auf jeden Fall dafür. Die FDP ist mit Kontrolle dafür in Apotheken, etc. Also bei den anderen heißt es auch, die wollen ja auch nicht, dass du plötzlich überall Gras einfach nur auf der Straße finden kannst, sondern es geht darum, auch bei den anderen geht es um Kontrolle. Und die AfD sagt Nein. So, und das einfach nochmal hier das Board sozusagen. Ihr könnt das, wie gesagt, wir haben hier ganz viele Tools vorgestellt. Das hier ist mega oberflächlich. Geht überhaupt nicht in die Nuancen, geht nicht in die Parteiprogramme, aber gebt euch vielleicht so einen kleinen Überblick darüber, was bei den Themen, die jetzt wir heute uns rausgesucht haben, die einzelnen Parteien als Schwerpunkte haben oder die sie eben nicht interessieren. Ganz interessant, aber ich glaube, das wussten wir schon bei der AfD. Bei all diesen Themen sieht es ein bisschen anders aus. Da hätte ich mir gewünscht, dass die AfD heute in der Sendung gewesen wäre. Dann hätten wir sie damit ein bisschen konfrontieren können. Das ist leider nicht passiert. Aber den Dillen, die können wir jetzt nochmal konfrontieren. Du siehst jetzt hier die ganze schöne Übersicht, die wir über die letzten tatsächlich 5 Stunden fast für dich Erstwähler aufgestellt haben. Und was ist denn jetzt so dein Fazit? Was sagst du zu dieser Übersicht? Ich weiß nicht, ob ich fündig werde in dieser Liste. Also ich, das Ding ist, was mich gerade... Die anderen von den 42 Parteien, die es auch noch gibt. Genau, genau. Vielleicht wenn die mehr auf Schluss gehen. Ich glaube nämlich auch. Das Ding ist halt so, es gibt halt so diese riesigen Themen, die einfach so wichtig sind, dass man irgendwie auf die achten muss. Aber dafür stimmen die Parteien dann meistens in den Kleinigkeiten überhaupt nicht zu dem oder passen überhaupt nicht so krass zu dem, was ich mir eigentlich wünschen würde. Also es ist meistens so eine Entscheidung. Entweder okay, sind die Sachen, die mich persönlich betreffen auf dem Schirm von der Partei oder passt das mit meinen Vorstellungen überein oder ist das bei... Oder kümmern die sich um die großen Themen, so wie ich mir das vorstellen würde. Aber dass beides passt, ist sehr selten der Fall. Das heißt, entweder ich stelle meine eigenen Interessen zurück oder ich einfach dafür, dass das große Ganze so funktioniert, wie ich mir das vorstelle oder ich ignoriere das große Ganze, was ich halt so ein bisschen ignorant anfühle. Und du glaubst nicht, dass es da keine Mischung gibt, also dass manche Parteien auch... Also für mich auf jeden Fall gerade nicht bei den Großen. Also da gehe ich glaube ich eher auf die kleineren Parteien und muss mich da noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Da gibt es ja eine Menge von. 42 minus den 6, die wir hier schon haben. Und du hast ja auch noch eine Woche Zeit. Du hast ja noch eine Woche Zeit. Und wir haben dir jetzt ganz viele Tools vorgesteckt. Genau. Ansonsten am Ende... Der Musikomat, der wird dir dann... Der Musikomat, der wird dir dann... Der Musikomat, der wird dir auf jeden Fall eine Antwort geben. Bevor du nicht wählen gehst, lieber die Musikomat-Stimme nutzen. Ja. Ja, und jetzt haben wir noch einmal das Thema Google mit drin, aber dieses Mal so ein bisschen anders, weil wir haben jetzt viel über die Parteien gesprochen, aber noch sehr wenig über die Persönlichkeiten dahinter. Was suchen denn die Leute da in dem Kontext? Ja, guter Schwenk, weil es gibt schon einen Unterschied zwischen dem Suchverhalten der Menschen, wenn sie nach Parteien suchen oder wenn sie nach den Spitzenkandidaten suchen. Nach den Parteien suchen sie sehr themenfokussiert. Wenn es um die Spitzenkandidaten und wir haben uns jetzt mal nur die Spitzenkandidaten der sieben meistgesuchten Parteien angeschaut. Wenn sie nach denen suchen, dann geht es eher so um persönliche Fragen oder Begriffe. Und wir haben gemeinsam, wie gesagt, Google Trends ist ein Tool, wir haben gemeinsam mit Moritz Stefano und seinem Team, der ist ein Datendesigner, nochmal eine andere Datenvisualisierung entwickelt, die ihr auch jetzt natürlich unter 2Q17 finden könnt. Sieht man schon hier auf dem großen Screen. Und da haben wir uns mal angeschaut, was sind so die Top-Suchbegriffe zu den Spitzenkandidaten, also zu Merkel, zu Alice Weidel, zu Martin Schulz. Und interessant ist natürlich so ein bisschen dieser zeitliche Faktor. Also welche Begrifflichkeiten tauchen rund um die Spitzenkandidaten in der letzten Woche auf, täglich, also heute, oder auch ganz aktuell in den letzten vier Stunden, während dieser Livestream lief. Und da sieht man vielleicht hier ganz gut, also wo wohnt sie, hat sie Kinder, seit wann ist sie Bundeskanzlerin? Also eher so persönliche Fragen. Wenn ich jetzt mal auf Martin Schulz klicke, tauchen da natürlich andere Begriffe auf. Man sieht deutlich, dass vor allem auch die Orte, an denen sie ihre Wahlkampfauftritte haben, auch unter diesen Suchbegriffen auftauchen. Also nochmal eine ganz andere Visualisierung oder eine ganz andere Aufbereitung. Was ich jetzt noch zeigen will, wenn ich mal weiter runtergehe hier, ist so der Sieben-Tages-Blick. Und da sieht man ganz schön, welche Themen rund um die Kandidaten dominieren. Also was die Menschen wirklich an den Kandidaten interessiert. TV-Duell, Tomaten, im Zusammenhang mit Angela Merkel. Wenn ich hier mal auf Alice Weidel gehe, natürlich die Frage nach der bekannten E-Mail. Dann Martin Schulz, auch hier klar Thema Wahlarena, aber auch die Frage nach dem Alkoholkonsum beziehungsweise seiner Alkoholabhängigkeit. Also hier geht es wirklich so um die persönlichen Themen, die die Menschen interessiert. Und eine ganz andere Frage ist natürlich jetzt auch, wir haben immer geschaut, welche sind die meistgesuchten Themen? Welche Themen werden im Zusammenhang mit den Parteien am stärksten gesucht? Wir gucken uns jetzt einfach mal an, was sind denn die Spitzen oder wie stark werden die sieben Spitzenkandidaten jetzt gerade gesucht? Da steht immer noch Angela Merkel an erster Stelle, aber gefolgt von Alice Weidel, Martin Schulz, Christian Lindner. Dann kommt Sarah Wagenknecht, Alexander Gauland, Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt. und Dietmar Barsch und zu guter Letzt Joachim Herrmann. Wie gesagt, keine Wahlprognose, sondern das reine Interesse der Menschen an diesen Spitzenpolitikern. Die Seite könnt ihr euch natürlich auch alle anschauen, jederzeit, wird täglich aktualisiert. Also da seht ihr ganz genau, wie interessiert sind eigentlich die Menschen an den Spitzenkandidaten. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für dein ganzes Feedback und die ganzen Fragen, die du uns heute präsentiert hast. Du hast ja noch eine Sache, nämlich was wir vorhin ganz am Anfang mal aufgemacht hatten, nämlich das Thema Abgeordnete. Welche Abgeordnete sind denn in meinem Wahlkreis? Um zum einen vielleicht zu gucken, okay, wer präsentiert mich bisher? Zum einen zu gucken, okay, vielleicht geht es da gar nicht mehr um eine Partei, sondern ich rede ja da gerade von einer Person. Also einmal zu gucken, was ist mit diesen Personen los? Da habt ihr ja auch noch was. Genau, das kam ja auch so ein bisschen in eurer Diskussion schon mit den Erstwählern auch zum Tragen so, wen wähle ich eigentlich in meinem Wahlkreis? Klar, jeder kennt Martin Schulz, jeder kennt Angela Merkel und die anderen Spitzenkandidaten, aber wer ist eigentlich mein Kandidat in meinem Wahlkreis? Und auch natürlich die Frage nach Erst- und Zweitstimme. Und wir haben hier ein Tool entwickelt für die Bundestagswahl, über das man sich informieren kann. Also wer, wem gebe ich meine Erst- und wem gebe ich meine Zweitstimme in meinem Wahlkreis? Das kann jeder ausprobieren. Ich mache das jetzt einfach mal mit meiner Postleitzahl. Dann wisst ihr alle, wo ich wohne. Berlin-Pankow. Und dann wird mir natürlich die Liste angezeigt, der Kandidaten für die Erststimme und natürlich die Zweitstimme. So, und wenn ich über die Kandidaten natürlich noch ein bisschen mehr wissen will, kann ich auch direkt auf die Google-Suche gehen. Für viele der Kandidaten, die zur Wahl anstehen, gibt es noch mal hier, also die Spitzenkandidaten in einer Übersicht, aber gibt es natürlich auch noch mal in der Google-Suche sogenannte Politiker-Statements. Das heißt, Politiker konnten ihre eigenen Statements und ihre eigenen Prioritäten festsetzen, sodass ich, wenn ich jetzt nach meinem Kandidaten aus meinem Wahlkreis suche, hoffentlich seine Prioritäten direkt vor mir sehe und mich informieren kann. Und das hilft hoffentlich dann, bis zum 24. eine informierte Entscheidung zu treffen zu den Themen, die ihr jetzt heute alle diskutiert habt. Ja, super. Vielen, vielen Dank, Isa. Vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Das war auch dein letzter Einsatz für heute. Das war letzter Einsatz heute. Nach fünf Stunden ist jetzt Schluss. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wirklich. Vielen, vielen Dank. Also auch sehr informativ auf jeden Fall und total interessant zu wissen, was Deutschland auf Google so bewegt und noch was wir in Deutschland am meisten suchen. Und vielleicht kannst du jetzt auch noch mal das Tool nutzen und in deinem Wahlkreis raus. Vielleicht geht es gar nicht um eine Partei, sondern es geht um eine Person und du findest die Person, die genau matcht, die genau dieselben persönlichen Interessen hast wie du. Es gibt wenig Sympathieträger oder interessante Menschen. Vielleicht verknüpft ihr euch dann doch tatsächlich über den Musikgeschmack und da spielt uns jetzt Oh Brother wieder ein schönes Lied. Yes. So, wir haben eine ganze Lied. Liste von Themen heute besprochen. Digitalisierung, Umwelt, Europa, Cannabis. Ich hoffe, ihr habt viel mitgenommen. Allerdings ist es ja, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, beziehungsweise was ich auch ganz am Anfang euch mitgeteilt habe, so dass bei der letzten Bundestagswahl die unter 30-Jährigen die Wahlgruppe oder die Wählergruppe war, die am wenigsten zur Wahl gegangen sind. Sprich, Stichwort Politikverdrossenheit. Und das ist ein letztes Thema, das uns noch mal sehr am Herzen liegt. Und da haben wir auch noch dazu. Ich glaube, wir haben das ganz, ganz oft gesagt. Wählen geht ist wichtig, geht wählen, bla, bla, bla. Ich habe auch beim Ankündigungsvideo mich noch mal so ein bisschen drüber lustig gemacht, wie das gerade gesagt wird. Aber es ist halt tatsächlich wichtig, muss man einfach noch mal sagen. Aber jungen Menschen, denen wird gerne vorgeworfen, sie sind Politikverdrossen. Solche Zahlen belegen das ja ein bisschen. Und deswegen ist jetzt für uns die Frage, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen, alle, die jetzt gerade zugeguckt haben, haben wir hoffentlich ein bisschen für die Themen, zumindest in der Politik, begeistert. Aber jetzt haben wir noch mal jemanden hier, der uns veröffentlichen ein bisschen helfen kann, generell uns zu sagen, wie kann man junge Menschen mehr für Politik begeistern? Was kann man in der Politik machen? Wir begrüßen Wolfgang Gröniger, Autor des Buches Alte Säcke Politik. Bitte schön. Außerdem Nihan und den lieben Ben. Und Dylan sitzt einfach hier. Dylan wählt immer noch als erstes. Herzlich willkommen bei uns auf der Couch. Letzte Gesprächsrunde für heute. Ja, Wolfgang, wir haben schon gehört, du bist Buchautor und hast dich mal mit dem Thema Politikverdrossenheit beziehungsweise Alte Säcke Politik, hast du dein Buch genannt, beschäftigt. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz sagen, worum es da geht oder was da so deine Herzensangelegenheit dabei war. Ja, in dem Buch Alte Säcke Politik geht es darum, wie die alten Säcke unsere Zukunft zerstören. Wir haben das ja gesehen bei Brexit, bei Trump, bei vielen anderen Dingen, wie die Ehe für alle oder wie Digitalisierung, wie dem Thema Kinderarmut. Es gibt einfach viele Themen, bei denen die Älteren den Ton angeben, die haben die Stimmen, sie haben die Netzwerke, sie sind in der Politik und wo die Themen der Jungen untergehen, wo einfach die Jungen zu wenige sind, um sich durchzusetzen. Wir hören jetzt, Ü60-Wählergruppe ist die größte Wählergruppe. Was, also wenn wir es jetzt mal ganz überspitzt sagen, ich glaube, wir wissen, alle wählen gehen ist wichtig, aber was soll jetzt als junger Mensch sozusagen, wie motiviert das dann nicht ein bisschen, zu sagen, ja gehe ich ja nicht zur Wahl, weil es zählt ja sowieso nicht? Das war tatsächlich bei Brexit ja so. Die Jungen waren schon stärker wählen, als man oft gesagt hat. Aber selbst wenn sie zu 100% wählen gegangen wären bei der Brexit-Entscheidung, hätte das nichts gebracht, weil sie trotzdem von den Älteren bestimmt worden wären. Und deswegen kann man schon sagen, vielleicht demotiviert das den einen oder anderen, weil es einfach zu wenige sind, um sich durchzusetzen. Auch wenn jetzt eine Partei, sagen wir mal, in Deutschland, alle Erstwählerstimmen auf ihre Seite bringen würde, also alle, geschlossen alle Erstwähler, dann würde das nicht mal für die 5%-Hürde reichen. Und das ist schon bitter. Doch, keine YouTube-Partei. Scheiße. Keine YouTube-Partei, ja blöd. Aber immerhin, ja das ist doch dann kein Argument, nicht wählen zu gehen, sondern eher im Gegenteil, sondern eher noch seine Leute zu motivieren, zu sagen, hey, auch wenn du vielleicht jetzt nicht irgendwie alle Parteiprogramme gelesen hast, da glaube ich sowieso keiner, liest man sowieso nicht, aber wenn du vielleicht nicht irgendwie jeden sympathisch findest da, auch wenn du irgendwie bei jeder Partei Bauchschmerzen hast und wenn du vielleicht am Sonntag was anderes zu tun hast, als wählen zu gehen, mach's einfach, weil, ja fuck, am Ende bist du auch betroffen davon, was da passiert. Und dann hinterher sich zu beschweren, dass die Bildung scheiße ist, dass das Wähler auch nicht funktioniert, dass man irgendwie wieder die Grenzen in Europa durchmacht, das geht dann auch nicht. Oder wir könnten auch die alten Leute motivieren, weniger zur Wahl zu gehen. Oder, das ist natürlich jetzt sehr undemokratisch, aber ich habe tatsächlich einen Vorschlag, warum gehen wir nicht alle zu unseren Großeltern und sagen, Oma, wähl doch mal für mich. Ja, und genau das ist auch passiert, zum Beispiel in Irland. Da gab es ja die Abstimmung über die Ehe für alle, also Marriage Equalities, das ist damals vor zwei Jahren war das, glaube ich. Und da gab es die Ring Your Granny Campaign. Also da haben wirklich junge Leute ihre Oma, ihre Opa angerufen und haben gesagt so, wählt bitte, also stimmt ab für die Ehe für alle, weil wir glauben daran, wir finden das gut. Und deswegen gab es auch diese Landslide Victory, also diesen, wie sagen wir mal, durch den Erdrutsch-Sieg für diese Kampagne Ehe für alle in Irland. Was würdet ihr denn eurer Oma jetzt sagen oder eurem Opa, oder für was sollen die denn wählen gehen? Ja, nun ja, es ist ja so, bei mir ist es wie bei den meisten wahrscheinlich auch, meine Oma und Opa wählen seit 30 Jahren oder so das Gleiche und ich glaube auch nicht, dass ich, ohne dass man sich da wirklich hinsetzt und mit denen darüber spricht, hey, guck mal, du entscheidest dich gerade, du entscheidest gerade mit über meine Zukunft und dabei ist es, also dabei sind einfach so viele Sachen wichtig, die du vielleicht gerade gar nicht auf dem Schirm hast oder für mich sind Sachen wichtig, die du vielleicht gerade gar nicht auf dem Schirm hast und vielleicht dann halt schauen, ob die vielleicht im Interesse von ihren Enkeln vielleicht stimmen, anstatt einfach das Gleiche wie immer zu tun. Nian, hast du ein Thema, was dir im Herzen liegt? Shoutout an deine Oma? Ist jetzt ein junger Ort. Shoutout an deine Oma? Oma, lerne endlich Deutsch. Nein, also ich weiß nicht, ich fühle mich auch selber als 26-Jährige, ich sehe ein bisschen jünger aus, wie hat man immer gesagt, aber ich bin tatsächlich schon 26 Jahre alt, ich fühle mich trotzdem immer noch nicht abgeholt, ehrlich gesagt. Wenn ich an Politiker denke, dann denke ich an über 50-Jährige mit kreisrundem Haus, weil das jetzt auch nicht scheiße klingt. Im Gewinn, das geht auch anders. Also es geht auch anders, ja, aber ich fühle mich ehrlich gesagt nicht abgeholt und ich habe eben auch eine Umfrage auf Twitter gemacht, ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, aber da waren so, keine Ahnung, 76% haben gesagt, ich fühle mich auch nicht abgeholt. Und das finde ich schon echt krass. Es sind ja eher junge Leute auf Twitter, die mir dann auch folgen und da merkt man schon, dass die Politiker meistens Themen ansprechen, die uns einfach nichts angehen oder auch in einer Sprache sprechen. Das kotzt mich am allermeisten an. MTV-Ruell zum Beispiel. So hochgestochen. Ich raff das nicht. Bitte sprech auf meiner Sprache. Also sprech so, dass ich es verstehe und ich finde es auch nicht irgendwie peinlich, das nicht zu verstehen, weil die stellen sich da hin, wir Experten und reden über uns, wir sind keine Experten, wir sind ganz normale Menschen und die sollen jetzt hier in unserer Sprache reden, so dass wir es auch raffen. Ja, wir haben ja das vorher, das Thema Kooperationsverbot. Also man sieht das ja in den Google-Anfragen, man sieht das wirklich, denn hier werden ganz, ganz oft in der Politik natürlich irgendwelche Sachen, die in Gesetzen verankert wurden, so weiter, die irgendwelche Fachbegriffe haben und die Leute das allererste, was sie machen, ist erstmal, okay, was ist denn das? Digitalisierung nie gehört. Und dann distanziert man sich auch davon, weil man es nicht versteht. Man bekommt irgendwie auch Angst, es ist einem auch peinlich, darüber zu reden und überhaupt über Politik zu reden, ist so schwierig. Auch auf meinem Kanal oder so. Das war mir total so unangenehm, zu sagen, hey, ich werde irgendwann Martin Schulz interviewen. Die meisten haben auch gesagt, hey, du hast gar keine Ahnung von Politik oder was hast du denn mit Politik zu tun? Aber im Endeffekt ist es so, diese Menschen regieren uns irgendwann, Leute. Also irgendwie müssen wir uns schon dafür interessieren, auch wenn uns die Begriffe nicht ganz klar sind, dann muss man sich halt ein bisschen reinfuchsen. Wobei ich ja auf den Seiten der Parteien, muss man aber auch sagen, die haben natürlich oftmals dieses ganz lange Wahlprogramm, aber sie haben auch eine kurze, einfache, verständliche Variante. Ich meine, das macht irgendwie schon auch so ein bisschen Zweiklassengesellschaft, wenn du das nicht checkst, dann lest dir vielleicht mal die Kurzversion durch. Aber ich habe es auch gemacht und ja, es ist auf jeden Fall mal, es lohnt sich da mal reinzugucken, muss man jetzt mal zur Verteidigung sagen. Also die geben sich Mühe. Aber es ist viel besser, oder? Es ist viel besser, ja. Ich glaube, vor 20 Jahren war es noch nicht der Fall, dass sie eine leicht verständliche Version auch online, gut, da war auch noch kein online. Wir haben jetzt dieses Mal, bei dieser Wahl haben wir jetzt, wir haben jetzt dieses Mal solche Aktionen wie diesen Livestream. Wir haben das Martin Schulz-Interview gehabt, wir haben das an der Merkel-Interview gehabt. Es gibt jetzt am Wahlsonntag noch diese Funk-Veranstaltung ab 17.30 Uhr. Also super, super spannende, unterschiedliche Veranstaltung. Vor vier Jahren sah das natürlich noch ein bisschen anders aus ohne das Internet. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass junge Leute gerade mehr abgeholt werden durch dieses Thema. Aber es passiert ja auch nicht genug. Und hier haben wir jetzt nochmal einen Kommentar, nämlich Luca Feger. Was denkt ihr denn über Organisationen wie die Jugend? Hat jetzt auch gerade stattgefunden? Wäre ein Schritt, um die Angst vor der Verantwortung zu nehmen. Hat mich das verfolgt, diese U18-Wahl? Also ich habe heute Morgen gesehen, dass es da Ergebnisse gab. Und das ist auch ganz spannend, wie die jungen Menschen da gewählt haben. Es ist ja im Prinzip auf freiwilliger Basis und es wird organisiert. Und man muss auch dazu sagen, 30 Prozent der Leute, die da abstimmen, sind in Berlin. Das verzerrt natürlich so ein Ergebnis am Ende auch. Man kann sich das auch nach Ländern aufgeteilt angucken. Und da ist das dann vielleicht ein bisschen repräsentativer. Aber man sieht so Leute wie die Tierschutzpartei würden in den Bundestag kommen. Wobei, die muss man sich auch genauer angucken. Also nur weil da Tierschutz draufsteht, heißt das nicht, dass da nur gute Sachen in der Partei passieren. Also ich glaube, Grüne und Tierschutzpartei schneiden um einiges besser ab. FDP und AfD schneiden um einiges schlechter ab. Das kommt auch darauf an, wo man hinguckt. Im Osten ist die AfD teilweise sehr, sehr hoch. Also selbst bei den jungen Leuten. Also über 15, 16, 17 Prozent. Das ist so die Frage sozusagen, beeinflussen da die Eltern die Wahl mit? Meint ihr das? Oder ist das eher so, sind die Kinder da dann autark? Oder kriegen sie das irgendwie mit? So AfD, meine Eltern wählen das, finde ich auch spannend. Ich glaube, aber das ist auch nicht nur bei der AfD der Fall. Das ist grundsätzlich oft das Ding, oder? Dann hört man so, also ich meine ganz vielen geht es doch so, ich bin 18, ja, okay, guck jetzt doch mal, wo Mama und Papa ihr Kreuz hinmachen. Und dann ist das bestimmt auch nicht so, kann ja nicht so falsch sein. Du sagst, ich bin 18, aber was ich unter meinen Kommentaren gelesen habe, da haben, also meine Zielgruppe ist laut Analytics, ist sie älter als 18. Aber es gibt natürlich auch einen Prozentsatz, der unter 16 ist. Und da, das war die lauteste Gruppe, die drunter geschrieben hat, boah, was für eine Scheiße, ich bin 16, ich darf gar nicht wählen. Es gibt ja solche Initiativen, wie zum Beispiel Wahlrecht ab 16, in manchen anderen Ländern gibt es das. Ich glaube, die Johanna, die vorhin hier im Interview war, setzt sich sogar irgendwie in Teil manchmal für das Wahlrecht ab der Geburt ein. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere. Dann können die Eltern dann irgendwie für die Babys, für die Babys, dann können die Eltern irgendwie das mit ankreuzen. Aber was sagt ihr denn dazu, das Wahlrecht abzusenken, also das Alter abzusenken? Also wenn ich da kurz einhaken darf, ja, voll dafür. Ich habe vor vier Jahren gemeinsam mit 15 Kindern und Jugendlichen, die waren im Alter zwischen 9 und 17, eine Wahlprüfbeschwerde eingereicht beim Bundestag, weil die Kinder gesagt haben, hey, ich kümmere mich um Klimaschutz, ich weiß, was CO2 ist, ich engagiere mich für meine Zukunft, aber ich darf erst in irgendwie acht Jahren wählen. Wenn da zufällig eine Bundestagswahl sein sollte, wenn da gerade keine zufällig ist und ich zufälligerweise quasi im falschen Jahr geboren bin, dann muss ich nochmal drei Jahre warten, bis ich wählen darf zum ersten Mal. Und die fanden es ultra unfair und deswegen haben wir so eine Prüfbeschwerde eingereicht beim Bundestag, haben gesagt, ja, die Kinder und Jugendlichen wollen auch mitwählen, das ist doch ein Recht, quasi jeder Mensch eine Stimme. Und der Bundestag hat dann gesagt, ja, bei dir Wolfgang ist das der Fall, du bist ja 18 und darfst sie nicht beschweren, weil du hast ja das Wahlrecht und bei den Kindern und Jugendlichen war es dann der Fall, dass der Bundestag gesagt hat, ja, ihr seid doch gar keine 18, also dürft ihr auch noch gar nicht beschweren. Also da ist irgendwie, da beißt sich die Katze in den Schwanz und deswegen werben wir sehr dafür, weil wir sagen, jeder Mensch soll die gleiche Stimme haben, egal wie armreich, dumm, schlau, alt, jung er oder sie ist. Und ich glaube, Kinder und Jugendliche sind Experten und Experten in ihrer eigenen Lebenswelt. Was hat denn meine Oma, so sehr ich sie auch mag, für ein Verständnis von Digitalisierung, von Bildung, von Arbeitsmarkt heutzutage, auch in vielen anderen Themen, die mich bewegen. Und deswegen finde ich, da sind die Jugendlichen doch die Experten und Experten ihrer eigenen Lebenswelt und deswegen sollte ihre Stimme genauso viel zählen, wie die von anderen auch. Ja, schönes... Ab wann, was für ein Alter? Also prinzipiell ab Geburt, aber die Säuglinge und Kleinkinder werden ja nicht in die Wahlkabine krabbeln und ein Hashtag oder Smiley oder so malen, sondern jeder junge Mensch, der wählen möchte, sollte auch wählen dürfen. Wie bei der U18-Wahl, wie du ja erwähnt hattest, oder du auch, oder eben auch bei uns, bei unserer Kinderinitiative vor vier Jahren, da war der Jüngste halt neun. Und neun, zehn, elf, zwölf Jahre, irgendwie so würden die Ersten, glaube ich, anfangen, dieses Wahlrecht auch auszuüben. Ja, super, vielen Dank. Ich glaube, ich habe gerade Quatsch geredet. Ich glaube, das ist Johanna, die steht da schon. Die hat sich auch eingesetzt für das Thema Wahlrecht ab der Geburt. Da kommen wir jetzt gleich zu, aber davor, wir sagen euch tschüss, vielen Dank, dass ihr da wart. Und jetzt nochmal Oh Brother und dann gehen wir rüber zu Ben, der jetzt hier sprintelt zu Bach, um das nächste Interview zu machen. Und jetzt hier, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, aber ich bin frei, And I'm free, I'm free-falling. Ich darf euch beiden hier begrüßen. Die anderen hatten so die Möglichkeit, die kleinen Parteien so einzulaufen. Euch stelle ich jetzt vor, ihr steht schon hier. Ich habe einmal hier den Paul Simiak. Du bist Vorsitzender der Jungen Union. Das ist die Jugendorganisation von CDU und CSU. Und einmal Johanna Ueckermann. Und du bist die Vorsitzende der Jusos. Das ist die Jugendorganisation der SPD. Also wir haben... Wollt ihr euch setzen? Das ist so ungemütlich. Johanna, möchtest du auch was trinken? Möchtest du ein Gin Tonic? Cola? Okay. Wir versuchen die ganze Zeit Gin Tonic an irgendwelche Leute, aber der Wein ist auch nicht angerührt. Das ist schade. Na gut. Cola? Ist mir meine Karte runtergefallen. Aber erklärt ihr das mal mit den Getränken? Danke. Ja, bezahlen könnt ihr später. Ich habe noch Wertmarken. Fand, merken bitte behalten. Die 5 Euro müsst ihr dann später werden. Was ich im Vorfeld festgestellt, was ich einigermaßen kurios fand, du kommst aus Bayern, das heißt eigentlich aus dem Kernland der CDU oder der Union, und du kommst aus dem Ruhrpott, eigentlich SPD-Land. Naja, war früher mal so. Seit der Landtagswahl, wir haben einen neuen Ministerpräsidenten mit Armin Laschet, das war mal. Ein kleiner Wöhnflug jetzt. Ja, das sind die Fakten. Aber gut, wir gucken jetzt mal. Es geht gut los. Oh, ihr habt gar kein Mikrofon. Oh, wir müssen, ich muss das nochmal wiederholen. Nrw war mal Stammland der SPD. Wir haben die Landtagswahl gewonnen, neuen Ministerpräsidenten, insofern alles gut. Ich sehe schon, hier gehen direkt die Haken. Sie seid euch nicht so einig wie die kleinen Parteien. Das wird auf jeden Fall spannend. Trotzdem das Mikro, wenn du was sagen willst. Das ist aber nett von dir. Ja, sag doch mal, ihr kommt jetzt jeweils aus dem Kernland der anderen, auch wenn du das jetzt bestreitest. Ich mach mir noch ein. Was macht denn eure Parteien aus, wenn ihr sagen müsstet, das ist der Kern meiner Partei? Ich meine, wir haben jetzt irgendwie eine sehr lange große Koalition hinter uns, viele unserer Zuschauer kennen es gar nicht anders. Und der Vorwurf ist ja mal so ein bisschen, die wollen alle das Gleiche. Was ist euer Alleinstellungsmerkmal? Und du, Johanna, darfst gerne beginnen. Also natürlich ist ganz klar, dass die SPD ist die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Also wir setzen uns seit jeher ein für eine gerechtere Gesellschaft. Ja, weil wir auch glauben, dass es einfach an ganz vielen Stellen unfair zugeht. Und ich glaube auch, wir sind die Partei, die sich auch insbesondere, gerade auch in diesem Wahlkampf, sehr für junge Leute einfach einsetzt. Wir haben ganz viele Themen, wo ich sagen würde, da macht es Sinn, wenn man jung ist, dass man eine SPD wählt. Also sei es irgendwie zum Beispiel eine faire Bezahlung von Azubis oder mehr BAföG oder einen sicheren Berufsentieg, weil wir so Befristungen abschaffen wollen. Das sind glaube ich Themen, wo ich sagen würde, für junge Leute ist da viel dabei. Okay, mach da mal ein Hashtag raus. Der Hashtag ist gerecht ist. Gerecht ist. Okay. Paul. Ja, ich glaube, es gibt ein Wesen, es gibt viele Punkte, die uns unterscheiden, wo ich sage, die Union hat da wesentlich bessere Angebote für die Menschen. Aber es gibt einen Kernpunkt, der uns von allen anderen unterscheidet. Ja, es ist wirklich so, alle Parteien, SPD vor allem, die haben so eine Ideologie. Die haben eine Vorstellung davon, wie Gesellschaft zu funktionieren hat und wir wollen die so ändern. Wir sind ja gegründet nach dem Strecken des Zweiten Weltkrieges und haben gesagt, nie wieder Ideologie. Wir haben nur noch ein Credo und das ist christliches Menschenbild. Was heißt das für uns? Das ist keine Ideologie. Nein, das ist ein Bild vom Menschen, das wir haben. Das heißt, wir wollen kein Gesellschaftsmodell mehr verfolgen, wo die Leute sich anpassen müssen, sondern wir sagen, der Mensch ist so, wie er ist, unterschiedlich, aber gleich viel wert. Und danach machen wir Politik und das ist ganz konkret, soziale Marktwirtschaft beispielsweise, Familienpolitik. Das unterscheidet uns von anderen. Andere haben ein Bild, wie Familie auszusehen hat. Wir sagen, der Mensch muss selbst entscheiden, wie er Beruf und Familie zusammenbringt. Politik muss aber die Rahmenbedingungen setzen und deswegen, glaube ich, ist das ein ziemlich moderner Ansatz. Also ein klares Familienbild habt ihr ja schon auch. Ich meine, wir hatten es jetzt vor der Wahl oder vor dem Wahlkampf die große Überraschung. Es gibt jetzt die Ehe für alle, aber dass innerhalb der Union jetzt nicht unbedingt, also dass Familien auch anders aussehen können als bei Seehofer mit Mutter, Vater, Geliebten und Geliebten vom Kind. Angela Merkel hat dagegen gestimmt. Ja, das stimmt. Die Mehrheit der Unionsfraktion hat dafür gestimmt. Insofern wurde das ja bei uns sehr intensiv diskutiert. Es gibt ja viele auch in der Union, die gerade eben für die Ehe für alle waren. Insofern zeigt das ja, dass wir diese gesellschaftlichen Debatten, die es gibt, ja in der Union führen. Noch mal zum Thema Familie. Nein, Alleinstellungsmerkmal war das Thema. Ja, Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir die einzige Partei sind, die sagen, die Menschen müssten wirklich die Freiheit haben zu entscheiden, wollen sie Kinder zu Hause selbst erziehen, wollen sie staatliche Betreuungsangebote in Anspruch nehmen. Und nicht, dass wir sagen, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Das gibt es bei keiner anderen Partei. Bei der FDP vielleicht. Genau, gib mal an Johanna ab, aber den Hashtag wollen wir noch hören. Der Hashtag gerne. Ich würde mal sagen, wenn wir uns anschauen, wie es uns heute geht, ist unser Hashtag FedetWegugel. Für ein Deutscher nehmen wir gut und gerne leben. Diesen Hashtag kann man als junger Mensch nicht mittragen. Komm, da musst du dich doch schämen für. So ein paar Buchstaben hintereinander kannst du auch du merken, oder? Das ist doch gar nicht so kompliziert. Besonderlich catchy ist es irgendwie auch. Es war der meistgenutzte, als wir es vorgestellt haben, der meistgenutzte Hashtag. Ja, weil die Leute sich lustig drüber gemacht haben auf Twitter. Die Leute haben sich lustig gemacht. Ihr kennt den alle, insofern funktioniert der. So, Johanna, jetzt bist du dran. Ja, ich habe, ja, wolltest du noch was dazu sagen? Nee. Nee, okay. Jetzt bin ich wieder. Nee, ich habe eine ganz andere Frage an euch. Und zwar, das habe ich mit den kleinen Parteien auch schon gemacht, die, es ist ja so, dass man irgendwie oft das Gefühl hat, Politiker sind so eine Kaste. Meistens stecken ja doch Menschen dahinter. Und mich würde es mal interessieren, die beiden Menschen, die hier vor mir sitzen, was hat euch motiviert, in die Politik zu gehen? Boah, also bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich Bildungspolitik gewesen. Ich war irgendwie am Gymnasium und war schon immer auch politisch interessiert, aber dann hat die CSU bei uns Studiengebühren eingeführt und auch das Turbo-Abi, also dass du quasi nach acht Jahren irgendwie schon dein Abi machst so. Und ja, das fand ich ungerecht. Also gerade Studiengebühren, weil es halt irgendwie zusätzlich Hürden schafft, für Leute dann überhaupt studieren zu gehen. Und die Jusos waren damals diejenigen, die die Demos gemacht haben und die da auf der Straße waren. Und das war irgendwie für mich so der Einstieg, wo ich eben gesagt habe, boah, scheiße, das geht voll ungerecht zu. Da muss man irgendwie was machen und dann war ich da irgendwie mit dabei. Okay, und du, Paul? Bei mir war es sehr kommunal. Es ging damals darum, dass die Junge Union sich eingesetzt hat für ein Kinder- und Jugendparlament, dass Jugendliche mehr Mitsprache bekommen in der Kommunalpolitik. hat sich damals auch eingesetzt für so ein Anrufsammeltaxi, dass man günstig am Wochenende nach Hause kommt. Das waren so, ja, das sind ja, man liest, ich habe kein Programm gelesen, dass ich gesagt habe, das gefällt mir gut und die 80 Seiten habe ich gelesen und jetzt wäge ich mal ab. Sondern da waren viele junge Leute, meine Eltern waren keine CDU-Mitglieder, aber schon so ein bisschen durch die Kirche, CDU-nah und haben die CDU auch gewählt. Und dann habe ich mitgemacht und am Ende ist das, das hört sich ein bisschen pathetisch an, aber bei den meisten glaube ich, man hat schon Lust irgendwie, die Welt zum Besseren zu verändern, egal welche Partei. Und das treibt dann schon an. Und wenn man das dann macht und mal die kleinen Dinge verändern kann, Kommunalpolitik und dann geht es ein bisschen höher, das macht schon Spaß. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, man muss sich so ein bisschen davon verabschieden, dass man, wenn man irgendwo einsteigt, in eine Jugendorganisation oder in eine Partei, dass man irgendwie so 100% Übereinstimmung hat. Also, sorry, habe ich auch nicht mit der SPD. Also schon meistens, aber manchmal halt auch nicht und ich glaube, ja, das kann man auch gar nicht erwarten. Ja, da schließt sich eine meiner nächsten Fragen an, die ziehe ich jetzt einfach vor. Was würdest du denn in deiner Partei ändern gerne? Ähm, zwei Sachen. Eine hätte mir gereicht, aber wir haben ja auch ein paar. 17 Sachen. Aber dann kurz, dann kurz. Warte, ja, ich habe eine Liste vorbereitet. Das dauert ein bisschen. Nein, Quatsch. Zwei Sachen tatsächlich. Ich finde, wir müssen mutiger sein an manchen Stellen. Also klar, können mit dem Programm gut leben, glaube ich, wir haben da richtige Schwerpunkte, aber an einer oder anderen Stelle würde ich sagen, ein bisschen mutiger nochmal sein, ein bisschen visionärer vielleicht auch und das andere ist, ja, ich wünsche mir schon auch nochmal mehr junge Leute, auch in den vorderen Reihen bei uns. War auch so ganz konkret thematisch oder also gibt es irgendeinen Punkt oder irgendeine Position von deiner Partei, wo du sagst, das geht eigentlich mit mir gar nicht klar? Ja, ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wir stärker eintreten für eine Vermögenssteuer. Ich bin da ein Fan davon. Ich glaube, wir müssen mehr umverteilen, damit wir, also damit wir auch Geld haben, um zu investieren in Bildung, in irgendwie kommunale Infrastruktur, sowas wie Schwimmbäder und öffentlicher Nahverkehr und so. Ich glaube, dass die SPD-Links-Partei wird. Oder bist du einfach in der falschen Partei? Nein. Das ganz sicher nicht. Aber es klingt danach. Nee, gar nicht. Aber was unterscheidet dann deine Position davon? Von den Linken? Ja. Im Bezug auf Vermögenssteuer. Im Bezug auf Vermögenssteuer. Bei der Linkspartei wärst du doch dann eher zu Hause. Naja, also es ist auch eine Forderung der SPD. Es steht bei uns im Grundsatzprogramm drin. Aber nicht so mutig. Wir haben es jetzt im Wahlprogramm nicht aufs Schild gehoben. Sowas hätte ich mir zum Beispiel gewünscht, dass man da stärker nach vorne geht. Aber ich glaube, ich bin schon in der richtigen Partei. Die Linke könnten Kontakt vermitteln. Sie ist nicht da. Genau, also die Frau von der Linkspartei sagte so, Milliardäre abschaffen. Das wäre eher deine Position. Noch ein bisschen plakativer. Paul, du darfst das auch noch. Naja, das ist glaube ich, was alle großen Parteien umtreibt. Junge Leute, übrigens nicht nur in irgendwelchen Staatsämtern, sondern in der Partei, dass wir mehr noch investieren in Werbung, dass junge Menschen sich überhaupt politisch engagieren. Hoffentlich bei uns. Und welches inhaltliche Thema wir zu wenig auf dem Fokus gehabt haben. In der CDU übrigens, ich muss da selbstkritisch sagen, auch in der jungen Union. Wie entwickelt sich diese Welt? Was ist mit Afrika? Das ist unser nächster Nachbar als Europäer, dass wir uns damit beschäftigen. Die Kanzlerin hat das ja immer wieder auch uns gesagt, dass das das Zukunftsthema ist. Und ich glaube, da müssen wir ein bisschen was aufholen. Okay. Wollen wir eine... Dazu haben wir die Urne hier. Ich habe die schon so verzweifelt versucht. Wir müssen eigentlich aus der Urne immer eine Frage... Immer eine. Da ist noch ein bisschen grün-Merchandising drin. Also falls du einen Kronkorken von Grün haben möchtest, ihr seid doch gute Freunde. Eure Parteien. Schauen wir mal. Retardis, wichtige Frage, auf die ich bis jetzt noch keine seriöse Antwort gefunden habe. Macht das mal. Wird ein Stimmzettel ungültig, wenn man einen Vogel daraus faltet? Das sind doch die Fragen, die unser Land bewegt. Ja. Das ist doch das, wenn wir in die Zukunft schauen wollen, wir doch genau das wissen, was er wissen möchte. Mal weg von Afrika. Ich bin dankbar, dass so wichtige Fragen jetzt auch kommen. Wenn er in den Umschlag passt, glaube ich, ist er gültig. Wir haben auch diese Frage noch nicht geklärt mit den zwei Stimmen. Ganz am Anfang wurde ja gefragt, ob ein Stimmzettel gültig ist, wenn man nur eine Stimme ist. Haben wir das geklärt? Das war die allererste Frage und die haben wir nicht beantwortet bisher, oder? Also es ist nicht gültig, ist die Antwort. Ist nicht gültig? Oder? Ich weiß es nicht. Bitte? Vorhin war die Antwort, es ist gültig. Es ist gültig. Das sollten wir mal recherchieren. Das war aber eher, das war, glaube ich, so geraten ein bisschen. Wisst ihr das? Ich glaube, es ist ungültig. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ehrlicherweise. Wisst ihr auch nicht so richtig, ne? Abgefahren. Also ich glaube, ich bin ziemlich sicher, wie es ist, aber ich will jetzt bitte nichts sagen. Was würdest du sagen? Ich glaube, es ist gültig, aber ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Ich weiß es gerade nicht. Okay, also um sicher zu gehen, erst und Zweitstimme wählen. Absolut. Los Momentos fragt, ich finde den Lobbyismus echt scheiße, die haben zu viel Einfluss und Politiker bereichern sich viel. Wer tut was dagegen? Das ist doch ein gutes Thema für euch. Also ich glaube nicht, ich kenne, ganz ehrlich, ich kenne keine Politiker, übrigens keiner Partei, die sich irgendwie bereichern. Das hört sich ja nach Korruption an oder anderen Dingen. Also Korruption, dass wir Korruption bekämpfen müssen und auch tun, ist ganz klar. Was heißt Lobbyismus? Ich glaube, wir müssen anständige Politik machen. Was heißt das für mich? Wir müssen alle anhören. Wir müssen Industrieunternehmen und Lobbyverbände der Wirtschaft genauso anhören zu ihren Anliegen, wie wir das bei anderen Gruppen tun, NGOs und so weiter. Also ich kann zumindest für mich sagen, jeder, der mit mir sprechen möchte, der ein berechtigtes Anliegen hat, den höre ich an, unvoreingenommen, egal von welcher Seite. Ja, aber Unternehmen haben ja mehr Macht, also die haben ja eine größere Lobby. Wieso haben die eine größere Lobby? Die haben Leute, die sind angestellt, also Arbeitslose haben keine Lobby. Die können nicht in den Bundestag gehen und sagen, wir gründen eine Organisation. Und eine NGO kann ich auch nicht mittags ins Borchert zum Schnitzel einladen in Berlin. Ich mache nicht meine Termine davon abhängig, wo wer sich mit mir treffen will. Jeder kommt zu mir übrigens, wenn man sich die Termine anschaut, also zumindest die ich mache, ich würde mal sagen, wenn ich alles zusammennehme, auch Wahlkreis und Berlin, 95% sind Bürgerinnen und Bürger, sind Vereine, Sportverbände, alles Mögliche, die zu einem kommen. Und ich glaube, man sollte nicht ein falsches Bild zeichnen. Johanna noch schnell, befürchte ich. Ja, es tut mir leid, also wenn wir noch andere Fragen unterbringen wollen. Also das Ding ist schon, finde ich, dass wir zum Beispiel, muss transparent sein, wer hat Zugang. Also dass du so ein Lobbyregister irgendwie schaffst, um erstmal aufzuzeigen, wer hat überhaupt Zugang auch zu Politikerinnen und Politiker. Das finde ich, ist das eine, was man machen muss. Das zweite ist, ich finde diese Entwicklung gläserner Abgeordneter total wichtig, also dass die Leute auch offenlegen, tatsächlich, was haben sie an Einkünften, auch an Nebeneinkünften, wenn sie Abgeordnete sind. Und da muss ich schon sagen, wenn ich mir manchmal diese Liste anschaue, was die Leute nebenher verdienen, und das sind nicht so sehr die SPDler, kann ich an der Stelle sagen, die noch Jobs nebenbei haben, dann frage ich mich manchmal schon, die Leute haben doch genug zu tun als Abgeordnete. Also das ist doch ein Fulltime-Job, woher nehmen die die Zeit, noch andere Sachen zu machen? Also das, finde ich, läuft manchmal da schon ziemlich aus dem Ruder. Ich würde jetzt ganz gerne noch ein Spiel mit euch spielen, was wir vorhin nicht geschafft haben mit den kleinen Parteien. Fangen. Fangen, ja genau. Ne, wenn ich du wäre, und zwar solltet ihr dem jeweils anderen sagen, wenn ich du wäre, würde ich das an deiner Partei ändern. Also so wie es gerade auf euch bezogen war, jetzt aber für das Gegenüber. Also wenn ich du wäre, dann würde ich mir dafür sorgen, dass Merkel einen Plan hat von der Zukunft, dass sie mal ein paar konkretere Vorschläge irgendwie auch macht, dass sie sich auseinandersetzt mit so Zukunftsthemen, auch Themen, die unsere Generation betreffen später, sei es irgendwie Rente, sei es Digitalisierung und diese Sachen. Und ja, ich glaube, wenn ich du wäre, dann würde ich Merkel auch sagen, zwölf Jahre, das sind genug. Übrigens ganz kurz, wenn ich dazwischen gehen darf, ich habe es ja gerade im Ohr gehört, es ist nicht so, dass die Mehrheit der Unionsabgeordneten für die Ehe für alle gestimmt haben. Die Mehrheit hat dagegen gestimmt. Gut, aber sehr, sehr viele, sehr, sehr viele. Das ist dann die Unwahrheit gewesen. Das ist, also bitte. Ja, komm, also, das ist ja ausnahmsweise mal ein Fakt. Also ich glaube nicht, dass du bewusst gelogen hast, aber es stimmte zumindest. Also ganz ehrlich, wenn ihr euch mal die Diskussion anschaut, jetzt will ich mal darauf nur eingehen, die Junge Union hat zum Beispiel, in Schleswig-Holstein waren die Ersten schon vor Jahren, die die Ehe für alle geführt haben. Wir haben das hart diskutiert, es war in der Junge Union eine Abstimmung, 50-50. Aber man findet immer Beispiele für Leute, die gesagt haben, finden wir super. Ja, aber es sind sogar sehr, sehr viele. Und wenn ich, jetzt würde mich mal das konkrete Ergebnis interessieren, der namentlichen Abstimmung, insofern vielleicht können wir es recherchieren. So, zurück zum Spiel. Wenn ich du wäre, wäre ich gerne ich. Nein, Quatsch. Wenn ich du wäre, würde ich in der SPD dafür sorgen, dass die SPD, und das ist jetzt wirklich, das beunruhigt mich immer so, dass ihr alle Erfolge, die ihr mal hattet, was ihr für Deutschland geleistet habt, immer schlecht redet. Ihr habt so viel getan, ich will mal sagen, es lag viel an der Union, aber es hatte viel mit eurer Agenda 2010 zu tun, dass es uns heute so gut geht. Aber ihr werdet nicht müde, eure Erfolge, das was ihr beschlossen habt, schlecht zu reden. Und ich glaube, wenn ihr realistische Politik machen würdet, dass das notwendig war, dann würdet ihr heute viel besser dastehen. Um das nochmal nachzureichen, 75 Leute haben dafür gestimmt, für alle 225 dagegen, also extrem viele haben dagegen gestimmt. Ganz kurz, ich will nur dazu was sagen. Nee, nee, nee. Okay, dann habe ich das jetzt falsch angedeutet. Im Gefühl hatte ich es anders. Insofern, ja, aber ganz ehrlich, ja, okay, 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 so, na, 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 so. Jetzt hätte ich fast meinen Punkt vergessen, den ich noch sagen wollte. Ich wollte nur sagen, das fängt, wenn du ihn noch hast. Ja, ich finde im Übrigen, dass es nicht, also, dass es richtig ist, an der Stelle auch zu sagen, wir haben auch Fehler gemacht. Also, ich finde, das ist sogar, ja, aber ich finde, das ist doch richtig für eine Partei, wenn man sagt, okay, da waren gute Punkte dabei, aber da waren eben auch Punkte dabei, da muss man nachsteuern, das ist doch nur ehrlich. Und ich meine, wir haben nachgesteuert, wir haben einen Mindestlohn eingeführt, wir müssen jetzt weiter nachsteuern, was zum Beispiel eben befristete Arbeitsverhältnisse und Zeitarbeit und sowas irgendwie angeht. Ja, aber ich kann mich doch nicht hinstellen, wenn da irgendwie die Leute schlecht verdienen und junge Leute irgendwie keine sicheren Perspektiven haben und so, dann kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, ey, das war super. Das ist ja vor allem, wenn der CDU oder der SPD-Lehrerin ein Kompliment macht. Da muss ja schon was. Irgendwas läuft falsch dann gerade, also. Aber ist natürlich, ich meine, ihr habt jetzt dann sieben Jahre von 98 bis 2005 regiert und wenn ihr sagt, naja, das war eigentlich alles nicht so dolle, jetzt GroKo und das, was wir gemacht haben, war wieder nicht so dolle, ich meine, was ist das für ein Argument? Wir haben es jetzt zweimal nicht so gut gemacht, jetzt beim dritten Mal wird es besser, oder? Ich glaube, wir würden es viel besser machen, wir würden das viel besser machen ohne euch. Das kann ich dir sagen. Das war der Punkt, den ich meinte, wir müssen realistisch bleiben. Ja, dass ihr das besser macht, vielleicht könnt ihr da unsere Zuschauer, die ja jünger sind, sowohl eure Wähler als auch eure Parteigenossen, wir haben das heute Abend auch schon hier thematisiert, alte Säckepolitik, das ist so ein bisschen das Problem, dass man als junger Mensch auch das Gefühl hat, die sehen die Themen gar nicht, die mich in meinem Alltag betreffen. Sagt mal, jeder für euch, was ist das drängendste Problem, was ihr glaubt, dass junge Menschen gerade haben, was ihr anpacken würdet? Darf ich wirklich nur eins sagen? Ja, das ist ja, mach mal eins und dann eher eins und dann auch mal die Zeit. Was mich tatsächlich eklatant umtreibt, das ist das Thema unsichere Perspektiven, gerade beim Berufseinstieg, also dass tatsächlich, ich habe fast niemanden, ich glaube niemanden in meinem Freundeskreis, der einen unbefristeten Vertrag hat mit einer Vollzeitstelle, sondern die haben alle so Jahresverträge und irgendwie oft auch Praktika, so Praktika, Praktika, Praktika und das finde ich tatsächlich einfach ätzend, weil wenn man irgendwie 25, 30 ist so, dann braucht man irgendwie auch mal langsam ein bisschen Gewissheit, bin ich morgen noch in der gleichen Stadt und dann braucht man auch einen unbefristeten Arbeitsvertrag, damit man zum Beispiel eine Wohnung kriegen kann. Viele Vermieter, die geben dir überhaupt keine Wohnung, wenn du nichts vorweisen kannst oder irgendwie einen Kredit von der Bank kriegst du auch nicht, wenn du irgendwie nur einen befristeten Vertrag hast. Und von daher ist das, glaube ich, eins der drängenden Probleme, dass wir diese befristeten Arbeitsverhältnisse abschaffen. Ja, da hast du jetzt nur als kurzer Kommentar die Definition von jungen Leuten auch relativ hoch angesetzt. Ja, also ich glaube, das ist irgendwie so, es wird ja auch ein bisschen länger, sage ich mal, also bis 30, 35, glaube ich, gilt man heutzutage schon noch als jung, also zumindest so gefühlt. Ja, ich habe das Gefühl, dass eben die da drunter oder die weit da drunter, dass bei denen, die bleiben oft auf der Strecke, was so ihre Themen angeht. Du meinst so Anfang 20 dann? Zum Beispiel, genau. Ich befürchte, aber du musst... Ich muss das nochmal abgeben. Ah, genau. Wir müssen dann leider zum Ende kommen. Ich glaube, das wichtigste Thema ist, was gerade junge Leute umtreibt, ist das Thema Digitalisierung. Die Leute sehen das, also wie langsam wir in diesem Bereich sind und da muss viel, viel mehr passieren. Und das zweite Thema ist so ein bisschen die Frage von Sicherheit und Integration. Viele junge Leute, die ich treffe, sagen, wie schaffen wir Integration, wenn viele Menschen zu uns kommen. Wie geht es weiter mit Europa? Das beschäftigt schon viele. Also auch das Thema Brexit, wenn ich in Schulen bin und diskutiere jetzt vor der Bundestagswahl, das interessiert unheimlich viele Leute. Ich glaube, Digitalisierung mit dem Hashtag Fegadival Blue ist schwierig. Fegadival Blue, also ich habe festgestellt, dass viele junge Leute sich das wirklich merken können. Ja. Wir können es nochmal sagen, Hashtag Fegadival Blue. Ja, klingt auf jeden Fall ganz, ganz toll. Noch besser klingt unsere fantastische Band Oh Brother und die spielen jetzt, ich glaube, ein letztes Mal für uns, wenn ich das richtig, das vorletzte Mal, das vorletzte Mal. Wir können es nochmal sagen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, was wir sehen, Bye-bye. 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 And the living is so easy, baby Oh no Ja, herzlich willkommen nochmal zurück das letzte Mal zu unserer Wahnsinns-Wahlparty. Hier sind wir eigentlich schon nochmal fast alle versammelt, zumindest die, die noch nicht frühzeitig abreisen mussten. An dieser Stelle tausend Dank, dass ihr gekommen seid. Ich hoffe, ihr habt genauso mitgefeiert wie wir. Und wir haben jetzt noch zehn Minuten, um alle Themen, die noch nicht vorgekommen sind. Acht Minuten. Acht Minuten noch, sagt die Regie. Okay, acht Minuten, um all die Themen, die von 700, die für die Wahl relevant sind, nicht vorgekommen sind. Jetzt hier nochmal besprechen. Wer jetzt besprechen oder will mal schweigen oder sowas? Wie heißt das? Wer hat noch nicht gekifft? Bitte nicht zu viel halten, dann ist eh gleich klar. Flo, du wolltest vorher noch was sagen, oder? Ich wollte vorher noch was sagen. Nee, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht... Ja, hier, er wollte auch noch was sagen. Er sagt noch was. Hast du uns jetzt verwechselt? Ja, ihr seht auch einfach, guckt euch doch mal an. Ich wollte es so kurz ansprechen, weil mich auch studentische Kollegen darauf hingewiesen haben. Für die, die studieren, die kennen es vielleicht, mit der VG Wort gibt es sehr große Konflikte mit den Universitäten. Das ist ein bisschen wie mit der GEMA und den Musikvideos auf YouTube, nur halt mit Texten für die Uni, wo man halt nicht mehr Texte zur Verfügung gestellt bekommt, weil die sagen, das ist unser Urheberrecht und das in so hohen preislichen Dimensionen ist, dass keine Uni das bezahlen kann und man keine Texte mehr bekommt, um zu studieren. Es wirkt jetzt so sehr wichtig, wenn ich das sage und alle zuhören, aber das war ein Thema, was mir sehr am Herzen lag, weil Studieren sonst eigentlich unmöglich werden würde. Und es teilweise dazu übergeht, dass Texte vergessen werden in Uni-Räumen, nur damit die Leute ihre Texte halt bekommen und man die auch nicht mehr online stellen kann, weil die Leute halt Kohle dafür haben wollen und das nicht Praxis umsetzbar ist. Dankeschön. Ich glaube, es wird nicht unmöglich zu studieren, man muss nur in die Bibliothek gehen. Auf jeden Fall, ich glaube, wir haben viel über Gleichstellung gesprochen und ich glaube, Gleichstellung beginnt auch mit so dem Miteinander in der Gesellschaft und ich wollte nur mal anregen, nachzudenken, wer heute gegendert hat und wer nicht. Das hat ja auch damit zu tun, mit Sichtbarkeit und ob Frauen assoziiert werden. Wenn man einen Arzt sagt, denkt man an einen männlichen Arzt, wenn man Ärztin sagt, vielleicht an auch eine Frau. Und das würde vielleicht auch mit Gleichstellung einhergehen. Aber zurück zur Uni-Tex. Ich wollte nur sagen, wenn man einen Studiengang mit tausend Leuten hat, ist es schwer, tausendmal das gleiche Buch zu haben, wenn man es einmal ausleihen kann. Also das ist wirklich eine problematische Thematik. Das wird jetzt vertagt, aber es wäre ganz gut, wenn das vielleicht noch irgendwie auf der Agenda stehen würde. Ja, das war zu dem Thema. Also was ich eigentlich noch sagen wollte, was glaube ich heute ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, ist, dass Politik nicht erst dort anfängt, im Parlament oder in einem Rat oder wo auch immer, sondern auch schon, wenn ein Schlagloch in der Straße ist oder wenn du auf eurem Dorf, wie bei mir, nur einmal die Stunde in den Bus fährst, wenn überhaupt. Und da, so bei ganz kleinen Sachen, fängt Politik schon an. Und das ist, glaube ich, den meisten jungen Wählern oder den meisten ersten wieder nicht so ganz bewusst. Und deswegen überlegt einfach mal, warum ihr gewisse Produkte hier für einen gewissen Preis kaufen könnt und wie das alles miteinander zusammenhängt. Möchtest du nicht doch einen YouTube-Kanal aufmachen, Jettel? Jetzt pippen wir mal deinen Instagram-Account raus. Ja, Sarah.uw, Leute. S-A-R-A-Punkt-W-U-W-E. Genau. Ganz einfach. So, wer hat noch was zu sagen? Ich wollte noch was sagen, wenn ich darf. Du darfst. Also ich höre ganz oft, die Parteien, die Politiker sind eh alle gleich, die machen da oben, was sie wollen, die hören nicht auf uns kleine Bürgerinnen und Bürger, der kleine Mensch im Lande, der ist ihnen egal, die wirtschaften sich in die eigene Tasche und so weiter und so fort. Und wenn man aber dann mal wirklich in eine Partei mal hineingeht und sie engagiert, dann merkt man, dass das alles gar nicht so richtig stimmt. Weil es einfach viele Menschen gibt, die andere Meinungen haben, die aus einer ganz anderen Perspektive herdenken und wo man irgendwie diese unterschiedlichen Meinungen irgendwie auch lösen muss, irgendwie einen Kompromiss finden muss. Und ob das ist dann ein schlechter Kompromiss oder ein fauler Kompromiss und man ist irgendwie immer trotzdem, fühlt man sich im Nachteil. Und deswegen mein Plädoyer tatsächlich, guckt euch mal in die Parteien auch mal, wirklich dort vor Ort rein. Und wenn es nur eine Partei gäbe, die genau meiner Meinung ist, hätte diese Partei genau ein Mitglied, nämlich mich selbst. Und deswegen ist es wirklich schwer, mit hunderttausend anderen Leuten eine Meinung zu formen und deswegen immer diese faulen Kompromisse, deswegen auch immer dieses seltsame Sprechen, dieses neutrale Sprechen ganz oft und deswegen auch ein bisschen ein Werben gegen dieses Nicht-Wählen, gegen dieses, die Politiker sind gleich da oben und die Politiker sind auch gleich da oben. Und insofern hier mal tatsächlich ein Plädoyer für die Politik da oben. Super, vielen Dank. Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Ich habe wirklich 36 Moderationskarten jetzt durchgearbeitet in fünf Stunden. An dieser Stelle ein riesiges, riesiges Dankeschön an alle Menschen, an die, die man hier die ganze Zeit nicht in den Kulissen sieht. An den YouTube Space hier in Berlin, an Streamwerke, an alle Gäste, an die Kameramänner, die fünf Stunden lang mit dem Zeug rumgelaufen sind. Also wirklich, also ich werde tausend Leute vergessen, deswegen sage ich jetzt einfach Danke an alle, die in irgendeiner Form in den letzten Monaten, wie das gedauert hat, das hier aufzusetzen, daran beteiligt waren. Mir persönlich hat es mega viel Spaß gemacht, ich hoffe, euch auch. Und ich hoffe, wir haben vielleicht einen von euch erreicht und der geht jetzt, stattdessen wählen, stattdessen zu Hause bleibt am Sonntag. Oder weiß jetzt zumindest, was er wählen soll. Darf ich noch ganz kurz sagen? Ja, eine Sache noch. Eine ganz lustige Sache muss ich noch sagen, weil ich war halt gerade unten und durfte ans Handy gehen und mein bester Freund hat mir geschickt, was ihr für Kommentare geschrieben habt. Und da wollte ich mal ganz kurz Danke sagen, weil ich ein bisschen unsicher war heute. Also, danke an die Community ist, glaube ich, auch das Wichtigste. Danke, dass ihr euch eingebracht habt in dieses ganze Thema. Danke, dass ihr geschrieben habt. Danke, dass ihr vielleicht auch noch weiter kommentiert. Ich meine, es gibt sicher bei den Politikern einige Fakten-Jacks oder sowas, die man jetzt hinterher in den Kommentaren nochmal betreiben kann, etc. Deswegen, seid weiterhin fleißig dabei. Ich glaube, die Videos sind ja weiterhin online. Ihr könnt das auch weiterhin teilen mit euren Freunden. Also, vielen Dank für alle euren Support. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bleibt jetzt noch kurz dran. Und nächste Woche Sonntag, da ist, wie gesagt, das nächste Event direkt. Am Sonntag, 17.30 Uhr, funk.net und auf YouTube die große Funk-WG. Da bin ich, da sind viele Leute, die auch dabei sind. Ich hoffe, Nihann ist hier auch, Eva ist da auch. Ganz ganz viele Leute werden da auch wieder dabei sein. Da werden wir all das, was wir jetzt hoffentlich vorbereitet haben, nämlich, dass ganz viele Leute zur Wahl gegangen sind, dann nochmal im Nachgang besprechen. Wird auch sehr spannend. Wir sehen uns dann da und jetzt nochmal zum ersten Mal heute Abend ein neuer Song, ein eigener Song von unserer genialen Band Oh Brother. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. But I won't, but I won't, but I won't, would it be a mistake? It's just another game you play, but it's over. See me now, see me now, see me now as I walk in the way. Mmm... 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 When we were alone, you said I mean the world to you. How come your friends don't know my name? When we were alone, you said I mean the world to you. Now I know you wouldn't do the same. Now I know you wouldn't do the same. I'm just another drink away from coming over. But I won't, but I won't, but I won't, would it be a mistake? It's just another game you play, but it's over. See me now, see me now, see me now while I'm walking away. Be... 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 Oh my God. Good luck, Kodas. Thank you. Thank you for joining me. Thank you for joining me. I can't be lost. Thank you for having me. My name is Kodas. Indeed, it's awesome.